Das Land geklaut haben, bist du Israelis, dann musst du dich erst mal auf ein eigenes Land distanzieren, schämst du dich, schämst du dich, dass ihr ein souveränäres Land, ein normales Land geklaut habt und das Bevölkerung getötet. Lambo gib alles. Ich hab dich umsonst angepriesen, sag ich dir. Wir haben hier einen, der sich nicht von Hamas distanziert. Wir haben doch selbst Verteidigungsrecht. Das sagt ihr als angebliche demokratische Länder. Die Westen haben gesagt, jeder hat das Recht sich verteidigen und Hamas verteidigt dich. Was soll das denn? Gaza ist kein Land. Was? Gaza ist aber kein Land. Palästina, komplett gehört zur Palästina. Und die Israelis sind nicht weiter als Besitzer. Die kommen in diesem Land und haben sich einfach das Land abgeschöpfen und die Bewohner getötet und Menschen vertrieben. Und jetzt sagen sie, wir sind Demokraten, wir sind Menschenrichter. Die haben nicht mal die Araber erkannt. Die haben gerade gesagt, Araber sind Tiere. Was soll das denn? Hast du dich distanziert von solchen Ausreden? Ich hab's gehört, was er gesagt hat. Aber er hat nicht gesagt, Araber sind Tiere. Er hat was anderes gesagt. Doch, die Palästina hat er gesagt. Nein, er hat's nicht gesagt. Also ich distanziere mich mit Abstand von der Hamas. Ich hab mit dem Ausdruckscheiß, den der da so von sich gibt, nichts zu tun. Okay, und distanzierst du dich von israelischen Raketen? Ich bin Israel. Ich distanziere mich nicht von Israel. Ja, ich distanziere mich auch nicht von derjenigen, die sich verteidigen. Das ist doch kein Problem. Du musst dich ja nicht von der Hamas distanzieren. Keiner sagt, dass du das musst. Das ist deine Entscheidung. Ja, das ist nicht meine Entscheidung. Das ist menschliche Entscheidung. Siegum, du kannst später hoch. Jetzt nicht. Alles gut. Wenn du sagst, du bist für die Hamas, für Terror, das ist okay. Nein, 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 stopp. Ich bin nicht für Terror. Aber Hamas ist Terror. Nein, der einzige Terrorist ist Israel. Aber warte mal. Warte mal, Mohammed, darf ich dir mal eine Frage stellen? Mohammed, hast du die Karte der Hamas von 1988 gelesen? Ja, habe ich. Okay, also dann weißt du auch, dass die Hamas von Anfang an keinen Frieden will, Israel komplett vernichten und auslöschen will. Und du weißt, dass die Hamas sich auf den Hadith beruft, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, oder? Gut, darf ich dich antworten, ohne dass du mich unterbrechen, bitte? Also, wenn du das so siehst, darf ich auch zu dir nach Hause kommen und ich besitze deine vier Zimmer Wohnung und sage, hallo, pass auf, ich gebe mir nur ein halbes Zimmer und sei mal ruhig, bitte. Bist du einverstanden oder sagst du hallo raus aus meiner Wohnung, tschüss, sag mir, antworte bitte. Also legitimierst du diesen Terror damit, ja oder nein? Terror nein, Verteidigung ja. Also Hamas selber, die Leute, sorry, die Leute erschießt, die Frauen vergewaltigt, die unter Allahu Akbar die schlimmsten Gräueltaten begegnen. Mohamed, warte mal ganz kurz. Siehst du da nicht, als ich bin beleidigt? Mohamed! Ja, ja. Warte mal ganz kurz. Warte mal, Mohamed, du hast doch eben gerade das Beispiel mit der Wohnung gebracht, ne, wenn jemand zu dir nach Hause kommt. Weißt du, was das Problem an der ganzen Sache ist? Das zu Hause, wovon du redest, ist Israel und Israel gehört den Juden. Wir haben da ein kleines Problem. Das Land gehört nicht den Palästinern, es gehört den Juden. Ja, stimmt. Wenn du so siehst, dann ist die ganze Welt gehört zu Juden, dann ist kaum ein Land, wo es keine Juden gibt. Dann sollen wir einfach die Erde verlassen auf dem Rudenmund und dann ziehen wir alleine und dann geben wir die ganze Erde vor dir. Oh, dein Hass ist ja immens, Alter, das ist ja der Wahnsinn. Warum? Lass mich bitte der Kollege jetzt hier antworten, der gesagt hat, Hamas schießt Raketen unter. Also willst du mir damit sagen, Israel schießt von Luft Blumen und Paketchen und Melikamente? Nein, nein, lass mich darauf antworten. Also Hamas selber baut ihre Raketenstellung in Schulen und andere kritische Infrastruktur ein, schießt von da aus Raketen, Israel zerstört diese Stellen und Hamas hält dann die toten Kinder hoch. Das ist die Reaktion. Und das ist natürlich nicht richtig, dass man da auf Kinder schießt. Die Hamas selber benutzt ihre Bevölkerung als menschlichen Schutzschild. Das sagst du auch nicht, wie das auch, dass die Israelis, sie nehmen das Auge in das Volt als Schutzschild, weil sie schießen an die andere Seite mit Panzer und mit Flugzeug, während die andere Seite haben nicht. Außerdem baut Israel Stellungen in kritische Infrastruktur bzw. in Schulen oder so rein. Was ist das für ein Vergleich? Aber du hast doch mal schon ausgewiesen, dass es die Hamas macht, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Was hast du denn bitte hier die ganze Zeit gemacht? Hast du dich zugehört? Wo ist das nachgewiesen? Wo ist das nachgewiesen? Zeig mir ein Bild. Sag mal. Was soll ich nachweisen? Nein, die sagen, dass Hamas Tunnel baut unter Krankenhaus. Gib mir einen Beweis. Sollst du die Tunnelkarte zeigen oder was? Ja. Soll ich da hingehen? Moment, Moment, Moment. Auf das Thema würde ich gerne eingehen. Wir haben da ein ganz anderes Problem. Und zwar guck dir die Quadratmeterzahl an, wie groß der Garsatzstreifen dargestellt wird. Es ist sehr dicht besiedelt. Ja. Du hast gar keinerlei Möglichkeiten, da zum Beispiel Werke aufzubauen oder irgendwas anderes dergleichen, die da genutzt werden könnten, um zum Beispiel, so blöd wie es sich anhört, Raketen zu bauen etc. Das kann natürlich nicht gemacht werden, weil gerade durch das kleine Flächenland, was da so ist, würde man das mit einem gezielten Schlag beenden können. Geht aber nicht. Warum? Weil dieses Tunnelsystem existiert. Ja, es gibt definitiv Berichte dazu. Es gibt sie, das ist nun mal leider an dem schlimm genug, dass es sie überhaupt gibt, dass da zum Beispiel Stützpunkte direkt unter Krankenhäusern erbaut wurden, errichtet wurden. Dieses Tunnelsystem. Entschuldigung, diese Krankenhäuser baue ich und du, wenn wir zahlen, an die United steht und die zahlen, wird das Geld damit die Schulen gebaut und kommt die Israelis mobiliert. Ja, genau. Reden wir doch über die Schulen. Reden wir über die Schulen. Was wird denn in den Schulen dabei gebracht? Was? Was wird dabei gebracht? Was für ein Schulmaterial wird über den Vertrag ausgegeben? Erzähl mal. Was steht da zum Beispiel auf dem Deckblatt dieser Schulbücher, mit denen die Kinder großgezogen werden? Was steht da drauf? Das liegt bei dir zu Hause, oder wie? Nein, das ist das Stimme dabei. Es gibt leider schon sogar Berichte dazu. Weißt du, wie unsere Bundesregierung sich dazu äußert? Unsere Bundesregierung äußert sich dazu, wir können nicht beeinflussen, wie andere Länder ihre Kinder unterrichten. Das ist einfach an dem. Auf diesen Schulbüchern steht drauf, auf diesen Schulbüchern steht drauf, tötet die Juden. Nein, das ist doch völliger Schwachsinn. Wenn das Schwachsinn ist, pass auf, dann mache ich das jetzt ganz einfach. Ihr liebt das ja immer so. Ich möchte von dir gerne eine Quelle haben und ich meine nicht den Quelle Katalog. Das ist Schwachsinn. Das müsste ich von dir sagen. Löwen, darf ich nur kurz sagen und rausgehen? Ja, ja. Jetzt seid mal ganz kurz. Hamoudi jetzt. Ja, Mohamed, bitte. Bitte nur kurz und gehe ich raus. Bitte nur kurz. Ja, bitte. Also, wenn ihr habt genau so viel Sympathie zu Israel und liebt Israel, lasst uns doch ein Stück von Bayern und ein Stück von Bayern abschneiden und dann machen wir ein Israel bei dich. Ja, also. Also, so ein Schwachsinn, warum sollten wir was von Deutschland für irgendwen geben? So ein Schwachsinn. Aber, ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe eine ganz andere Frage. Wie sieht das denn aus mit den Geiseln, die die Hamas-Terroristen da gefangen halten? Sollte man die nicht umgehend freigeben? Weil ich denke zum Beispiel, dass die zum Beispiel einer mit der Hauptprobleme sind. Wenn die nicht wären, hätten Israel gar nicht so ein Druckmittel dort reingehen zu müssen, außer die Terrororganisation. Ich finde es auch im Übrigen problematisch, dass die Israelis dort rum bomben wie Psychopathen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Geiseln denn vielleicht schon mittlerweile tot sind. Das weiß wahrscheinlich niemand. Die Israelis wissen ja selber nicht, wo die Geiseln sind. Bomben aber dort irgendwo rum den ganzen Tag. Finde ich auch problematisch. Aber meine Frage an dich. Sollten man die Geiseln nicht freigeben? An mir die Frage angerichtet? Ja. Warte mal kurz. Lass mich da kurz einhaken. Es gibt inzwischen schon... Warte mal kurz. Es gibt inzwischen schon ein Angebot von der Hamas. Alle Geiseln freizulassen im Austausch gegen alle Hamas-Kämpfer, die festgenommen sind, dass man die freilässt. Okay. Also eins zu eins könnte man ja noch rechnen. Das wäre ja irgendwo... Ich antworte. Natürlich muss Hamas die Geiseln abgeben und so weiter. Aber weißt du nicht, dass es in Israel gibt Tausende, beziehungsweise Tausende, hunderte Tausende von Gefangenen, die in Israel, die deren Körperteile schon links verkauft, die man weiß nicht wo sie sind. Warum redet man nicht darüber und redet über ein paar Israele, die ihre Hose schon voll sind an der Grenze und sie haben sich automatisch an Hamas abgegeben. Sonderland. Was soll das denn? Natürlich bin ich dafür, dass die Geiseln von Israel zurückgegeben. Aber lieber geben gleich in Deutschland und nicht in Israel. Die müssen raus. Aber die andere Seite genauso. Sie müssen unsere Geiseln zurückgeben. Die Frauen, die im Gnaas Kinder. Schau mal, siehst du keine Bilder, wie die Kinder werden festgenommen. Was soll das? Was haben die angestellt, damit sie die Kinder nur, weil sie mit Steinen werfen... Das ist ja legitim, dass sie uns da in der Werbung. Mohamed, lass uns doch mal vorne anfangen. Mohamed, pass mal auf. Also, du findest es auf jeden Fall falsch, dass sie da Geiseln genommen haben und dass sie da auch Leute wie zum Beispiel auf einem Festival umgebracht haben. Ich denke mal, davon distanzierst du dich auch. So klar denkend bist du wahrscheinlich, ne? Sicher, aber von beiden Seiten. Sehr gut, sehr gut. Nein, warte, warte, warte. Und da geht es nämlich los, weil du mir gleich beide Seiten sagst. Ich möchte dich mal ganz einfach was fragen. So blöde, wie sich das anhört. Das Ding ist ja jetzt wieder absolut eskaliert und es ist zum Kriegszustand gekommen. Und ich frage dich ganz einfach, ganz locker und trocken. Wer hat angefangen? Israel. Also Israel hat als allererstes... Israel hat also als allererstes Palästina angegriffen. Mit Bomben. Geklaut, geklaut. Moment, Moment. Wir reden jetzt nicht von dem, was du da vielleicht auch noch nicht richtig verstanden hast. Da können wir gerne nachher drauf zurückkommen. Ich rede jetzt wirklich erst mal nur von dem Aspekt, wie jetzt diese letzte Ausschreitung, die wir jetzt da haben, dass es zum Kriegszustand gekommen ist. Möchte ich dich noch mal ganz einfach fragen. Wer hat die erste Rakete abgeschossen? Auf welchem Boden ist sie gelandet? Sprich, wer hat angefangen? Israel. Mit ihrer Zaun. Mit ihrer... Mit Rassismus. Pass auf. Wenn dein Papa nicht mit deinem Uta... Wieso fällt es dir so schwer, das zu sagen, wie es ist? Rol, er sagt nicht die Wahrheit, aber du unterbricht mich immer wieder. Ich will mal seine Sicht sehen. Er hat zwar jetzt das, was er sagt, stimmt natürlich nicht, aber Mohamed, bitte, führ das mal aus. Warum bist du der Meinung, dass Israel angefangen hat? Ich bin ja gerade dabei, aber ihr unterbricht mich immer wieder. Du darfst jetzt, bitte. Wenn dein Papa nicht deine Mutter geheiratet, wirst du nicht da bist. Und wenn Israel nicht Palästina geklaut und dort markiert und die Bewohner getötet und verstreut, dann hat er keinen Hamas gegeben. Wir brauchen keinen Hamas. Wir sind Menschen, die friedlich geboren sind, genau wie Deutsche, wie andere. Wir sitzen nicht einfach auf der Suche und sagen, jetzt möchte ich bitte zurück sein und ich möchte die Menschen halt töten. Nein, derjenige, der begonnen hat, Israel. Provokation, pass auf, ganz einfach, ganz einfach. Wenn ich zu dir komme auf die Straße, entschuldige mich über den Ausdruck und sage, hey, du Arschloch und du haust mich. Zwar, du hast angefangen, mich zu hauen, aber ich habe dich provoziert. Ich bin derjenige, der schuldigt, dass du mich haust. Hast du mich nicht freiwillig gehauen? Und das ist genauso. Sie machen einen Zaun rund um Raza und kommen her, halt die Schnauze, kein Essen, kein Wasser, kein Trink, kein Strom, nichts. Und ihr sollt die Schnauze hauten. Und wenn ihr eine Rakete an uns, an Israel schickt, dann heißt das, ihr seid Terroristen und wir sind tolerant. Bitteschön. Nein, nicht Schirrug, bitte. Kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Bitte. Dankeschön. Pass auf. Folgendermaßen sieht es aus. Also erst mal wurde da nicht jemand gehauen, da wurde jemand umgebracht. Da fängt es erst mal an. So. Wenn da jemand also zu dir nach Hause kommt, das mag das eine sein, aber kein, nichts, aber auch so rein wirklich kein Grund sollte es geben, jemand anderen zu töten. Da fängt es erst mal an. Dieser Krieg, der da entstanden ist, der schon sehr lange brodelt, der aber jetzt eskaliert ist, ist eskaliert, weil die Hamas in nicht unerheblicher Menge das israelische Volk angegriffen hat. Sie haben Bomben in nicht unerheblicher Menge darüber gepfeffert und da sind als erstes auf israelischer Seite Menschen gestorben. So, damit geht das erst mal los. Dann geht es aber weiter. Wenn ich mir das überlege, dass dieser Angriff, der da gestartet wurde, sogar noch so auszumalen ist, dass wenn man den Iron Dome wegnimmt und er nicht existieren würde, hätte die Hamas Israel nicht nur angegriffen, die hätten Israel zum Parkplatz umgebaut. Hast du darüber mal nachgedacht? Es ist an dem, dass bei allen Befindlichkeiten, die du da so für dich selber trägst, kein Grund dieser Welt es rechtfertigt, andere Menschen zu töten. Und dass sich dann, nachdem auf israelischer Seite die Bomben eingeschlagen sind, in wie gesagt nicht unerheblicher Menge, dass sich dann das israelische Volk wehrt oder die israelische Regierung, muss man ja noch mal fairerweise sagen, sich dann wehrt, ist, denke ich, völlig normal. So, dann geht es weiter. Wir können uns gerne auch darüber unterhalten. Roy, du darfst weiter, ganz kurz. Roy, du bist jetzt sofort dran. Entschuldigung, ich unterbreche. So, Leute, wir haben jetzt 75.000 Likes. Ich muss jetzt einhacken. Wir machen den Scheiß hier für euch. Das ist alle Kopfschmerzen. Bitte, macht jetzt die 100.000 Likes in 5 Minuten voll, sonst platzt mir jeder Hintern. Gebt Gas, unterstützt uns. Abfahrt, Roy, bitte. Danke, Jan. Warte mal kurz noch, Roy. Wir haben noch eine neue oben, Jessica. Du bist die ganze Zeit drin. Ja, Jessica, du kannst, Roy, Roy macht das super gerne. Jessica, du kannst darauf antworten, was Roy gesagt hat. Und Roy führt das dann gleich aus, was er da sagen wollte. Jessica, bitte. Du weißt, ich habe jetzt was anderes sagen möchte eigentlich. Ja, du kannst alles sagen, Jessica, aber Roy redet dann auch was. Hauptsächlich gilt es an Hoop. Lege ich da richtig Hoop? Ja. Du hast gesagt, du kommst aus, also du bist Jüdin. Ja, ich komme aus Israel. Gut, okay, dann habe ich mal eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gehört. Es gibt ja noch welche Überlebende, wo den Holocaust erlebt haben. Und es gibt ein paar, die sich jetzt momentan äußern, die sich jetzt gerade zu der Lage in Israel. Du musst sagen, ich bin der in ihrer Ausführung. Ich bin der in ihrer Ausführung. Du musst, du musst, du musst hier in ihr sagen. Lass sie doch bitte aussprechen. Danke, Hoop. Bitte, schönen Rund. Also vor allem den, ihrer Aussage, finde ich ziemlich interessant. Und zwar hat der eine, da kommt aus der Schweiz, der hat gesagt, dass Israel früher, Ja, bevor die ganze Jude nach dem fürchterlichen Massaker hier in Deutschland und uns andere Teile von der Welt alle nach Israel gegangen sind und Welt sehen möchten, einen eigenen Staat. Und dass dort früher, also in Israel, in Palästina, jetzt hat es noch geheißen, dass dort alle drei Weltreligionen friedlich miteinander klebten. Und es gibt auch auf YouTube ziemlich viele Berichte, ältere Berichte, wo man aufgezeichnet hat, wo Menschen, sowohl christlich, jüdisch, muslimisch, berichtet haben, wie das Leben früher dort war. Wie harmonisch man miteinander gelebt hat und dass sich keiner gestört hat, ob der Nachbar Muslim war, Christ war oder Jude war. Dass die sich richtig gut verstanden haben. Jeder hat seinen Glaube gelebt und keiner hat dem anderen irgendwas vorgebracht. Und wenn ich mir die Zeit heute anschaue, egal ob es jetzt über Religion geht oder Geostrategie, was mir halt auffällt, ist es stimmt, dass die Menschen so voller Hass sind. Und das Gier, und ich habe auch gehört gehabt, dass anscheinend in Palästina Gas gefunden worden ist. Und ich habe die starke Vermutung, dass das, ob es um Juden geht, ob es um Juden geht oder ob es um Christen geht oder um Muslime geht, was das scheißegal ist, um was es wieder mal geht. Das hat man im Irak auch gesehen. Das ist nur das, was unten in der Erde ist. Die Menschen, die Opfer, ob es Juden sind, Christen sind, Muslime sind, sind scheißegal. Es zählt nur das, was da ist und darunter. Menschen zählen denen. Die, die, die die Welt regieren, die interessieren uns nicht. Wir sind für die Stahl. Vielen Dank. Es ist furchtbar zu sehen, wie die Welt, wie kalt, wie kalt die Menschen sind. Man schaut, man schaut nicht nur auf Religion, aber man schaut nicht, wie der Mensch von innen ist. Ja, aber das war jetzt ganz kurz. Was wolltest du mich fragen oder wolltest du mir eine... Ja, Jessica, du hast jetzt ganz, ganz viel gesagt, aber irgendwie habe ich nichts verstanden. Aber bitte. Was? Du hast jetzt ganz, ganz viel gesprochen, aber irgendwie nichts gesagt. Jessica, das Problem ist, was dir der Host versucht gerade zu sagen, deine Worten, die du da sagst, die mögen richtig sein und sie sind sogar an einiger Stelle sogar mehr als richtig. Leider ist es aber an dem, dass das eigentliche Gespräch damit völlig unterbrochen wird. Und leider haben wir diese Probleme, die wir da haben, nun mal auf dem Tisch liegen. Man sollte, wenn alle so denken würden, wie du so denkst, dann hätten wir dieses Problem nicht. Aber leider ist dieses Problem nun mal da. Und das ist das eigentliche Problem. Du hast eben gerade selber gehört, in der Ausführung haben wir hier gerade jemanden in der Runde, der für die Hamas sogar ist. Der feiert das, was da gemacht wurde. Der findet das toll. So, was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem, Jessica? Wie machen wir das? Wie klären wir das mit ihm? Roy, darf ich dich mal... Da muss ich jetzt gerade reinsquetschen. Wenn du das hast, da quetsche. Ich quetsche jetzt mal gerade richtig rein. Und zwar die Gruppe von Israel. Wie nennt sich das? Die IDF oder irgend sowas? Stopp, Jessica, du gehst nicht auf die Frage ein, Roy. Roy, du... Jessica, Roy hat dich was gefragt und du sagst irgendwas mit IDF und Israel. Da können wir doch gleich hin, Jessica. Wir beantworten deine Frage. Wo ausgestiegen sind. Ausgestiegen sind dort. Die äußern sich. Ja, Jessica, du gehst auf die Frage von Roy gar nicht ein. Er hat dich was gefragt. Geh doch darauf ein. Wir können doch gleich deine Frage beantworten, ob wir die kennen und IDF und alles. Und es gibt keine Seite, wo es besser ist oder schlechter ist. Die Eile führt Gewalttate und... Jetzt fängst du an, dich zu wiederholen. Jessica, da waren wir eben schon mal. Und ja, ich finde das toll, dass du das so sagst. Und das ist auch richtig, dass du das sagst. Aber jetzt ohne Scheiß, jetzt hier in der Runde ist es zum Beispiel angebracht, dass du dann zum Beispiel nicht Hob ansprichst oder Leer sprichst. Es wäre vielleicht zum Beispiel angebracht, dass du Mohammed dazu bewegst und zu sagen, Hey, Mohammed, pass mal auf. Da wurden Menschen getötet. Auch wenn du die Hamas feiern magst, das, was die Hamas gemacht hat, das war mehr als verwirklich. Das sind Menschen gestorben. Aber es sind Menschen auf der anderen Seite gestorben. Aber das ist euch scheißegal. Ich rede nur immer, wenn Israelis sterben. Das stimmt nicht. Jessica, Luft holen. Luft holen, Jessica. Dein Blutdruck, dein Herz. Ruhig bleiben. Warum muss man das eine mit dem anderen immer relativieren? Warum können wir nicht eins nach dem anderen durchgehen und dann eins nach dem anderen drüber reden? Außerdem möchte ich mal dazu sagen, Jessica, auch ich in meiner Ausführung habe vorhin gesagt, dass es verwerfliche Sachen auf beiden Seiten gibt. Aber in der Ausführung sieht es ganz einfach so aus, dass nun mal die Hamas angefangen hat. Nimm mal den Iron Dome weg. Ich denke, ich hoffe, du weißt, was der Iron Dome ist. Dann würdest du auf einmal feststellen, oh scheiße, nicht 1500, sondern 5000 Bomben sind da eingeschlagen. Scheiße, Alter. Ich glaube, Israel hat ein arges Problem. Wenn wir jetzt weitergehen, dass zum Beispiel Palästina, sprich die Hamas, um genau zu sein, dass die Hamas da angegriffen hat, als erstes Leute entführt hat, dann ein Festival genutzt hat und da Leute irgendwie wirklich, ich muss schon bald sagen, abgeschlachtet hat, möchte ich sagen, okay, ich glaube, den Schuldigen haben wir gefunden. Wenn sich dann Israel dieser Sache hingegen über verteidigt, ja, Krieg ist ekelhaft, Krieg ist scheiße, nie schön. Aber was sollen sie machen? Sollen sie die Füße still halten und sagen, ach, wisst ihr was, gar kein Problem, ein paar habt ihr schon von uns, bringt den Rest auch um. Wenn wir uns darüber weiter unterhalten, dass zum Beispiel auch die Vertragter zum Beispiel den Schülern schon beibringt, tötet den Juden, dann siehst du das Gedankengut. Das Gedankengut, was auf jeden Fall zu sehen ist. Ich habe noch nichts von jüdischer Seite gehört, dass man zum Beispiel sagt, tötet den Moslem. Ich war in der Schule und ich habe keine Bücher bekommen, wo irgend sowas stand. Das ist mit einer Rakete, wo ich einen Namen beschreibe. Was ist das Problem? Das sind die Namen, wo die Leute tot sind. Ihr schreibt die Namen von den Kindern. Was ist aber gestörtlich? Warte mal. Ja, was ist aber, was man jetzt ohne Scheiß hat? Glaubst du, ich schreibe den Namen darauf von denen, die sie auf der anderen Seite treffen? Das wäre ja echt der Hammer. Also ich schreibe rauf, auf der anderen Seite wird Hamas-Kämpfe XYZ getroffen mit dieser Rakete. Ich schreibe seinen Namen rauf. Oder könnte es vielleicht sein, dass die Opfer da auf der Rakete stehen? Die Opfer schreiten. Oh Gott, Alter, nee. Diese Frau, ich schreibe das. Jetzt schreibe ich aber auch mal. Jetzt macht mal das Live-Ziel voll, verdammt nochmal, Leute. Unterstützt uns mal ein bisschen hier. Wir müssen uns das die ganze Zeit geben. Und Jessica hat keine Ahnung von dem, was ihr redet. So, ihr seid dran, bitte. Wenn Menschen sterben, sterben es auf meiner Seite. Und wenn derjenige, der sie umbringt, ist scheiße, egal welcher es ist. Oh, Jessica, ohne Pisse, entschuldige bitte. Aber du gehst mir, auch wenn deine Sachen, die du sagst, die du so richtig sein mögen, gehst du mir trotzdem tierisch auf den Sack. Du gehst mir auf den Sack. Meine, was stimmt mit dir denn nicht? Hast du keinen Mann zu Hause, den du anschreien kannst, oder was? Willst du mich angreifen? Ich verstehe dich. Du kommst hier rein, sagst, du warst in Israel, du willst mir was erzählen. Ich habe jetzt gehört, was du erzählt hast. Was willst du jetzt damit sagen? Was willst du jetzt damit sagen? Was willst du jetzt damit sagen? Du hast, du bist die Runde hier reingekommen, hast Hoop direkt angesprochen, hast aber keine Frage gestellt, sondern einen scheiß Dialog geführt, äh, einen Monolog geführt. In diesem Monolog hast du einfach nur das gesagt, wofür ich dich sogar gelobt habe und gesagt habe, ja, das ist richtig, wäre schön, wenn alle Menschen so denken, aber leider denken sie dich so. Ich habe dir gesagt, wir haben selbst hier in dieser Runde jetzt jemanden, der feiert die Hamas. Da gehst du gar nicht drauf ein. Du sagst daraufhin, ja, beinahe ich den Menschen. Ich habe gesagt, du sprichst hier und verurteile beide Seiten. Entschuldigung, bitte. Ich feiere Hamas, weil Hamas versucht, einen Gaza-Holokost zu verhindern. Deswegen feiere ich die, weil sie versuchen, einen Hamas zu verhindern und Mord und Mord. Ja, und wer hat den Holocaust gestartet? Hä? Wer hat diesen Holocaust denn gestartet? Ganzverständlich Israel, natürlich. Nein, wer hat den Angriff gemacht, Frau Zweiwochen? Wenn ich dir in eine Zimmerwohnung abschließe und kein Essen gebe, kann ich... Hör mal zu, jetzt erzähle ich dir was, jetzt erzähle ich dir mal was. Warte, Roy, Roy, warte mal. Hör mal zu, Mohamed. Wenn einer in deine Wohnung kommt und deine Familie tötet, was machst du dann? Suchst du diese Leute, die das waren und wirst dich an denen rächen? Oder läufst du dann von mir aus in eine andere Stadt wie Düsseldorf, schnappst du ein Maschinengewehr und schießt einfach wahllos irgendwelche Menschen um oder was? Nein, diejenigen, die... Aha, aha, also nochmal, gut. Also ist der, der angefangen hat, die Hamas vor zwei Wochen gewesen, richtig? Nein. Nein? Nein. Alter, nee. Also nochmal, nochmal, weil du hast, warte mal ganz kurz, du hast argumentiert, du hast argumentiert, wenn jemand in dein Haus kommt, wirst du dich an denen rächen. Genau das hat die Hamas nicht gemacht. Sie ist nach Düsseldorf gelaufen, hat einfach auf irgendwelche Leute geschossen, wie Wahnsinnige. Ja, und hat überhaupt nichts damit zu tun und ihre Familie zu rächen hat, hat auch nichts mit zu tun. Aber warum zeigst du uns keine Bilder? Zeig uns doch Bilder. Zeig uns Bilder, wie Israelis sterben. Zeig uns Bilder, wie die israelischen Kinder sterben. Also mann, also, also ich denke mal, dass, also nochmal. Also, also sagst du jetzt, Mohammed, also sagst du jetzt, Mohammed, die ganzen Geiseln, die da sind, sind alles Soldaten. Oh, ja, sind sie auch. Die Geiseln, die sie jetzt mitgenommen haben, die Babys zum Beispiel, das sind alles Soldaten. Die, die in Gaza? Ja, sicher. Das sind ja nur Filme, das ist ja Hollywood-Filme gemacht worden. Das ist meine Familie, was redet ich da? Hamas sagt doch selber, dass sie Geiseln haben. Warte mal, bitte, lass mich ausreden, bitte. Das geht nicht, dass jemand immer zwischendurch redet. Also diese Familie, die haben einen Asylbeantrag in Gaza, ganz einfach. Die israelische Familie haben einen Asylbeantrag, die sind von Netanjahu abgehauen. Oh mein Gott. Sie haben Asylbeantrag? Der legt seine Bilder. Also, da hör mal zu, deswegen sind die zwei Omas das Letzte jetzt freigelassen worden, ja, weil sie Asylbeantrag haben und jetzt wollten sie Asyl gar nicht mehr und haben sich freikaufen lassen und sind wieder zurück in die Reimertiger. Warum sollte man freiwillig von Israel in den Gazastreifen gehen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Das heißt, die ganzen Frauen, die da jetzt, die Frauen, die letztens auf dem Truck gelegen hat, oben ohne, bespuckt wurde, unter Asylbeantrag, oben unter Asylbeantrag. Ja, die haben Asylbeantrag. Das war nur der Übergangsexpress von Israel nach Gaza rüben. Also, sorry, was soll denn das? Das ist, das ist, das ist der Asylbeantrag. Das ist ein Asylbeantrag. Das ist völlig normal, der kennt es nicht. Lass mich bitte ausreden, ja, lass mich bitte ausreden. Nee, bitte nur egal, der ohne Scheiß, ohne Mist, Alter. Du, der Asylbeantrag, Sie haben Asylbeantrag. Sag mal, ist die Asylbeantrag gesagt? Also, du sagst also, die Hamas ist keine Terrororganisation, sie hat keine Zivilisten umgebracht und sie hat auch keine Zivilisten. Doch, hat Zivilisten umgebracht, aber aus Versehen. Aus Versehen? Ja. Haben aus Versehen Babys entführt, aus Versehen Frauen um den Truck gepackt und kaputt gemacht. Mohamed, warte mal, halt uns die Hammers rein in die Zivilistengebiete und hat mit Kalaschnikows in die Häuser reingeballert, Allah-Oakbar dabei gelacht und die Leute dabei erschossen. Das war aus Versehen, sagt er doch. Wer versteht's nicht, das kann doch mal passieren. Ist doch gar kein Ding. Die wollen eigentlich nur die Soldaten erschießen und nun den nicht spielen. Dann haben sie aus Versehen ein Baby getroffen. Kann doch mal passieren. Können wir den Mohamed einfach mal zeigen, wenn der Host das vielleicht schon macht. Einfach mal eine Schnellumfrage stellen, hier an den Chat und die Meinung der Leute mal einholen. Wer ist denn dafür, dass diese Geiseln, die ja nur Asylantrag gestellt haben, wie wir gerade gehört haben, freigelassen werden? Wer ist dafür und wer ist dagegen? Dann sehen wir ja mal, wie sich das bestätigt, ob Mohamed da so erzählt. Lass uns doch mal gucken. Könntest du das mal machen, Horst, und mal nachfragen? Also, ich antworte so, weil ich dann, darf ich antworten? Nee, ich muss jetzt hier mal... Lass dir doch mal kurz. Also, Lambo, stell du mal die Frage, weil ich hab's jetzt... Lambo, bitte, mach mal kurz. Also, grinsende Smiley ist für Freilassung und heulende Smiley ist für Behalten der Geisel. Mohamed, weißt du, dass die Hamas-Terroristen, die gefangen worden sind in Israel, weißt du, dass die geredet haben und erzählt haben, was da passiert? Die haben erzählt, dass die Hamas-Terroristen gesagt haben, dass für jede Geisel und Tote bekommen die Geld und ein Apartment. Von wem denn? Von Hamas, von dem Chef. Der Chef von der Hamas hat den Hamas-Leuten gesagt, wenn du reingeht nach Israel und so viele wie mögliche Geisel holt, kriegt ihr dafür Geld in ein Apartment. Das ist ein Autorist von der Hamas gesagt. So, warte mal ganz kurz. Habibu, 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 habibu 5, mit einem Schenklevel von 28, also dieser Kerl, der hat hier mindestens schon mal 1500 Euro reingeballert, wenn das mal reicht. Und dieser Habibu ist also somit kein Fick-Account, der ist dafür, habibu 5, ist dafür, dass man die Geiseln behält. Tom McMillie auch. Ja, also, dann können wir ja mal ganz eindeutig feststellen, was Herr Mohamed zum Beispiel gesagt hat. Also, ich scheine es nicht um Asylanzahl zu handeln. Also, die meisten Menschen hier in diesem Chat sind der Meinung, man sollte diese Geiseln freilassen. Drei waren jetzt dieser Meinung nicht. Was sagt dir das, Mohamed? Warum zum Geierst du einen deutschen Pass, Mohamed? Warum zum Geierst du einen deutschen Pass? Ja, lass mich nicht ausreden. Ihr stellt die Frage, und gleich, wenn ihr anfangen zu reden, brecht mich zusammen. Was soll das denn? Auf die Frage, ganz ehrlich, das ist eine super Frage. Das ist eine super Frage. Warum zum Geier hast du einen deutschen Pass? Gut, dann, ich rede, aber wag dich ja, mich anzubrechen, bitte, ja? Sonst kommt er zu dir nach Hause, Reut, pass auf. Ja, ich habe viele gemacht, vor 38 Jahren, als ich nach Deutschland kam. Und ich danke euch Deutschen, ihr wart super nett. Ihr habt mir geholfen, ihr habt mir bei der Universität Hamburg auf die Uni zu gehen und studieren. Danke euch vielmals. Und ich habe euch verlassen, 2008, äh, 2006. Und ich habe Firmen in Syrien gemacht. Aber als ihr uns den deutschen Pass gegeben habt, ihr habt gesagt, musst du erst mal dein eigener Pass, auf dein eigener syrischer Pass verzichten. Und ich war ja, ich war diemlich. Ich habe darauf verzichtet. Und der Arschloch, der Assad hat, das besteht nicht. Und nun habe ich kein Deutscher Pass. Aber ich habe euer Land 2017 verlassen. Ich habe vier Mädchen und ein Jünger mitgenommen. Und ich habe, ich bin abgehauen. Sag mal, warum deine Regierung hat meine Kinder geklaut nach Deutschland und hat mich zurückgeholt. Ich will zu euch nicht mehr. Ihr seid lieb, ihr seid nett, aber ich will bei euch nicht mehr lieben. Ich mag nicht mehr bei euch lieben. Reut aus Verstoßung. Erstmal deine eigene Regierung fragen, warum die Regierung, die deutsche Regierung, hat meine Kinder aus Syrien entführt, nachdem sie mich in den Knast reingesteckt. Und jetzt bin ich zurückgekommen, um meine Kinder zu holen. Und jetzt sagst du mir, warum du hier bist. Ich bin nie hier um Urlaub. Ich komme hier nicht um Urlaub. Euer Land ist schön, aber gehört zu euch. Euer Land ist super, aber ich werde nicht mehr hier leben. Ich muss, es ist gezwungen, gib mir meine Kinder und ich bin weg, Mensch. Gehst du dann ins Gaza-Schein? Ich gehe in Gaza-Schein, von mir aus, in den Holocaust. Ich gehe durch, kein Problem. So, Serkan und Zemo, bitte. Ja, erstmal guten Abend, schönen guten Abend. Guten Abend. Ich komme nochmal darauf zurück, was vor zwei Wochen geschehen ist. Da ist ja die Hamas über die Grenze, über Israel. Da frage ich mich, wie kann das sein, dass die stundenweise über die Grenze gehen können? Weil das ist das sicherste, also das sind die sichersten Grenzen in Israel. Also wie kann das sein, dass die Hamas da rüber gehen kann? Das ist die israelische Schleuse, haben sie die reingebracht. Okay, wenn es auch offen wäre, wenn da das Tor offen wäre, rechtfertigt das, dass die umgebracht haben und das immer ein Massaker veranrichtet haben, rechtfertigt das? Ja, aber wenn da eine Taube schon hinfliegt, es macht Alarm. Wir wissen das, wir wissen, dass das offen war und wir wissen, dass da ein Problem gab. Es gab es ein Problem, die haben noch nicht es herausbekommen, was für ein Problem es da gab. Aber meine Frage war, rechtfertigt das? Nein, nein, definitiv nicht. Aber die wahren Terroristen sind ja die Israeliten. Die machen das ja seit 1948. Oh mein Gott, das meine ich auch. Okay, aber... Seit 1948, ja... Aber sag mir mal bitte, wer ist denn als Terrorist eingestuft? Israel oder Hamas? Israel. In den westlichen Ländern ist die Hamas als Terroristen eingestuft und in den muslimischen Ländern ist Israel eigentlich... Ich rede von offiziell, nicht was ihr da... Ja, das ist doch klar, dass die muslimischen Länder... Woher kommt das denn, dass es in den muslimischen Ländern nicht als Terrororganisation eingestuft ist? Warum? Weil sie kein Terroristin sind. Ich warte nochmal, haben wir eben... Die Hamas sieht sich als Zweigorganisation der Muslimbrüder deswegen. Das sind Brüder im Geiste. Der Erdogan hat selber gesagt, Hamas ist keine Terrororganisation. Natürlich nicht. Die sind Brüder im Geiste. Ja. Morbeth, darf ich dich mal was fragen? Bitte. Du bist doch Moslem, oder? Ich? Nee, Morbeth. Ich bin Morbeth. Achso, okay, ich hab grad nicht gesehen, dass du redest. Genau, du bist ja Moslem. Kennst du den Koran und die Versen und alles? Ja, ich bin sehr stolzer Moslem. Ich war schon immer Moslem und ich bleib Moslem. Alhamdulillah. Ist ja kein Problem. Du kennst ja die Versen und alles, was im Koran steht, oder? Meistens schon, aber nicht alles, klar. Okay, jetzt. Ich bin Jüdin, ja. Und ich hab gesehen und gehört, dass im Koran es bestimmte Versen stehen, die sehr hassgefüllt sind gegen Juden und Christen. Okay. Darf ich antworten? So, was auch. Wenn ich jetzt, wenn jemand, wenn jetzt Luvenherz hat mir einen Buch, einen Brief gegeben und diesen Brief soll ich über dich vorlesen. Ja? Und dieser Brief steht das und das gegen dich. Heißt das, ich bin schuld? Oder der Luvenherz. Wer ist daran schuld? Was im Brief steht drauf? Am Vortrag und ich rede weiter, bitte. Wer ist schuld? Der Schreiber des Briefes. Und der Schreiber des Briefes ist Allah. Das heißt, Allah ist an sich daran schuld, nach deiner Argumentation. Wenn Allah ist daran schuld, dann sollst du dich demonstrieren und sagen, Allah, warum hast du so einen Koran herabgesetzt? Aber du gibst zu, dass bei euch da Sachen stehen über Juden, die sehr schlimm sind. Also schlimm nicht. Wir sagen nur die Wahrheit. Wir sagen Israels, ihr wart Gottes Weltvolk. Gewähltes Gottes Weltvolk. Allah hat euch gewählt. Allah hat euch unterstützt. Aber ihr macht immer wieder Scheiße. Das ist ganz einfach mit anderen Worten. Ja, was wir machen, ist ja jetzt egal. Ich wollte nur wissen, weil ich fühle mich sehr angesprochen von dem Koran und von diesen ganzen Serben. Weil da stinken einfach Sachen, die sehr schlimm sind. Ja, natürlich. Also Hope, ich meine, mir wird es, Hope, warte mal, mir wird es auch stinken, wenn ich als Affen und als Schwein bezeichnet werde an deiner Stelle. Wird mir auch stinken. Haben wir nicht gesagt. Steht nicht nur drauf, dass ihr Affen und Schweine. Niemals. Okay, dann sage ich mal was. So, lest mal im Koran drin. Lest im Koran und dann können die anderen drauf eingehen. Dann sag mir die Verse bitte. Das ist eine Lüge. Moment, wir machen die Kamera an und wir lesen jetzt zusammen. Bitte, ja, mach mal. Wir lesen jetzt zusammen und dann will ich wissen, ob das stimmt oder nicht. Das stimmt. Was er gesagt hat, dass ihr seid Schweine und du Affen. Er will jetzt die Verse. Ja, das kann ich dir gerne zeigen. Mach mal bitte an. So. Also, ich kann mich gerade den Koran fest nennen und dann können wir das gerne mal durchgehen. Ja, bitte. Moritz, kannst du die Kamera anmachen, dass man das sehen kann? Du musst sie erstmal groß machen. Den anderen können wir erst gerade machen. Du musst sie groß machen erstmal. Drück mal auf ihre Bild und dann gibt es vier Quadrat. Drückst du drauf, dann ist sie schon. Jemand macht es nicht groß. Jemand anderes macht es groß. Warum nicht? Ah ja, so Kamera verwenden. So. Können wir jetzt gerade mal machen. Und er soll die Kamera anmachen. So. Können wir gerne machen. Also, warte mal. Ach ja, ich gehe dann direkt über die Seite. Können wir gerne gerade machen. So. Ewige Religion. So. Sekunde, ich mache das gerade mal an. Dann könnt ihr gerade noch reden. Ich mache das gerade. Ich gucke gerade, wo ich den Vers habe. Ja. Also, was auch. Wenn es gibt bestimmte Wörter, also sag ich mal fies gegen Christen oder Juden, dann ist es eine Redehaltung. Und Redehaltung, das ist nicht von Gott. Menschen konnten falsch erzählen, konnten sie etwas. Aber es ist kein Koran. Koran definitiv hat er niemals gesagt, dass ihr Schweine und Affen seid. Nee, das sind Versen. Deswegen, weil du dich ja auskennst, du bist auch älter, will ich dich fragen, dass ich verstehe. Weißt du, ich bin Jüdin. Ich habe den Koran nicht gelesen. Also, im Koran steht nicht, dass Juden und Christen nicht behandelt werden sollen. Sehr gut, du bist gerade nicht dran. Ja, warte mal, warte mal. Aber ihr seid ja die ganze Zeit dran. Ja, stimmt. Okay. Weißt du, warum es geht bei dieser Verse eigentlich? Nein, ne? Wer, ich? Nein, egal wer. Dieser Verse, dieser Verse, stimmt. Es gab ein bestimmtes jüdisches Volk und kam Jesus und hat gesagt, ihr sollt bitte am Samstag nicht angeln gehen. Nicht angeln gehen, also fischen. So. Und was haben sie gemacht? Sie haben da einfach so gesagt, okay, also am Samstag dürfen wir nicht machen. Haben sie einfach sich eine Idee ausgedacht und gehen sie und schmeißen sie ihr Netz. Pass auf. Schmeißen sie eigenes Netz ins Meer am Freitagabend und Samstag tatsächlich sind sie nicht gegangen. Und am Sonntag gehen sie morgens und holen sie das Netz mit voller Füße. Tja, hallo, also kein Wunder, dass die Juden sind erfolgreich in dieser Welt mit Business. Also auch an Allah haben sie gelogen. Und dieser Koran, dieser erzählt die Geschichte, was ist zwischen Jesus und diesen Leuten. Und dann kam Jesus und hat gesagt, ich habe euch gewarnt. Und ich habe euch gesagt, das ist Jesus, nicht Mohammed. Das ist eine Geschichte. Der Koran sagt, ich erzähle euch Geschichten bevor Mohammed. Und der Jesus hat gesagt, ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht am Samstag gehen und angeln fischen. Und ihr habt das verstoßen. Und deswegen hat Gott als Affen und Schweine gewandert. Aber das hat nicht mit Islam nichts zu tun. Das ist kein Wort von Gott, von wegen, also Verdacht, sondern eine Geschichte, die von Jesus einfach stammt. Bitteschön. Okay, kannst du mir bitte, Moritz, zeigen, dass mit den Steinen und Bäumen, dass die Juden sich da versteht? Ja, ja, warte, das ist ein Hadith. Das ist ein Hadith, das brauchst du nicht sagen. Ja, das ist wieder was dran. Genau, die Hadith. Ja, ich sage dir, der Hadith. Der Hadith sagt, es kommt eine Zahl eines Tages, da die es reißen wie Scheiß machen, kommt Einzeltages, wo die wirklich das Land wieder an die Palästine abgegeben, das sagt die Thürer übrigens. Ja, und das Land wieder an die Palästine zurückgegeben und dann wird der Kampf auf Hochtouren stehen. Und dann kam die ganze Palästine, Israel ist abgehauen. Und dann reden die Steine und die Bäume, da kommen hier, Israel, Araber, hinter mir steht, da kommt Muslim, hinter mir steht ein Jude und kommt auf Hochtouren. Und übrigens, diese Bäume jetzt in Israel auf Hochtouren bauen, warum die Israel, die Regierung kommt auf Hochtouren. Ja, aber das, was du da erzählst, steht genau in der Charter der Hamas. Genau das, was du da erzählst. Du gehst und kommst du immer wieder auf Hamas. Was soll ich sagen? Ja, weil das da drin steht. Du hast doch gerade genau das erwähnt. Deswegen komme ich daraufhin zurück. Aber das ist doch, guck mal, das ist doch, gehört zum Islam, diese Hadith. Nein, nicht unbedingt dieses, ich sag ja, Koran ist Koran und Hadith konnte auch eventuell, eventuell jemand hat manipuliert. Also es ist nicht definitiv wie der Koran. Der Koran, keine Manipulation, absolut nicht. Koran ist Koran und Hadith, Hadith. Ich bestätige nicht, dass diese Hadith, aber ich lehne es komplett auch nicht automatisch ab. Ich weiß es nicht, ich habe nur erzählt, was passiert mit dem israelischen Volk und das wäre 2027. Bereit euch. Okay, du willst mir gerade hier meine Todesansage sagen, oder was? Ich sag dir ja nicht, ich sag, wenn du da bleibst, dann du bist selbst schuld. Also deswegen, komm mal zu uns nach Deutschland. Okay, danke schön. Ich weiß jetzt, 2027 bin ich nicht in Israel, sonst sterbe ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Oder geh nach Hamas oder geh nach Hamas und beantrag in Asyl dort. Dann wird dir nichts passieren. Kannst du mir bitte das Formular schicken, dann kann ich das auch machen. Oder komm zu uns nach Deutschland. Wir kennen dich hier alle. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren. Ja, wenn du in Deutschland bist, wieso meckerst du denn eigentlich ganze Zeit? Ich mecke doch gar nicht. Ich bin, guck mal, meine Mutter ist aus Israel und ich stehe zu Israel. Ich war in der Armee, ich liebe Israel. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was in Israel passiert ist. Du bist sehr nett, hört sich so an. Absolut nett. Wie kommst du darauf, dass du Israel unterstützt, diese Terroristen? Noch einmal, ich war auch in der Armee. Ach du Scheiße. Sie war so nah dran. Ich war auch in der Armee. Also hast du jemanden getötet, verdammte Scheiße. Nein, ich habe nicht jemanden getötet. Bestätige, bestätige, bestätige. Erstmal, ich bestätige hier gar nichts, okay? Und zweitens, ich war an der Grenze von Elad und Jordanien. Bei uns, okay. Ja, da war ich. Schau mal, Mohammed. Das Ding ist halt, der damalige Großmufti von Palästina, Armin al-Husseini, der hat sich auf diesen Vers berufen und hat das für die heutige Zeit für gültig geachtet. Das ist ein Großmufti gewesen. Und der hat weitaus schlimmere Sachen als nur das gesagt. Und der hat sich immer auf die Ideologie berufen. Und das ist halt das Thema. Armin al-Husseini selber als Großmufti hat gesagt, das kann ich euch mal gerade zeigen. Das ist, wenn ich das jetzt vorlese, werde ich wahrscheinlich dafür gesperrt, weil das ist richtig übel. Was, was, Armin al-Husseini, der Großmufti von Palästina. Ah, nicht Armin, Armin, okay. Nein, nein, alles okay. Ja, also, weiß ich nicht. Mufti ist kein Koran, Mann. Du musst verstehen, man kann das alles Quatsch erzählen. Ich kann euch jetzt vieles erzählen. Das ist kein Koran. Ihr müsst nicht alles in die islamische Abziehung. Aber du musst davon glauben. Du musst anders glauben. Du kannst ja nicht nein sagen. Nein, ich muss nein sagen. Nein, ein Großmufti hat schon einen gewissen Einfluss. Also ein Großmufti hat schon einen Einfluss. So ist es jetzt nicht. Also natürlich ist es nicht eins zu eins. Nein, 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 meine Freunde. Ich bin Salafist und kein Zufi, damit ich dann an ihn glaube. Und ich glaube an die Bude-Partei auch nicht. Und ich muss nicht glauben. Ich muss nur auf Toilette. Aber was ich daran glaube, der Koran und meinen Scheich von Salafisten. Wenn sie sagen, dann haben sie Wahrheit. Wenn es alles anders ist, glaube ich nicht. Alles gut, alles gut. Dann haben wir das jetzt geklärt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du sagst ja, 2027 passiert das dann. Dann wird sozusagen Israel nicht mehr Israel sein, sondern nur noch ein islamischer Staat. Ja, richtig. Dann wird die Scharia da sein. Dann wird die Scharia einmischen. Ich hoffe. Weil die Scharia, wenn ich dir sage, wir führen die Scharia, wahrscheinlich wirst du mich wie ein Dümlich halten oder ein Fruchter. Ich bin kein Fruchter. Leute, die Scharia wird durch Jesus auf die Erde eingestellt. Absolut. Das sagt der Koran. Absolut. Also wird durch Jesus Hände abhacken und sowas dann alles ganz normal werden. Warte, Moment. Absolut. Moment, wenn du schon hier bist, ich möchte dich fragen. Was passiert denn? Jetzt ist, sagen wir, 2027, die Scharia ist da, islamischer Staat, Israel ist nicht mehr Israel. Was passiert denn da, wenn jemand jetzt dort wohnt? In 2027 kommt Islam rein. Und der möchte aber raus von dem Islam. Leute, schreibt mal alle Schlomo und Schimon, dass die kommen sollen. Okay. Also alles, was Christen... Warte mal, wenn er, sagen wir, es gibt da einen Moslem, die Scharia ist drin, der Moslem ist ein guter Moslem, hat Familie, hat noch nie etwas getan, ja? Okay. Nichts, nicht geklaut, gar nichts. Saubere Wüste. So, er sagt jetzt, er möchte raus von dem Islam. Was passiert dann? Gar nichts. Die beste Frage, du hattest mir, was passiert mit den Christen und den Juden, die leben unter die Scharia. Wie, diese Leute, selbst passiert mit denen nichts. Die Scharia sagt nicht, wir sollten Al-Al-Kitab. Al-Al-Kitab heißt, das ist das Buchbesitzer. Wer ist das Buchbesitzer? Drei. Muslim, Jude, Christ, Bibel, Tura und Koran. Warte mal kurz, kennst du den Hadith, die Zeit, warte mal, kennst du die Aussage von Mohammed, wer die Religion verlässt, den tötet? Kennst du diese Aussage aus der Sunnah? Ja, das können wir, ja. Ja, also, das heißt, Mohammed hat auch selber gesagt, wer seine Religion wechselt, wer die Religion verlässt, den tötet. Richtig. Wenn er sagt, dann eben, mach halt. Es passiert nichts, du musst dich, du musst jetzt entscheiden, passiert etwas oder nicht? Ach so, das war deine Frage, wie gehen diejenigen, die den Glauben bekehrt, ne? Es tut mir leid, dass ich hier breche, aber ich will Ihnen sagen, das wird nie wieder kommen, weil es wird in der Welt, ehrlich zu sagen. Weil dieses, was Sie erzählen gerade, das war seit Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und ist schon vorbei, seit kein Schariah mehr. Gibt es kein Schariah mehr? Gibt es gar nicht Schariah mehr. Warte mal kurz, warte mal, das ist interessant, warte mal kurz, Mohammed, darf ich dich da was fragen? Du bist ja Salafist. Ist Mohammeds Handeln zeitlich begrenzt oder für jeden Muslim für alle Zeiten gültig? Mohammed ist der einzige Prophet und der letzte Prophet an aller Menschheit, Tiere, Wohlpflanzen, alles, was wir wissen. Aber seine Aussagen, sind die zeitlos gültig oder sind die nur zeitlich gebunden? Keine Zeit, nein, keine Zeit, Mohammed bis Weltuntergang. Richtig. Und damit hast du gerade schon beantwortet, es spielt keine Rolle, ob wir 2023, 2030 haben oder so, es ist zeitlos gültig, hat er doch gerade auch bestätigt. Mohammed, darf ich kurz was einwerfen, Mohammed, warte mal kurz, ich wollte das nur kurz einmal vorlesen. Panzer der israelischen Armee haben offenbar den Strand von Gaza erreicht. Und der aktuelle Konflikt hat nach Anbarben der Hilfsorganisation Sales for Children's, mehr als 3200 Kinder, das Leben gekostet. Hamas meldet Gefechte, Israel, Raketenbeschuss aus dem Libanon. So, bitte, das wollte ich nur kurz vorlesen, aktuelle Lage. Woher liest du das vor, von den deutschen Medien? Ja, das sind halt aktuelle News. So, ich will damit nur sagen, Mohammed, Mohammed, ich will damit nur sagen, was du immer sagst, Hamas und so. Die Hamas wird gerade platt gemacht, die Panzer sind schon am Strand. Die Hamas ist Feierabend, gibt's nicht mehr, Ende Gelände, Ausland, Maus, Schicht im Schacht, fertig. Dieser Panzer, dieser Panzer an einer Grenze von Gaza, die sind da hingegangen, um Asylanten hinzubringen. Die sind gerade drinnen, drinnen sind die, die sind nicht draußen, drinnen, drinnen heißt innen drinnen. Nicht innen draußen. Ich habe gehört, du hast mich vermisst, Hoop. Okay. Soll ich jetzt raus? Nein, 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 du, du, du gehst. Nein, Sibum soll bitte hören, wie viel Qualitatives du hier beiträgst. Bitte bleib drin, Mohammed. Ich habe aber 60.000 Verlober jetzt, mein Account ist neu. Ja, du bist berühmt. Ja, aber du kannst jetzt Araber jetzt beitragen, ich muss sagen, egal, Gott, bitteschön. Oh, Jesus. Sibum, vielleicht möchtest du ja, Hoop, was fragen, das ist ja deine spezielle Freundin, ich weiß nicht. Nee, ähm. Sie hat mich gemeldet, warum hast du mich gemeldet? Jetzt heißt, das kommt die Bundesnachrichtendienst jetzt über mir, mit Hubschrauber oder wie? Ich habe dich gemeldet, was? Keiner hat dich gemeldet. Ich habe Mohammed gemeldet, das heißt, also kommt die Polizei gleich oder wie? Ja, gleich kommt CIA, Raketenangriff, was du erzählst? Also, Mohammed, lebst du im Hollywood-Film, was erzählst du ihr gemeldet CIA-Komm? Sag mal, bist du nicht ganz frisch, Mohammed, was ist denn los? Ich habe mich bei James Bond. Einfach ein bisschen sarkastisch. Sie hat mich gemeldet, was hat sie gemeldet? Ich habe gedacht, dein Account gemeldet, sorry. Ja, so hat sie geschrieben. Wer? Einer hat geschrieben im Kommentar, aber los, und los. Ja, die melden auch nicht, die melden alle, das ist nicht was Neues. Die melden auch mich. Aber warum, warum? Ich bin ja harmlos. Ich habe nichts getan, außer dass ich meine Wahrheit erzähle. Nein, du hast nur gesagt, 2027 ist Israel weg. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir den Adels traue. Nein, das ist eine Prophezeiung, hat er gesagt. Ja, warte mal, du sagst das kurz. Also, ich würde... Wie habe ich mich nicht als Jüdin? Ich bin Jüdin und ich fühle mich angegriffen davon. Lambo, rede einfach, sitz dich vor, ich rede einfach. Ganz kurz, ganz kurz. Hallo, hallo. Ich würde mich gerne verabschieden. Und ich möchte noch gerne einen Wunsch äußern. Ich würde mir gerne wünschen, dass man alle Geisen frei lässt und dass Israel und Palästina eine Einigung zum Frieden finden, weil ich bin für den Frieden, verhalte mich dementsprechend neutral. Und würde mir halt diesen Wunsch gerne in Erfüllung gehen sehen, dass alle Menschen eher aufeinander zugehen und nicht suchen die Punkte, die sie trennen, sondern die Punkte, die sie verbinden und wieder in ein vernünftiges Leben miteinander kommen. Das würde ich mir wünschen. Und in dem Sinne würde ich mich gerne verabschieden und allen noch einen schönen Abend wünschen. Ja, dir auch. Ja, super, danke, gleichfalls. Ja, mir sprechen die sogar die Neutralität ab, weil ich zufällig Moslem bin und menschlich das Ganze betrachte und gewisse Fakten nenne. Trotzdem glaubt mir keiner, dass ich neutral bin. Besonders Hob nicht. Überhaupt nicht neutral. Ich bin sehr neutral. Nein, ich habe in den Kommentaren gesehen, zu was du zugesagt hast. Bitte lüg bitte nicht. Was denn? Nenn ein Beispiel. Du hast jetzt was behauptet, dann nenn ein Beispiel. Da hat irgendjemand geredet so negativ und dann sagst du ja 100%. Der hat nicht negativ geredet. Ja, und dann die Leute, die die Wahrheit sagen, die die Geschichte erzählen, nee, der lügt, der lügt, der lügt. Was ist denn die Wahrheit? Guck mal, der Roy hat eben gesagt, Sibu, mach jetzt nicht einen auf Schlomo so rhetorisch. Das, was du Schlomo vorwirst, das musst du jetzt nicht machen. Okay, ich will mal eins sagen. Der Roy hat vorhin gesagt, ja, wer hat denn angefangen, jetzt ist der nicht da, aber ihr habt es ja befürwortet, dann hieß es, ja, Israel wurde von den Engländern geschenkt und darum geht es aber gar nicht, weil das, was man ihnen damals geschenkt hat, was du behauptest, entspricht ja trotzdem einer ganz anderen Landkarte, wie es heute ist. Das heißt, wir haben heute im Westjordanland oder sonst wo Siedlungen, die gar nicht israelisches Gebiet sind, die damals versprochen worden sind. Also es gibt international eine Entscheidung, es gibt Grenzen, es gibt einen Teilungsplan, es gibt ein Osloer Abkommen, es gab so viele Vereinbarungen, die die israelische Regierung nicht einhält und sich ausdehnt. Und das ist doch der Konflikt und das ist der Anfang des Konflikts, nicht dieser Angriff von der Hamas, weil ihr sagt, der Angriff von der Hamas ist der Beginn dieses Konflikts, das ist doch, dann seid ihr ja blind. Ja, aber warte mal, was willst du jetzt, was wir machen? Sollen wir jetzt alle nach hinten gehen? Ich möchte, dass du Neutralität warst. Du sollst einfach, aber das hast du schon mal gemacht, das muss ich zugeben. Du hast schon mal gesagt, ich bin total dagegen, dass Zivilisten sterben, dass Kinder sterben. Ja, bin ich ja auch. Das habe ich nicht vergessen. Bin ich auch die Mörderin oder was? Sehe ich so aus, als ob ich jetzt feiere? Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber ich kann dir eins sagen, sobald du, also ich hoffe und ich wünsche dir, dass du zur Einsicht kommst, dass du nicht der israelischen Armee nochmal zugehören möchtest, weil sobald man eine Uniform anzieht, für ein aktuell, Besatzungsmacht in den Krieg ziehen möchte, oder beziehungsweise... Sie hat doch doch geschrieben, sie möchte gerne der Armee nochmal beitreten, sie hat doch doch gerade gesagt. Ja, ja, ich werde... Ich hoffe, dass du die Einsicht hierhin hast. Weißt du, warum doch? Weißt du, warum doch? Freiwillig gehe ich da hin. Freiwillig gehe ich da hin. Wie bist du jetzt in die Armee? Ein wunderschönen guten Abend. Du bist am live, hast du Angst. Hier am live hast du schon in die Hose. Wie wirst du noch Armee gehen? In die Hosen. Sag mal, wer bist du, Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe meine Frage an Mohammed. Hallo, ihr Lieben. Mohammed, ich habe meine Frage an dich. Sag mal, warum schämt ihr euch eigentlich für eure Religion so sehr? Warum habt ihr nicht die Eier, warum habt ihr nicht die Eier, das zuzugeben? Du bist Salafist, du glaubst an Koran und Sunnah. Wer seine Religion verlässt, den töte. Warum hast du nicht keine Sachen zu sagen? Okay, stopp, stopp, Sonne. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. Stopp, stopp, stopp. Nix, stopp, stopp, stopp. Warum redet ihr um den Hosen? Ich habe doch bestätigt, dass es so klauer ist. Warum heuchelt ihr immer den Leuten etwas vor? Sag doch die Dinge, wie sie sind. Warum heuchelst du? Es ist doch ganz einfach. Warte mal, lass den doch mal aussprechen. Du lässt mich jetzt aussprechen und hältst mal dein Mund da oben. Okay, aber ich will drauf antworten. Du kannst dich jetzt mal stummen und warten, bis ich fertig bin. Man muss nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn man die Hadithe kennt, wenn man weiß, dass sie Sahi sind, wenn man daran glaubt und es jeden Tag praktizieren möchte, dann kann man das auch offen aussprechen. Dann braucht man den Leuten nicht irgendwelche Märchengeschichten erzählen. Warum habt ihr nicht die Eier? Was ist los? Warum schämt ihr euch so? Ich kann dir gerne meine eigene Religion. Ganz kurz, ich will nur Sonnenblume was fragen. Warst du die ganze Zeit dabei oder bist du erst jetzt gekommen? So circa eine halbe Stunde. Dann hast du ja mitbekommen, dass ich ihn gefragt habe wegen den ganzen... Ja, natürlich. Okay. Und da frage ich mich immer, die wissen es ganz genau. Die wissen es ganz genau. Kann ich darauf antworten. Aber er fragt doch Mohammed. Der fragt dich doch gar nicht. Die Frage war Mohammed gestellt. Also, ich antworte ja. Du sagst, warum schämt ihr euch nicht? Ich schämme mich gar nicht. Ich habe doch gesagt, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ja, ich stehe darauf, auf das, was Mohammed erzählt hat. Es ist mir egal, ob ihr einen verstanden oder nicht. Das, was Mohammed gesagt hat, ich stehe darauf. Wie kannst du behaupten, dass ich jetzt, weil ich Eier bin und dass ich schämme mich von meinem Islam? Wer sagt das denn? Jawohl, der Mohammed hat das gesagt. klar gestellt. Dir wurde ganz klar eine Frage gestellt. Du hast gesagt ihr, du hast nicht nur Mohammed gemeint, du hast ihn gemeint. Was passiert, wenn du deine Religion verlässt? Du hast geantwortet. Du musst sterben. Ganz einfach. Wer seine Glaube, den Islamglaube, den Rücken kehrt, laut Islam muss sterben. Siehst du, jetzt reden wir Klartext. Okay, Sonne, jetzt wurde gesagt auch. Habe ich vorhin auch gesagt. Warte mal, Mohammed, weil er ihr gesagt hat, möchte ich gerade mal auch was dazu sagen. Möchtest du jetzt mir erklären, dass wir jetzt, wenn jemand aus dem Islam austritt, dass wir vorhaben, ihn umzubringen oder was? Nein, können wir ihn ja nicht, weil es kann ich ja nicht anders. Warte mal, warte mal, aber 2027. Warte mal, warte mal, willst du mir erzählen, dass du, weil es in der Bibel so steht, eine Frau, die Ehebruch begeht, umbringst? Das tust du doch auch nicht, oder? Wenn ihr Deutschland habt, dann seid ihr befohlen, die Scharia einzuführen, dann müsst ihr das umdrehen. Moment, der hat gesagt, Sibum hat Verwarnung bekommen, Sibum hat Verwarnung bekommen. Was? Sibum hat eine Verwarnung bekommen, Einschränkung, ich muss ihn aufschleißen. die Leute sollen einfach wissen. Sonne, Sonne, der hat gesagt, der Mohammed hat gesagt, 2027, das steht im Koran, oder weiß was ich, in diesen einen Büchern, steht es, dass die Scharia, also dass Israel, Islam wird. Die ganze Welt. Ja genau. Ah, ganze Welt. Warte, natürlich auch, Deutschland wird eine Bundesrepublik, islamische Deutschland sein. Spielen die Champions Cup? Was heißt das dann? Ja, das Scharia, es kommt von Gott, nicht von uns. Warte mal, was passiert denn mit mir? Nix, gar nichts, wenn du ruhig und artig bleibst, kennst du Juden in den Glauben, kennst du Christen bleiben, passiert nichts. Warte mal, Mohammed, du kennst das doch selber, also, du kennst ja den, du kennst ja aus der Sunna, wo Isa kommt, er ist gekommen, um das Kreuz zu brechen und das Schwein zu töten. Ja, davon rede ich. Ja, wer ist das Kreuz und wer ist das Schwein? Also, warte auf, im Hadith steht drauf, als jemand hat Mohammed gefragt, was ist mit Jesus, da das immer noch liebt, was ist mit ihm? Das war die Frage an Mohammed gestellt und der Mohammed hat bei sich, bei eigenem Gott geschwört, dass Jesus, der Herr, der Sohn, der Heilige Mutter Maria, wird auf die Erde zurückkommen als Richter, tötet die Schwein, die originale Schwein und nicht die Menschen, tötet die Schwein, macht den Kreuz kaputt, wo er behauptet, wo man behauptet, dass er hingerichtet, er ist nicht hingerichtet, das war ausgeglichen mit jemand und in den Himmel gegangen, in den Pfad Himmel. So, und deswegen, Jesus liebt noch da und Mohammed, ich wöre bei eigenem Gott, dass Jesus wieder auf die Erde zurückkommt als Richter, tötet die Schwein, macht den Kreuz kaputt und macht die Jizia. Jizia heißt das Steuer, dass du nicht Muslim bist, du musst Steuer zahlen, wenn du, ob du willst oder nicht, irgendwie da stehst du, zahlst du Steuer und wenn du dich benommen hast, dann bleibst du Christ, wie du bist oder Juden oder wie auch immer, solange du bleibst. Das ist ein Hadith und das stimmt und das kommt noch. So Leute, wir sind der Gegenpart, macht die Kartoffeln voll, weil wir sind deutsche Kartoffeln, unterstützt bis hin. Ich sage nur eins und ich will es nur noch mal wiederholen. Wählt die AfD. Ja. Nee, wir wählen die Grünen. Ich wähle keine Grünen. Die sind scheiße. Sie haben meine Kinder gestohlen. Du brauchst doch gar nichts zu wählen. Warum nicht? 2027 passiert doch etwas. Ach so, bist du ein, dann ist sowieso Deutschland ist anderem, islamisches Land, anderem. Das wäre ich immer noch am Kopf. Gib Gas. Danke. Warte mal, Mohammed, du kennst das ja sicher aus Sahih Muslim, wo drin steht gewiss, die Zeit des Gebets wird kommen und dann wird Jesus, Friede sei mit ihm, der Sohn der Maria, herabkommen und sie anführen. Wenn der Feind Allah ihn sieht, wird er sich auflösen, so wie Salz sich in Wasser auflöst. Und wenn Jesus ihnen gegenüber steht, wird er sich nicht auflösen, sondern Allah wird sie durch seine Hand töten und er wird ihnen ihr Blut auf seiner Lanze, der Lanze Jesu Christi, zeigen. Also willst du mir sagen, dass Isa und Jesus derselbe sind? Ja, sicher. Und er wird ihn in Manar al-Bayza, das heißt das weiße Haus in Damaskus, treffen und er tötet ihn. Er löst sich nicht aus. Jawohl, Jesus ist das gleiche, Isa, ist das gleiche Christ. Ganz so, ganz einfach, sicher. Seit wann ist Isa, also Jesus, sorry, seit wann ist Jesus, der Nächstenliebe gepredigt hat im Christentum, der Pazifist war, ein Dschihadist, ein bewaffneter Kämpfer, der Leute töten wird, wie viele Leute töten wird und ihnen das Blut zeigt, womit er Leute gestochen hat? Nein, er ist Kämpfer bei Gott und nicht bei Hamas, ja? Also er hat mit Hamas nichts zu tun und mit keinem, nicht bei Hamas. Apropos, Hezbollah, Hezbollah ist ja die Partei Gottes. Das ist Teruah. Wer sagt das? Wer sagt das? Ich kann dir gerne zeigen, warum steht drin, die Hezbollah ist, das ist die Partei Gottes, kann ich dir gerne auch zeigen aus dem Koran. Nein, du hast falsch verstanden. Entschuldigung, du hast falsch verstanden. Hezbollah heißt das Name, also ich heiße, ich will, ich habe eine Partei, die heißt Grün und die Partei heißt AfD und der hat ein, ein Partei heißt Gott. Die haben ein eigenes Gott, aber eigentlich haben mit Gott nichts zu tun. Das sind nicht weiter als Verbrecher kriminelle Idioten. Mohammed, ich habe eine Frage an dich. Mit mir. Findest du, findest du das gut, dass das passiert mit der Scharia, dass sowas passiert? Ja, natürlich. Das Scharia leitet uns ein schönes Leben. Scharia bringt uns in Ruhe. Scharia garantiert die Sicherheit. Scharia schmeißt diese Terroristen mit Panzer und Soda weg. Wir können lieben Frieden. Du kannst in deinem Haus als Juden oder Christen oder Muslim machen, was du willst. Scharia ist das Beste. Ich rate euch gleich, die Scharia anzunehmen, bevor sie kommt. Schick mir ein Formular. Moritz, das ist doch wunderbar. Da hast du doch einen, Moritz. Das ist doch ein Formular. Dann können wir gerne mal das Formular. Schick mir bitte ein Formular. Du kennst das ja aus dem Koran, Surah 9, Vers 111. Allah hat den Gläubigen das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache. Sie töten und werden getötet. Kennst du ja. Pass auf, Du hast falsch verstanden. Also, dieses Paradies, Geschenk für die Kämpfer. Und Kämpfer heißt das nicht einfach auf die Straße gehen und die Leute töten in Ungerechtigkeit und einfach massakieren. Das ist, das ist ein Kind. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine Fisabilila auf dem Weg Allahs. Fisabilila, ja. Und die sind nur, Fisabilila heißt das Gerechtigkeit und nicht einfach jemanden, der friedlich ist in seiner Wohnung, einfach das Haus bombardieren und ihn töten. Das geht ja nicht. Das ist Fisabilila. Also sagen wir jetzt mal so, ich frage dich jetzt mal, ich bin jetzt Islamkritiker oder machen wir es noch einfacher. Ich sage jetzt zum Beispiel, Mohammed war schwarz. Was ist die Strafe, die ich dafür bekomme? Mohammed war schwarz? Wenn ich diese Aussage mache, was ist das, was ich dann als Strafe bekomme? Gar nichts. Also das hast du ihnen, also das ist, es gibt, wenn du den Hadith doch selber, in einem Hadith steht, wer behauptet, Mohammed war schwarz, der soll getötet werden oder wer Mohammed beleidigt, der soll getötet werden. Es gibt wie viele Hadithe darüber? Nein, pass auf, pass auf, die Hadithe gibt es viele, habe ich, ich sage es wiederholt. Die Hadithe bei Sufisten, nicht wie bei Salafisten und bei anderen Buddha. Es gibt viele Tausende von Hadithen. Ich kann sie nicht alle erkennen und ich kann sie nicht alle ablegen. Aber wer Mohammed beleidigt, darf nicht sterben. Das steht nirgendwo drauf, in Wahrheit, in wahrer Hadith. Sondern er macht eine Sünde und Gott bestraft ihn, nicht ich. Also wenn er sagt, guck mal, wir sind hier am Livestream, wie viele Leute haben Mohammed beleidigt. Also Sahih-Hersen sind nicht richtig. Sahih-Hersen sind nicht richtig. Pakistan werden Leute wegen Blasphemie dauernd umgebracht. Aber das hat Mohammed gesagt. Ja, aber Mohammed hat dir gesagt, was die Tafsir steht. Aber du musst nach Koran und Sunnah gehen. Verstehst du? Sunnah und Koran gehen. Aber warte, aber Mohammed glaubt daran. Ja, er macht viel daran. Ja, dann komme ich nicht an mich, weil ich daran glaube. Ich dachte, ich bin hier in einem Freiheitsland. Meinungsfreiheit, oder nicht? Du kannst doch sagen, was du willst. Ich sag ja nicht. Also steht im Koran, tut ich, ich schweine mir, 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 Mohammed und Mohammed. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Zweimal werden die, die israelische Volk, höher gehen an die Welt. Seit Moses, der Prophet Moses ist schon vorbei. Das zweite Mal, jetzt schon, haben die ganze Welt in der Hand. und werden die Kämpfer jetzt rasserstreiten gegen den Kämpfer hinter den Mauer, was die gebaut haben. Da steht, 100 Prozent im Koran, können sie lesen selber und wissen, was bedeutet das. Was bedeutet das? Das werden die jetzt kämpfen und bis Ende gewinnen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, warte, 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 dass ich verstehe. Hamas wird gewinnen, weiter. Nicht Hamas, Islam. Islam. Islam wird gewinnen. Wie meint ihr das? Und dann, warte, Moment, ich will hören, was passiert dann? Und dann, dann kommt die Scharia. Nein, da kommt nichts mehr, außer die Ende der Welt. Da gibt es sieben, achkieler, sabal, kabar, abejin, also, achkieler, auf Deutsch. Wieso, wenn Islam regiert, wird Ende der Welt sein? Warum? Ja, weil ist der Film, wenn der, wenn der Schauspieler der Hauptschadar-Stelle steht, dann braucht der Film nicht mehr weiter zu stehen, oder? Ja, okay, aber... Warte mal kurz, dann können wir gerne mal darauf eingehen. Mohammed selber hat gesagt, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilala ilala. Dann ist ihr Eigentum und ihr Besitz von mir sicher. Ja, wenn du sagst, la ilala ilala, komme ich niemals nach dir und tue ich dich etwas an. Also, wenn ich dann natürlich das, das, das macht habe. Ja. Okay. Also, ich möchte mal so, so zu was sagen, also, das ist zwar vielleicht bei Ihnen so, aber da gibt es ganz viele andere, die das nicht so sehen. Was sehen? Wen meinst du? Naja, die das nicht unterschreiben, was sie jetzt gesagt haben. Die, Ich habe viel gesagt. Was meinst du mit mir? Ja, das, was sie gerade eben gesagt haben. Sag ihnen noch mal was genau, weil, naja, das, sie wurde befohlen, gegen die Menschheit zu kämpfen. Bis sie sagen, la ilala ilala, eine Aussage von Mohammed. Ja, aber, das ist ein Hadith, das ist feste Hadith. Wer weiß, la ilaha illallah, Ali ibn Abi Talib, der, 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 der Schwiegersohn von Mohammed und Cousin, hat jemanden töten wollte und dann, und dann hat er, oder hat ihn getötet und dann kam Mohammed und sagt, warum hast du ihn getötet? Der hat doch, la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah gesagt. Dann sagt er, nein, lieber Mohammed, er hat das nur gesagt, damit er sich, die Strafe entkommen. Dann hat er gesagt, woher weißt du das? Hast du sein Herz geschnitten? Hast du in seinem Herz reingeschaut? Und das ist, deswegen ist es falsch. Wer sagt, la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, der ist Muslim, ob wir wollen oder nicht. Wir können sein Inneren nicht schauen, wir können sein Gedanken nicht lesen. Also wir müssen ihn akzeptieren als Muslim. Und, und wenn Christ oder Jude, kann er auch bleiben, aber wenn er, wenn er sich benehmt, kein Problem. Herr, Abahman, wegen dem Juden. Halt unter dem Status. Er hat halt nicht dieselben Rechte. Er ist halt kein Muslim und somit Jude und Christ das ist Dimi. Und was ist mit den Götzendienern, mit den Mushreks? Haben die recht, Dimi zu zahlen? Wer, wer, wer haben sie recht? Mit den Götzendienern. Haben die Mushreks, dürfen die Jizia zahlen, ja oder nein? Nein. Ah. Also mit den Götzendienern, beziehungsweise den Ungläuten, den Heiden, bleibt nur entweder der Tod oder die Konvertierung zum Islam dann. Ja. Okay, dann kannst du mir bitte erklären, wo in diesem Ganzen, was du da erzählt hast, ist der Islam friedlich? Da musst du bei Salafisten Bücher lesen. Aber das ist doch nicht friedlich, wenn man keine Wahl hat. Hör mal, du kannst mich die Zionisten und die Juden begleichen halt. Es gibt, natürlich, es gibt Jude und es gibt Zionisten. Ich bin Zionist. zwei verschiedene Sachen. Nein, es gibt nicht zwei verschiedene Sachen. Doch, natürlich. Ja, natürlich. Okay, wie viele Prozentsionisten gibt es und wie viel Prozent Juden, wie ihr sagt, gibt es? Keine Ahnung, wir reden nicht über Prozente. Aber ich weiß, wie viele Prozente, weiß ich nicht, aber definitiv steht drauf, oder es ist so, Jude ist eine Glaube und Zionisten ist eine terroristische Grube. Was hat das damit zu tun? Genauso wie bei uns. Wir haben Al-Qaida und wir haben Islam. Wir haben ISIS und wir haben Islam. Was haben wir mit denen? Also müssen die gleich Muslime sein? Nein. Okay, warte einen Moment, das heißt, ich bin ein Terrorist. Ja, bist du. Wenn du Zionist bist, dann ja. Okay, dann bin ich ein Terrorist. Aber eine nette Terroristin. Oh, oh. Also, warte mal, ich würde dich gerne mal kurz was fragen. Warte mal kurz. Das ist aus Suche 9, Vers 38 bis 41. Ich werde mal gerne deine Interpretation hören. Ihr Gläubigen, warum lasst ihr den Kopf hängen, wenn euch zugesagt wird? Rückt aus und kämpft um Allas Willen. Seid ihr denn mit dem Diesseitigen eher zufrieden als mit dem Jenseits? Die Nutznießung des Diesseitigen Lebens hat doch im Hinblick auf das Jenseits nur wenig Bedeutung. Wenn ihr nicht auszieht, wird er euch mit schmerzlicher Strafe bestrafen und wird euch an eurer Stelle ein anderes Volk erwählen und ihr werdet ihm gewiss keinen Schaden zufügen. Und Dallahat macht über alle Dinge. Wenn ihr ihm nicht helft, so wisset, dass Allah ihm damals half, als die Ungläubigen ihn vertrieben haben, wie sie da beide in der Höhle waren und er sie zu begleitern sagte. Sei nicht traurig, denn Allah ist mit uns. Da ließ Allah Frieden auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht zart, und erniedrigte das Wort der Ungläubigen und Allas Wort allein ist das Höchste. Und Allah erhaben ist allweise. Was sagst du dazu? Ich sag ja ganz gut. Und zwar, ich gebe dir das beste Beispiel. Das ist wie Hamas und dieser Verräter Abbas und sein Vater Partei. Das sind die Terroristen und das sind diejenigen, die den Kopf hingen und das sind diejenigen, die unter die Füße von Israelis gingen und deswegen, die sollen sich schämen. Aber Hamas hat das nicht zugelassen, sondern sie haben das nur mit Aufruf nachgekommen. Ja. Also ich muss wirklich sagen, also ich bin schon schockiert, wie viel demokratiefeindliches und raditales Gut in unserem Land im Umlauf ist. Schick mich nach Hause, aber bitte gib mir meine Kunden und ich geh nach Hause. Was brauchst du? Ich finde nur eine Sache, also ich finde schon, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr ist und ich glaube, wir kommen nicht umher, irgendwann mal endlich diesen politischen Islam zu verbieten in Deutschland. Das wäre unsere Lösung. Nein, Quatsch. Das einzige Weg ist der Islam, glaub mir. Aber wenn ihr mich rausschmeißen wollt, dann bitte gib mir meinen Fieber. Wo sind denn deine Kinder? Wo sind deine Kinder? In Oberhausen. Was machen die da? Ja, weil die Bundesregierung in Deutschland hat sie gestohlen, nachdem sie mir in den Knast eingestellt. Ja, 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 ja. Mohamed, nur mal kurz Frage, was würde der Bundesregierung in Deutschland denn nach der Scharia für diesen Diebstahl drohen? Die gehen alle in den Knast. Du weißt, dass man für den Diebstahl einen Tanzabgang hat. Mohamed, also so wie du denkst, so wie du denkst, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Kinder von dir will. Also wenn ich der Chef der Scharia sein soll in Deutschland, allererstes Gesetz werde ich erlassen, dass die Frau Merkel mit Handschellen abgeführt. Nein, als erstes, als erstes, Mohamed, musst du zu mir kommen. Löwenherz verhaften. Schlimmer Hetzer. So vom Löwenherz verhaften. Nein, du bist auch hier. Okay, danke. Ja. Also verhaften ist noch gut. Ich habe gedacht, Kopf ab. Nein, 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 also das Kopf ab, es tut sowieso nicht weh. Also nicht Lumi. Nicht Lumi. Nicht Lumi. Nein, nein, wenn er kommt, ich sage dann ja la 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 lida la. Dieses Ding des Lalalala. Genau, also wenn wir sagen Bismillah auf Gottes Name und die Messe durch, da passiert nichts. Besser als erschießen und Operationen. Wunderbar. Wunderbar. Leute, teilt den Stream, liked den Stream, gebt mal ein bisschen Gas, wir sind hier für euch 98 Stunden online, macht mal ein bisschen mehr. Oh, bitte. Danke für deine Ausgabe. Warte mal, wie einer hat mich immer wieder gefragt über den Witz, den ich gemacht habe. Einer fragte mich, was ist der Ehevertrag mit meiner Frau, den ich gemacht habe? Darf ich Ihnen antworten? Es ist zwar zum Lachen, aber er nervt mich. Der schreibt immer wieder. Also, ich habe einen Ehevertrag mit meiner Frau gemacht, jawohl, und im Ehevertrag steht drauf, dass sie kein Auto fahren darf. Und sollte sie Auto gefahren ist, dann ist dieses Ehevertragsgesetzverstoß. Und somit, dann ist sie automatisch geschieden, dann muss sie ganzer komplette Geld an mir wieder zurückzahlen, was sie bekommen als Belohnung, als Ehe. Moment, ich habe eine Frage. Moment, ich habe eine Frage. Dürfen Frauen im Islam Auto fahren, oder ist es verboten? Nein, das steht nicht drauf, definitiv im Hadith oder Koran, dass sie nicht machen dürfen. Nein, darum geht das nicht. Der Islam hat sie niemals verbietet, Auto zu fahren. Definitiv nicht. Moment, Moment, der Islam, der Islam ist doch friedlich, oder? Der unterdrückt doch keine anderen, oder? Nein, er ist doch friedlich. Ja. Sehr gut, danke, du wolltest nur einmal fragen. Wunderbar. Und dann, und dann, und dann, habe ich dann im Ehevertrag, im Ehevertrag steht drauf, dass ich kein Auto fahren darf. So, und er sagt, was ist, wenn du in Zuhause bist und du bist krank und du musst in ein Krankenhaus geliefert muss? Dann habe ich gesagt, meine Frau, trotzdem darf sie mich nicht in ein Krankenhaus liefern, sondern einfach auf dem Sofa liegen lassen, stebe ich lieber auf dem Sofa anstatt im Verkehrsunfall. Mohamed, Mohamed, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, du hast gesagt, die Grüne, wer hat weggenommen, die Grüne Regierung, haben deine Kinder weggenommen? Nicht die Grüne Regierung, sondern die Bundesregierung. Ah, okay, weil, ja, die ist ja auch grün, aber da musst du aufpassen, weil wenn Ricarda Lang zu dir nach Hause kommt, die isst dein ganzes Essen weg. Die klaut dir deine Bürger, alles. Du musst echt aufpassen. Die ist halt gefährlich. Also grün, war, schwarz, ist mich das egal. Das ist alles Banane. Ja. Gut, dann warten wir jetzt auf die Scharia. Das Ding ist halt, Mohamed, wir haben jetzt vor kurzem ein Gesetz, wurde hier in Deutschland erlassen. In dem Gesetz ging es darum, dass Ehen, wenn zum Beispiel aus dem Ausland Kinderehen geschlossen wurden, dass die hier in Deutschland, wenn die Frau 18 Jahre alt wird, zurück zu ihrem Mann geführt wird. Also der, je nachdem schon wie viel älter ist, aber die Frau soll dann zu ihrem Mann zurückgeführt werden, wenn sie das 18. Lebensjahr erreicht hat. Meines Wissens, laut Scharia, darf man eine Frau heiraten, wenn sie pubertäre Anzeichen zeigt? Heiraten, es gibt es im Islam niemals ein bestimmter Alter, sondern wenn die Frau ist reif, Sexualität anzunehmen und geschädigt. Ja, also das heißt, Baby mit einem Jahr natürlich wird sie nicht, weil sie stirbt. Es gibt Mädchen mit 12 Jahren, siehst du sie, zwei Meter breit, mal zehn Meter, was weiß ich. Bei ihr, wenn es ein Dreck reinkommt, passiert nichts. Also es im Koran steht nicht drauf, in bestimmter Alter. Also du kannst heiraten, wenn du dich mehr, wenn du, wenn das Mädchen ist reif genug und der eigene Papa ist einverstanden, dann ja. Aber wieso meckert ihr Deutschen? Ausgerechnet die Deutschen meckern das. Ich habe eine Frage, wie alt war Aisha als die Ehe vollzogen wurde? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Sie waren neun Jahre. Der Hadith ist mit neun Jahren, mit sechs wurde die Heirat vollzogen und mit neun hat Mohammed sie mit ihr den Sexualakt vollzogen. Das ist in den Hadithen so einhörig überliefert. Nein, das stand nicht. Doch, das stimmt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, dann lass die Hadith auf. So wie ich weiß, mit 13. Nein. Mach die Hadith auf. Hadith habe ich jetzt nicht. Ne, Moritz, hast du die Hadithe? Ich habe die alle da. Ich habe sogar auch da, dass sie in dem Alter noch mit Puppen gespielt hat und ihre Mutter sie sogar noch mit Datteln gefüttert hat, damit die überhandelskörperlich reif dafür war, dass sie nicht stört. Das stimmt nicht eigentlich. Also wie ich weiß, mit 13. Aber Mohammed, wir gucken jetzt, was in der Hadith steht. Mit 13, ja. Wir gucken, was da steht und was da steht, ist ja die Wahrheit. Brauchst du nicht gucken. Also wenn Mohammed das gemacht hat, dann Mohammed mich strafft. Warum, 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 wollt ihr mich zum Rechenschaft ziehen? Nein, das stimmt doch gar nicht. Wir sagen doch, dass du das mit Zeug bist. Die Hadith, die sind nicht alle richtig. Gibt es auch von, äh, gibt es Israels Hadith. Das heißt, du wolltest ja den Hadith haben. Also fangen wir mal an mit Sunan Anasai. Aisha war sechs Jahre alt bei der Heirat. So, es wurde überliefert, das Aisha sagte. Die Gesandte Allahs hat mich geheiratet, als ich sechs Jahre alt war und er hatte Ehe mit mir vollzogen, als ich neun Jahre alt war. So, jetzt nochmal Sunan Abidawud, 2.121 von Aisha auch. Der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich sieben Jahre alt war. Die Erzählung Suleiman sagte, sechs Jahre. Er hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich neun Jahre alt war. Wer ist Suleiman? Wo ist Suleiman? Wer ist Suleiman? Doch, doch. Den gibt es, den gibt es, aber das stimmt nicht. Und ihr verwechselt zwischen Heiratsvertrag und Versprochen. Es gibt Versprochen und es gibt ihr Vertrag. Also das heißt, es ist immer noch Tradition in Arabien, wenn ich jetzt sitze, ich nicht, aber angenommen, ich habe drei Mädchen und plötzlich kam ein Besuch, der Sohn von Löwenherz und der hat dabei den Sohn und den Sohn habe ich gesehen, wie er artig. Dann sage ich, hey du, der Sohn von Löwenherz, ich verspreche dir, meine Mädchen ist vor dich, wenn du alt bist. Das ist ein Versprech. Und wenn sie alt ist, dann halte ich mich an meinen Versprechen und gebe ich ihnen, ich darf das nicht so. Das ist ein Verspruch, aber es ist kein Ehevertrag. Da wird nicht gesprochen von Versprechen, da wird davon gesprochen, dass die Ehe vollzogen wurde, als sie neun war. Ja, aber es ist kein, darf sie niemals in sie dringen, bei neun. Das glaubst du selbst nicht. Aber es steht auch eindeutig unter der Sunde drin und wir wissen, dass Aisha als Mohammed starb 18 Jahre alt war. Das heißt, sie war neun Jahre seine Frau, das ist überliefert und mit 18 ist Mohammed gestorben. 13. Ja, guck mal, ich kann dir verschiedene saudische Gelehrte zeigen, die ganz klar sagen, dass sie neun Jahre alt war. Gut, also ich möchte auch nicht bestätigen, nicht definieren und nicht ablehnen. Keine Ahnung. Also ich bin kein, also richtig Islam überhaupt, damit ich euch das erzähle, weiß ich nicht. Nein, nein, aber als Salafist bist du ja schon sehr nah dran. Das heißt, du kennst dich damit aus, du bist praktizierender Muslim, das heißt, du bist kein Moslem, der einfach sagt, hier, ich bin Moslem, aber du praktizierst nichts davon. Und das ist ja eben der Punkt. Mohammed muss ja jetzt vorsichtig sein, dass er nicht seine eigene Religion verlässt, dass er nicht da selbst ungläubiger wird, wenn er die Hadithen ablehnt. Der lehnt er dich ab, er hatte keine Ahnung davon. Ich habe gesagt, ich bestätige mit dem, nur noch ablehne. Also gibt es auch die Christen, die haben keine Ahnung von eigener Religion. Verstehst du? Warum lenkst du denn jetzt ab? Wir waren noch nicht bei dem Thema. Also wir können aufs Christentum, können wir später gerne dazu. Mohammed, also ich kenne ja das Thema, du kennst ja die Muterehe. Die ist in Schia, ist das meine ich erlaubt. Meines Wissens, Mohammed hat dreimal die Muterehe verboten und dreimal hat er sie wieder erlaubt. Muterehen zum Verständnis ist die Ehe auf Zeit, das heißt Prostitution. Nein, das hat er nur einmal genehmigt und das war im Kriege. Viele Leute gehen in Kriege und hat das erlaubt und später, nach einer bestimmten Zeit, er hat das verbietet, aber natürlich er redet nicht von sich selbst, sondern über Gott, über Gabriel. Wenn Gabriel, der Engel, kommt zu ihm und erzählt ihm, was er sagen soll. So, Mohammed hat das verbietet, Ali war nicht dabei. Die Rede von Mohammed, immer wenn er redet, in einem bestimmten Ort, kann nicht angehen, dass die sämtlichen Islam und Sahaba dabei sind, an bestimmten Menschen da waren und Menschen nicht. So, Ali war nicht dabei, als Mohammed hat das verbietet und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Krieg vorbei, jetzt ist kein mehr, solche Sache. Also darf man niemals mit einer Frau ins Bett gehen, die ist nicht ihr, seine Ehefrau. So, und hat das verbietet, aber bei Schiiten, weil die Iraner wollen gerne solche Sache, Prostitution. Deswegen haben wir gesagt, dieser Hadith stimmt und Mohammed hat das nicht verbieten, also komm, lass uns flügeln, das geht nicht. Naja, aber ich sag mal, mit der Ehefrau stimmt, aber es gibt auch eine Ausnahme meines Wissens und da möchte ich mich gerne auf den Koran, Surah 4, Vers 24 beziehen, wo eindeutig drin ist, auch in dem Tafsir von Ibn Kafir, wo drin steht, man darf mit verheirateten Sklavinnen, die die rechte Hand besitzt, also die man besitzt, Geschlechtsverkehr, selbst wenn sie verheiratet sind, da kann ich auch gerne, ja, und Das ist was anderes, Mann, komm, der andere heißt Mutter, bespaßen, und hier ist es was anderes, ja, hier ist es, die lebt bei ihm, bei ihm zu Hause, sie gehört zu ihm, das ist nun mal so, und darf mit ihr, aber nicht einfach verspaßen und sagt, jetzt schlafen und tschüss, jetzt gehe ich zu meiner Frau, nein, darf sie heiraten, bei sich zu Hause und mit ihr Sex machen, auch wenn er eine andere Frau hat, deswegen darf er vier Frauen, aber er kann nicht sagen, komm, lass uns in den Bett gehen und morgen früh tschüss, nein, steht nirgendwo drauf und hat er niemals gesagt und die werden auch niemals beobachten. Nein, nein, das hat ja mit der Mutter insofern nichts zu tun, weil Sklaven ist ja Leib-Eigentum, die man als Kriegsbeutel oder so bekommen hat, die gehört ihm ja dann. Moritz, ich will ganz kurz was einwerfen, Moritz, ganz kurz, also Leute, die hier drin sind, wir machen das jetzt mal anders, das ist tatsächlich ganz einfach und super easy, was euch gar nichts kostet, auch kein Liken, nichts, spenden, gar nichts, ihr geht unten auf den Pfeil und dann seht ihr eure ganzen TikTok-Freunde in einer Leiste, ihr macht einfach die ersten 10 und teilt das einfach, ihr müsst nicht bei WhatsApp oder so, sondern macht einfach alle die ersten 10, damit unterstützt ihr uns, wenn euch der Stream gefällt, macht das einfach, einfach die ersten 10 anklicken und auf Teilen klicken, dann kriegen die bei TikTok eine Nachricht, Moritz, ich kann die unterstützen, wenn ich Livestream gehe, ungefähr bei mir 3000. Ich habe eine Frage, Mohamed, kannst du mir bitte 100.000 Coins jetzt schicken, ich bin ganz arm, also ich sage mal so, 5 Löwen, kannst du mir 5 Löwen schicken? Löwen, woher? Mohamed, das war ein Brass. Mohamed, ich habe das letztens im Tafsir gelesen, dass Ibn Ahmad berichtete, dass Abu Sa'id al-Khudri sagte, wir nahmen einige Frauen aus der Gegend von Avtas gefangen, die bereits verheiratet waren und es gefiel uns nicht, mit ihnen sexuelle Beziehungen zu haben, weil sie bereits Ehemänner hatten. So fragten wir den Propheten über diese Angelegenheit und diese Aya wurde offenbart. Verboten sind auch Frauen, die bereits verheiratet sind, außer denen, die eure rechte Hand besitzen. Folglich hatten wir sexuelle Beziehungen mit diesen Frauen. Dies ist der Wortlaut, der nach Atirmedi, Anasai, Ibn Jariah und Muslim in seinem Sahih gesammelt wurde. Ich sag nicht zu. Ich darf nicht lügen. Und ich will das nicht lügen. Nee, kann ich verstehen. Ja. Aber nochmal, wenn du willst, ich gehe immer Live-Sendung und wenn ich gehe, da habe ich 3000 Leute ungefähr. wenn du raufkommst, hallo Murmel sagst, ich sag die Leute, dass sie dir folgen, aber viele sind, also nicht viele, nicht alle, viele Araber sind und die sprechen Arabisch und Deutsch. Wenn du willst, kannst du gerne, wenn du mich schießt. Murmel, ich will nicht gejagt werden, also nicht, dass sie mich dann alle jagen, also nicht, wenn die mir alle folgen. Nein, ich jäge meinen Kunden, mein Verlober doch nicht. So, wunderbar. Du bist herzlich willkommen bei mir zu Hause, wenn ich am Livestream, schick mir einfach Murmel, ich will im Livestream kommen und ich hole dich hoch und ich sage, meine Verlober, dass sie dich alle folgen, kein Problem, das machen die auch, die hören auf mich. Wunderbar, wunderbar. Ehrlich zu sagen, ich werde ihn blockieren. Wunderbar, du willst mich blockieren. Da, jetzt ist mein Leben vorbei, schade, dass du das machst. Wieso willst du blockieren? Warum magst du mich nicht? Ich hab dir doch gar nichts getan. Wir waren doch so nett zu dir. Ich meine nicht du, ich meine den Livebesitzer. Löwenherz, ja, schade. Ja, Löwenherz, ja. Obwohl, obwohl du bist Palästina und da drunter unter dir die Juden, dann normalerweise musst du die nicht blockieren. habe ich vorhin auch gesagt. Du musst ein bisschen unterschiedlicher zwischen Juden und Zionisten. Okay. Dankeschön. Dankeschön für eure Ehrlichkeit, das schätze ich. Ja, ich sage, wegen dem Livebesitzer zu haben, der will vorbeikommen mit seinen Pfannen und das wird uns nicht in Gefahr. Man hört dich nicht. Lauter bitte. Ich komme mit meiner Fahne, bitte was? Werden wir damit nicht einverstanden, ehrlich gesagt. Okay. Mit der Fahne? Ja. Mit der schönen Fahne? Mit Scheißfahne. Ja, aber guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, sowieso 2027 kommt die Scharia in der ganzen Welt. ist doch ganz ehrlich, ist doch schon egal. Ist doch egal. Willst du, 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 willst du die Zeichen dafür? Willst du die Zeichen dafür? Geh mal in meine Seite und schau mal, was ist eine Eingabe mit eurer Flagge gemacht. Schau mal, geht in meine Seite. Warum? wir können um Geld retten, wenn du willst. Ich würde gerne mit dir retten. Bitte? Lange lebe Israel. Lange lebe Israel. Geht auf die Knie. Lange lebe Israel. Wunderbar. Lange lebe Israel. Wunderbar. Lange lebe Hamas. Lange lebe Israel. Ich bin ja auch ein Terrorist, also. Ich bin auch ein Terrorist. Du hast das gesagt. Israel interessiert mich nicht, Palästien, das interessiert mich auch nicht. Weißt du, was mich interessiert? Geld. Macht. Das ist meistens hier in Deutschland und was los ist. Oder was die Demos machen, mach ich niemals. Ja, wenn du Geld hast, wirst du niemals machen, als der Asylbeantragter in Israel. Niemand würde Demos machen, ich wüsste ja. Aber wir geben dir Geld, dem Gegenzug gehst du Krieg machen. Lange lebe Israel. Geht auf die Knie. Wo kriegt man? Dann geht er hin. Warte, dann geht er hin. Wo? Willst du ihn bezahlen, dass er zu Hamas geht? Ich will Geld. Ich will Geld. Nein, nein, nein. Ich will das Geld, was ihr habt. Ich besorge gerade einen Job. Warte mal. Nein, ich will das, was ihr habt. Geld. Die Israelis geben Job für alle Leute, die Krieg machen. So wie jetzt die Franzosen. Israel interessiert mich nicht. Israel interessiert mich nicht. Aber sie geben dir Geld. Du hast gesagt, du stehst auf Geld. Ich will nur Geld. Ich will nur Geld. Du musst nach Dubai gehen. Du musst nach Dubai gehen. Du weißt nicht. Erdogan, Erdogan. Erdogan auch. Erdogan nimmt Du Geld. Erdogan, Erdogan ist schlau. Wir haben jetzt die Demo lang lebt. So lassen. Zu sagen. Erdogan ist einfach nur ein anderes Spitz, was mehr nicht. Jetzt erlauben sie dir. Guck mal, die Hamas sucht noch Leute, die versprechen dir, die geben dir ungefähr 10.000 Euro. Wir haben 2015 in Syrien über eine Million Menschen ermordet wie Kühe, abgeschlachtet. Keiner Demo gemacht. Keiner Demo. Stimmt. Bevor ich jetzt weggehe, bitte mach mal eine Umfrage an die Leute, Hamas oder Israel. Siehst du, aber sie sollen Wahrheit sagen. Mach mal eine Umfrage. Aber schreibt Israel Terror, weil ich bin ja Terror. Mach mal eine Umfrage und frag die Leute. Aber bitte, seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Beschreib nicht auf. Warte, warte, warte. Wenn du schreibst Hamas oder Israel. So Leute, so Leute. Lach, smiley Israel. Weine, smiley Hamas. Lach, smiley Israel. Weine, smiley Hamas. Ich will nur Geld. Ich will Mas. Das geht nicht. Das geht nicht. Lach, smiley Israel. Weine, smiley Hamas. Wir haben es nicht. Warte mal bitte. Du hattest einfach anders. Valdina und Hamas sind zwei verschiedene. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Jalla, ich glaube, das sieht nicht gut aus für die Scharia in 2007. Außerdem, außerdem, die viele haben zweimal gedrückt. Was soll ich heiße? Ich habe auch gesagt, das ist Ende. Gibt's kein Scharia mehr. Genau. Viele haben zweimal gedrückt. Gibt's nicht. Nein, ich glaube, gehen nur einmal. Du kannst nur einmal. Hema, ich will es dir sagen, arabische Länder ist Tuk Tuk verboten momentan. Deswegen, die kriegen wir auch keine Punkte. Für mich ist das hier wie die deutsche Wahl. Alles manipuliert. Genau. Aber Mohamed, warum musst du denn weg? Warum willst du nicht bei uns bleiben? Ich will es nicht. Ihr seid ganz liebes Volk, aber das ist die die deutsche Stadt. Nein, ich meine hier im Stream. Hier im Stream. Warum willst du nicht hier im Stream bleiben? Warum willst du weg? Irgendwann, man muss sich öffnen. Nein, Mohamed, ich will nicht, dass du gehst. Guck mal, ich will, dass du bleibst. Bitte. Bitte, du bist so sympathisch. Das ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Ja. Ich hoffe nur nach diesem Livestream nicht, dass die Bundesnachrichten in die Tür stehen. Nein, die kommen nicht mehr. SEK, Mossad, alle kommen. Aber Mohamed, Go Sport, Go Sport ist dran. Ich höre schon. Ich meine, willst du von den Live-Besitzungen von den Mädchen hören oder von den hier, was sie schreiben unten? Geh überpust dich nach deiner Heimat und so, wie weiß ich. Was sagst du? Ich habe auch nicht verstanden. Ich muss lauter. Okay, Abou Ahmad, ich will mit den Arabischen sprechen. Ich sage, ich will mit den Kommentaren und den Kommentaren in der Ingele. Ich sage, ich will mit den Amin Arud. Genau. Ihr seid herzlich willkommen. Halleluja. Bleib hier. Und im Kommentar sagen, er sollst weg. An wen soll ich hören? Wer sagt, du sollst weg? Hier am Kommentar. Nein, nein, nein. Das ist egal, was die schreiben. Du bleibst. Kommentar, bitte jetzt, sag mir, gehen oder bleiben? Mach mal die Umfrage an, bitte. Danke. So, Leute, Moment, wir machen eine Abstimmung. Lachen, das Miley, Lachen, das Miley, soll Mohamed bleiben? Weil, das Miley, soll Mohamed den Stream verlassen? Lachen, das Miley, Mohamed bleiben, weinendes Miley, Mohamed verlassen. Ich schwöre euch, dass ich nachkomme, egal was der Ergebnis, auch wenn es Videobundesregierung zu wahlen. ich habe mal eine Frage an dich. Wie geht es denn den zwei Millionen Arabern in Israel? Was ist mit dem zwei Millionen? In Israel leben zwei Millionen. Ich gehe kurz raus, ich habe eine Nachricht bekommen von Dings. Okay? Aber was ist mit dem zwei Millionen? In Israel leben zwei Millionen Araber. Wie geht es denen? Wie geht es denen? Die sind doch zufrieden dort. Ja und, komm mal her, gib mir dein Land und ich werde dir auch Geld geben. Kein Problem. Wenn du dort in Israel Zahnarzt bist oder es gibt auch dort sehr viele Chirurgen, Ärzte in den Krankenhäusern und so weiter, die sind doch vollkommen glücklich. Ja, weil sie die Rechner bezahlt haben. Deren Land ist weg, da finden sie keine Präsident sein, dürfen sie nicht den Land machen. Wundersinn, die sind zufrieden. Ja, die wollen auf den Länden nicht verlassen. Genau, oder so. Wir haben nicht verlassen und die sind da und da geblieben, da gelernt. Und du riecht über zwei Millionen. Die Araber sind fast 600 Millionen. Nein, ich rede jetzt nur vom israelischen Staat. Ich frage mich immer, wenn die Israelis so schlimm sind, wie ihr das immer erzählt, warum leben dann zwei Millionen Araber? Ja, ganz einfach. Es gibt Leute, die 1948 in Israel, haben sie Israel anerkannt und haben sie Pass bekommen und da sie Schmeicher sind und Arschlöcher sind, hat Israel sie akzeptiert und sagt, okay, da das ihr israelisch statt akzeptiert, bitteschön. Aber alles anders, was Israel nicht akzeptiert, dem geht es schlecht. Also Israel sagt, irgendwie da akzeptierst du mich und ich demütige dich. Das bedeutet, alle, die friedlich gegenüber Israel eingestellt sind, die mit Israel kooperieren wollen, die in Frieden mit ihnen leben wollen, haben ein super Leben, richtig? Nicht mit ihnen leben, sondern sie wollen gerne Schokolade und dicke Autos kaufen. unterstützt uns mal ein bisschen. Müschen, sendet mal ein paar Kartoffeln. Wir brauchen Kartoffeln. Alle deutschen Kartoffeln. Eine Dame hat geschrieben, Israel, Arami. Israel nicht akzeptiert. Ich nehme es mal ganz weit aus dem Fenster. Ich behaupte einfach, Palästina, also diese ganze Region, die könnte mittlerweile eine Hochburg von Urlaubszielen sein, so wie Dubai. Das könnte jetzt eine prächtige Gegend sein, wenn die alle kooperieren würden mit Israel. Aber die Samantha, Kartoffeln, Leute... Machen wir nicht. Genau. Ja, Malko, so will ich das sehen im Chat. Danke, da soll die Deutschland mit Israel kommen, kein Problem, und die kommen in das Land und es ist gut. Esma, danke. Fleur, danke. Fleur, danke. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, Leute, bevor ihr ganz ehrlich, wir machen das tatsächlich, das ist unsere Energie, die wir hier reinetzen, jeden Tag. Es ist ja in Ordnung, wenn nicht, aber dann wird es halt weniger, weil ich kann nicht, wir können nicht so viel Freizeit opfern, wenn wir nichts, also wir müssen natürlich, wir haben Aufklärung, aber wir müssen auch ein bisschen, müsst ihr uns auch entgegenkommen. Danke, Leute, weil wir machen das für euch tatsächlich. Die Realität ist, es gibt einmal das, was die Leute sagen und dann gibt es die Realität, viele Länder pflegen Geschäftsbeziehungen mit Israel. Die Türkei, die Türkei exportiert für über 10 Milliarden Euro jedes Jahr Stahl nach Israel. Die Wahrheit ist, ihr könnt reden, was ihr wollt. Die Wahrheit ist, Geld lügt nicht und die Zahlen lügen nicht. Okay. Weißt du, was ist, es gibt Sätze, die verstehe ich nicht. Die Israels, wenn sie Riede halten, kommen sie eben und sagen Shalom und haben sie mit Shalom überhaupt nichts zu tun. Sie sind bösartig, aber sie sagen Shalom. Was soll das denn? Wieso öffnen sie die Sitzung mit Shalom und Shalom heißt Friede, aber sie tun keine Gegenteil? Guck mal, ich bin jetzt, ich bin Deutscher, warum gibt es hier nur Probleme mit Muslimen und nicht mit Juden, wenn die doch die so schlimm sein sollen? Ganz einfach, weil das ist Media. Gib uns eine einzige, guck mal, ich bin hier, ich präsentiere die arabische Media in diesem Livestream, schau mal, wie viele Leute mich geliebt haben. Also ganz andere Medien sind in jüdischen Händen und deswegen, die machen uns schlecht. Ich kann mich auch erinnern, in Amerika, ich war zu Besuch, die haben mir Amerikaner, die scheiß Amis, haben mich rausgeschmissen, 1993 und ich war ja da und was habe ich erlebt? Es gab einen Hund, der hat ein amerikanischer jünger Kind angegriffen und fangte an ihn zu beißen und alle Leute schauen zu. Und das kam... Gerechtigkeitsbewegung. Du lebst in Deutschland, Mohammed? Ja. Okay, alles klar. Gut, nur mal gut zu wissen, dass wir auch... Damit du mich anzeigst oder wie? Wie bitte? Damit du mich anzeigst oder wie? Das wird vielleicht danach kommen, aber erst einmal reden wir. Ah. Okay, also er hat gefragt, was ich machen würde, wenn ich Israel bin, oder? So hat er die Frage gestellt. Habe ich das von schütteln? Wenn ich Israelisch bin, dann soll Israel erst einmal sofort das Land an Palästina abgeben, sich bei Hamas entschuldigen und nicht mit kompletten Israelis und nach Deutschland kommen, Bayern oder Baden-Württemberg oder Amerika, ist mir scheißegal. Und auch sich entschuldigen bei Palästina für die Massaken beziehungsweise Holocaust, die ganzen Zeiten in Gaza. Nicht per Brief und nicht per Post, sondern an alle Volke. Israel muss sich entschuldigen und somit ist die Sache erledigt. Und dann verzeigen wir. Ja, das ist die muslimische Logik. Alles klar? Gut. Okay, also erst einmal. Erst einmal. Viele behaupten ja, dass Israel die Hamas gegründet hat. Stimmst du dem zu oder nicht? Mehr oder weniger schon. Aber das ist politische Sache. Ich kann leider nicht hundertprozentig zustimmen, auch nicht ablehnen. Okay, alles klar. Gut. Okay, die andere Sache ist nie. Was am 7. Oktober passiert ist, als in den Morgenstunden, da hat die Hamas sich auch an die Haditha gehalten, in dem es heißt, dass die Muslime ausschließlich in den Morgenstunden angreifen sollen. Das haben die Hamas auch gemacht. Und sie haben auch junge Leute, die an der Grenze zu Gaza gefeiert haben, an einem friedlichen Musikfestival teilgenommen haben umgebracht. Siehst du diese Leute als Zivilisten oder siehst du diese Leute als Militärpersonal von Israel? Nein, das sind Kentscher. Was haben sie an der Grenze zu suchen? Das ist jetzt nicht die Frage. Siehst du diese Leute als Zivilisten oder akzeptierst du die Menschen, die dort getötet worden sind? Die jungen Menschen, die dort absolut links waren, absolut für Palästina waren, die linken Juden, die dort getanzt haben, haben diese Tanzveranstaltung unter dem Motto vollzogen für Frieden und Verständigung mit Palästinenser. Das war ihr Motto. Deswegen haben sie es so nah auch an der Grenze zu Gaza gemacht. Ich finde das gut. Wenn sie das gemacht haben, ich finde es okay. Und ich danke die und ich denke an die und da soll man sie wirklich nicht angreifen. Okay, und du bist ja jetzt ein großer Hamas-Cheerleader und du hast gesagt, dass die Hamas nichts falsch gemacht hat, als sie am 7. Oktober über die Grenze gegangen ist. Die Tatsache, dass da fast 450 junge Menschen, Frauen, junge Männer und junge Frauen ermordet worden sind und dann anschließend in diesem Gemetzel noch einmal 600 am gleichen Tag, also ungefähr 1000 an einem Tag umgebracht worden sind plus 300 etwa entführt. Wenn du pro Hamas bist, dann müsstest du theoretisch jetzt die Ermordung dieser jungen Menschen dort gutheißen und die Tötung von den Menschen in den Kibbutzen und die Entführung von Frauen, Männer, Kleinkinder, Säuglingen. Das alles ist für dich überhaupt kein Problem. Damit ich erstmal ein Gesamtbild bekomme, was du eigentlich gutheißt und was du ablehnst. Okay. Du und ich, wir beide leben in Deutschland. Die Zahl, was du erzählt hast, habe ich das nicht, könntest du mich nicht persönlich überzeugen, denn ich glaube, sowieso deine Nachrichten von deiner Stadt, ich glaube, das ist eine Lüge. So, wie soll ich das überzeugt glauben? Nun, wenn, wenn die Wahrheit, was du gesagt hast, du musst mir auch erstmal, wenn du so genau bist und du hast Zahl, wie viele gestorben, dann musst du auch genaue Zahl, wie viele von anderer Seite hast. Ich werde niemals gutheißen, wenn Mord geht. Wenn es um Mord geht, ich werde nichts gutheißen. Also, erst einmal, ich weiß sehr wohl, wie viele Menschen in Gaza zurzeit umgekommen sind. Der große Unterschied, der große Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich hier nicht sitze und feuchte Träume davon bekomme, wie viele Menschen in Gaza durch die Israelis gerade weggebombt werden. Der Unterschied ist, dass da draußen Zehntausende von Menschen, wenn nicht sogar Hunderttausende in ganz Europa auf die Straße gegangen sind und haben sich gefreut über das Morden. Ich habe nicht eine einzige israelische Schlage auf den Palästinenser-Demonstrationen gesehen, wo die Palästinenser... Hallo, könnt ihr mich hören? Was ist los hier? Könnt ihr mich hören? Was ist los? Ja, warte mal bitte. Du bist noch nicht dran. Warte mal, lass ihn ausreden. Also... Ja, ich möchte mal gerne reagieren, deshalb. Darauf reagieren Sie. Ja, Moment, Moment. Erstmal muss ich meinen Standpunkt zu Ende bringen und dann kann die Moderation hier den einen oder anderen sprechen lassen. Die Tatsache, dass auf den Demonstrationen rund um den Erdball, den pro-palästinensischen Demonstrationen, nicht eine einzige israelische Flagge zu sehen war, zeigt mir, dass die Palästinenser kein Interesse daran haben, zu akzeptieren, dass Israel ein existierender Staat ist. Deine Ausführung über den Friedensprozess mit den Juden geht darauf hinaus, dass du sagst, die Juden müssen das sogenannte palästinensische Siedlungssystem Nicht Juden, nicht Juden, nicht Juden, Israelit, nicht Juden. Moment, die Juden, die aus Europa, aus dem Kaukasus gekommen sind, aus der USA, aus England, aus Frankreich, aus Belgien, überall dort, wo Juden sich entschieden haben, zurückzugehen, in die angestammte Heimat, mit der sie eine lange, 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 lange Beziehung haben, von über 3000 Jahren, ist es schon normal zu sagen, die Juden. Und die Tatsache, dass du jetzt gesagt hast, dass im Grunde genommen alle Juden, die nicht auf diesem Territorium geboren worden sind, wieder faktisch Israel verlassen müssen, ist ein Anzeichen dafür, für mich, dass du sagst, Israel muss von der Landkarte verschwinden, richtig? Also Israel muss von der Landkarte verschwinden, sehr, sehr, mit Sicherheit, mit Sicherheit, aber nicht so auf diese Art und Weise, wie du interpretierst, also das heißt, nicht ermorden, das Land ist damals, war auch, ist Palästina geboren, als die kamen, Israelis, und haben diese Palästinens rausgeschmissen, nach Syrien, nach Libanon, nach Jordanien und grausamer Art und Weise und gnadenlos haben sie sie rausgeschmissen. Und ich sage es, meiner Meinung nach, alle Juden, die in Palästina geliebt haben, bevor Israel stammt, soll man gar nicht nachkommen. Die sind alle okay und sie leben friedlich und wohl und hat keiner sie angetan. Aber einer auskommt aus Russland oder sowas, was hat er zu suchen? Das ist ein Mensch. Ich kann nicht sagen, der ist jetzt hier geboren, muss ich ihn akzeptieren und darf ich ihn nicht rausschmeißen. Während du hast schon dich erlaubt, ganze Palästinenser, die dort leben, beziehungsweise 200.000 damals, rauszuschmeißen. Wenn du dich erlaubst, warum verbisst du mir das? Deswegen, also Israel verschwindet aus der Landkarte als Land, aber nicht Bevollkorn. Bevollkorn, jeder kehrt da, wo er war und ist gut. Gut. Bist du Palästinenser? Nein. Okay. So, aus welchem Land kommst du? Syrien. Aus Syrien. Okay, alles klar. So, erst einmal müssen wir über grundsätzliche Dinge sprechen. Die Tatsache, dass es keine Palästinenser gibt, ist schon der erste Paradoxum, der erste Widerspruch in diesem Konflikt. Es gibt keine Palästinenser. Du setzt dich für ein Fake-Volk ein, für ein Gebiet, das nur den Namen Palästinenser hat, weil es die Römer so damals genannt haben. Also die Römer, warte mal, Jesus vor oder die Römer vor? Wer ist älter als wir? Der Bibel oder die Römer? Die Bibel ist älter und in dieses Gebiet bedeutet das, haben die Juden gelebt. Und die Juden haben im zweiten Aufstand gegen die Römer, leider... Ja, aber im Bibel steht drauf, Palästina. Moment, warte. Im zweiten Aufstand gegen die Römer haben die Römer den jüdischen Aufstand von Judäern niedergeschlagen. Und das war der Grund, dass die Römer gesagt haben, wir trennen das jüdische Volk von ihrem angestammten Boden und wir benennen die Region um. Und dann haben sie das Wort Judäer, mit dem sich die Juden identifizierten, nämlich Judäer heißt Land der Juden, haben die Römer in das griechisch-lateinische Wort Palästin umgenannt. Und Palästin bedeutet in etwa in der Übersetzung Land der durchziehenden Völker. Und damit wollten sie die Juden von ihrer angestammten Heimat distanzieren. Das war der einzige Grund, warum sich dieser Name durch die ganze Geschichte gehalten hat. Und schlussendlich auch das Osmanische Reich diesen Begriff übernommen hat. Und schlussendlich auch die britische Mandatsmacht das Wort Palästina benutzt hat. Aber es gibt kein Volk. Es gab Palästinenser, die einen palästinensischen Pass hatten. Juden und Araber hatten einen palästinensischen Pass. Aber der war nicht ein arabischer palästinensischer Pass. Das ist jetzt laut deiner Sicht. Ein palästinensischer Pass, so wie die britische Mandatsmacht sie ausgestellt hat. Und sie beziehen sich nicht auf ein Volk, das dort gelebt hat. Du kennst... Und warum jetzt heißt das plötzlich Israelismus und wir akzeptieren? Ich kann nur einen hören. Ich kann, wenn zwei anfängt, dann ist schon... Entschuldigung, bitte. Lass mich bitte ihn fragen. Er hat gesagt, damals gab es kein Passwort für Juden, für Palästina. und das Land ist bestimmt nicht für einer bestimmt. Aber warum soll jetzt heute alle Israelis sein und Passwort Israelis und das Land Israelis? Warum soll ich das als Araber, wenn ich dort geliebt habe, warum soll ich das akzeptieren, laut deiner Meinung, dass ich sage, okay, wir sind Israel, ich akzeptiere Israel. Und du hast damals nicht akzeptiert, dass du in Palästina geliebt mit Palästinischer warst. Also erst einmal hat jeder Jude seine Wurzeln in den zwölf Stämmen Israels. Der Koran spricht von Benny Israel. In Jemen gibt es auch Juden. Entschuldigung, in Jemen gibt es auch Juden. In Saudi-Arabien gibt es auch Juden. Ich bin hier menin der ursprünglich. Ich bin hier menin der ursprünglich und es gibt Juden. Warum? Die Juden in Jemen haben nicht ein Israel gegründet. Warum? Die Juden in Saudi-Arabien, wo der König jetzt, eigentlich gehört zu dieser Gruppe, der Königreich gehört zu dieser Gruppe. Warum haben sie nicht einfach anstatt Saudi-Arabien, haben sie einfach Israel genannt? Ganz einfach. Weil Israel, der Name Israel, der Name Israel steht in der Bibel im zweiten Versuch. Und als Volk Israel unter einheitlicher Führung. Und die Tatsache, dass die Juden sich den Namen Israel aus dem zweiten Buch Mose genommen haben, ist nur logisch, denn die Juden sind von den zwölf Stämmen Israels. Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum es so viele, warum so viele Juden Benjamin heißen oder Ephraim oder Josef oder Sebulon oder Asher oder Levi oder Judah oder Dan oder Simeon oder Ruben von Rubistein zum Beispiel? Weil sie eine direkte Beziehung zu den zwölf Stämmen Israels haben. Und wenn Juden nach der zweiten Vertreibung durch die Römer und auch nach der zweiten Zerstörung des Tempelbergs vertrieben worden sind von den Römern und vorher von den Assyrern und von den Babylonier und sie ihre Zuflucht in anderen Ländern der Erde gefunden haben, bleiben sie trotzdem Juden, egal wie viele Generationen sie vom jüdischen Boden getrennt sind. Und das ist der große Unterschied. Es gibt keine palästinensische Geschichte auf diesem Boden. Es gibt eine arabische Geschichte auf diesem Boden und das ist eine transjordanische Geschichte. Die Palästinenser, die sich heute als Palästinenser ausgeben, sind in Wirklichkeit Transjordanier oder Syrer. Im besten Fall sind sie vielleicht noch zur Hälfte Ägypter. Aber wenn das so wäre, wer sind die Nachkommigen von Kanan? Erzähl mal. Wer sind die Nachkommigen von Kanan? Das sind nicht die Palästinenser, wenn du das versuchst zu sagen. Das ist nämlich ein großer Fake. Das ist ein großer Fake. Okay, aber ich kann nicht weiter reden. Das ist das arabische Wort für Philistinien. Ich kann nicht weiter reden und dann das Thema ändern. Möchtest du mir sagen, das ist das arabische Wort für Philistinien? Wenn ihr durcheinander redet, fliegt ihr raus. Einer spricht mit Kian. Isaac spricht jetzt mit Kian. Wenn ihr jetzt durcheinander redet, schmeiße ich euch raus. Okay, sind das die Syrer? Sind das die Türken? Sind das die Ägypter? Wer sind das? Wer sind die Nachkommigen von Kanan? Nochmal. Nochmal für dich. Nur damit wir... Guck mal, ich habe keine Lust auf Philosophie. Weil ihr hättet gerne von Philosophie. Antwort einfach mal, wer sind die Nachkommigen von Kanan? Ohne Philosophie, ohne rumzureden. Nein, nicht ohne... Nicht ohne... Sind das die Iraner? Wer sind das? Antwort mal. Weil wir wissen alle, dass die Kanan vor die Juden in Jerusalem sind. Ja, antworte mal. Wer sind das? Ich kann nicht antworten. Also, erstens. Wo werden die... Mein Gott, du brauchst mich gar nicht zu erklären. Du brauchst mich gar nicht zu erklären. Einfach antworten, wer sind die Nachkommigen von Kanan? In der Geschichte, in der Chronik. So einfach ist das nämlich nicht. Du willst auf eine einzige... Du willst auf eine simple palästinensische Propaganda hinaus. Du willst sagen, dass das Volk von Kanan waren eigentlich die Philister. Oder ethnisch gesehen waren sie die Vorfahren der heutigen Palästinenser. Netter Trick. Es gibt mittlerweile viele, viele Hinweise, dass womöglich die heutigen Araber, die dort in dieser Region leben, die heute Israel ist und nicht Palästina, dass in dieser Region die Araber wahrscheinlich aus dem 12. Jahrhundert, als Nomaden und Berber aus Nordafrika gekommen sind, um sich dort niederzulassen. Wahrscheinlich... Bruder, die Frage war ganz einfach. Wer sind die Nachkommigen von Assyria? Dann ist die Antwort ganz einfach. Wer sind die Nachkommigen von Assyria? Wenn die alte Ägypten hat, dann ist die Antwort ganz einfach. Die Frage war ganz einfach. Du brauchst gar nicht herumzuhören. Ja, also, wahrscheinlich ist es sogar möglich, dass diese Völker sogar über das Mittelmeer aus der Region von Malta gekommen sind, über Nordafrika, schlussendlich zum Nahen Osten in der Region, wo heute Israel liegt. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung der Kanaiter. Und die Palästinenser haben daraus eine Propaganda gemacht. Sie haben gesagt, wir waren zuerst da und dann sind die Juden gekommen und haben uns bekämpft und haben dieses Land übernommen. Das ist simples Einmaleins von Palliwut. Mehr ist das nicht. Ich habe nicht nach den Ursprungen von Kanaiter gefragt. Ich habe nach den Nachkommlingen von Kanaiter gefragt. Nicht nach den Ursprungen. Ich habe nach den Nachkommlingen von Kanaiter gefragt. Gibt es denn irgendeine wissenschaftliche Evidenz beziehungsweise irgendwelche archäologischen Beweise, irgendwelche evidenten Beweise, die du nachlegen kannst? Nein, nein, warte, warte. In dem Beweis, dass die Kanäle... Nein, 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 dass wir eine Frage ausführen. Hast du einen Beweis dafür, dass deine These gestützt werden kann mit Archäologie, mit irgendwelchen, keine Ahnung, alten Schriften, mit denen du nachweisen kannst, dass die Palästinenser die heutigen Nachkommen der damaligen Kanaiter sind? Hast du da irgendetwas? DNA. Man kann DNA nachschauen. Es gibt kanaitische DNA, ja? Du hast mich nach den Nachfahren gefragt und ich beantworte dir. Ja, es gibt sowas wie DNA und die haben bewiesen, dass die Palästinenser nachfahren sind von Kanaren. Wo sind denn deine Beweise? Kannst du mir das mal zeigen? Kannst du das irgendwie... Warte mal, kannst du... Es geht, wir müssen sogar wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Hethiter und die Amoriter, die auch im Buch Genesis zum Beispiel und im ersten Buch Mose erwähnt werden, wahrscheinlich die Nachfahren der Menschen vom Land Kanaren sind. Man darf nicht reden. Du bist der einzige Redenbauer, Mann. Was ist das? Du bist der einzige Redenbauer. Ich möchte auch was sagen. Die Paläten sind bekannt, dass die Nachkommelinge sind von Phönizia. Die Ägypter sind bekannt, dass die Nachkommelinge sind von Altägypter. Es ist allgemein bekannt und das ist mit DNA bewiesen worden. Isak, 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 Fertig. Isak, Isak, du hast gesagt gerade, ja, er ist der einzige Redenbauer. Ich sage, Isak, möchtest du rauskriegen oder willst du mir kurz zuhören? Also, Isak, das Gespräch läuft so. Kian, ich bin sehr froh, dass Kian mein Gast ist. Kian ist ein guter Freund von mir. Ich danke ihm erstmal, dass er die Zeit dafür nimmt. Das bedeutet, wenn er hier reinkommt, er ist auch Moderator von mir, leitet er das Gespräch. Wenn du hier rumschreist oder ihm ins Wort fällst oder irgendwie sagst, er darf so viel reden, wie er will. Ihr kommt hier rein und stellt euch der Diskussion, ja. Aber wenn ihr was Falsches sagt, redet er da, darf er etwas einwerfen. Wenn dir das nicht gefällt, dann musst du runtergehen. So, Kian und Isak, du hast das Wort, bitte. Und Kian, bitte. Ja, aber wenn wir über ein Thema reden, dann sollte das schon fair sein, weil er redet schon eine Stunde buchstäblich hintereinander. Und wir müssen nur zuhören. Wir dürfen nicht dazwischen reden. Wir dürfen nicht mal darauf antworten. Du bringst ja Beweise, die keine Beweise sind. Du zitierst wahrscheinlich aus www.islamischadjihad.de und das sind ja keine Beweise. Alter, ich darf nicht mal reden. Also es sollte schon eine sehr wahre Diskussion sein. Man sollte nicht jemanden erlauben, dass er eine Stunde lang hintereinander Sachen erklärt. Auch Kian darf auch drei Stunden reden, weil wir hören alle Kian gerne zu. Dir hören wir nicht gerne zu, weil du redest nicht so viel Sinnvolles. Ja, ich rede schon Sinnvolles. Aber das Problem ist, ihr akzeptiert nur seine Meinung. Ihr müsst aber auch die Meinung von der anderen Seite hören. Ja, weil er recht hat, weil er 30 Jahre lang Moslem war oder noch länger und genau weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß, ich vertraue Kian zu 100 Prozent. Also seine Name deutet schon darauf hin, dass er ein Iraner ist, Kian Kermanshah. Und laut uns, laut unserer Sicht sind Iraner sowieso keine Muslime. Also ich weiß nicht, woher du bist. Also erst einmal, ich bin ein Kerfer. Also ich bin erstmal, ich bin ungläubig, okay? Darf ich? Ich bin Kerfer. Ich habe mit dem Islam Ich bin Kurde aus dem Iran. Ich bin kein Perser. Ich bin Kurde aus dem Iran. Okay, also bist du laut uns kein Muslim. Und dein Takfir und dein Takfir interessiert mich hier überhaupt nicht. Ihr könnt euch, ihr Sunni und Shia, ihr könnt euch gegenseitig, wenn ihr euch hoffentlich in einem globalen Krieg endlich beide auslöscht, dann wird die ganze Welt eine riesige Party machen. Das ist aber nicht dein Problem. Das ist aber nicht dein Problem. Das kannst du Schiiten sagen, die beten. Also was wir Sunniten denken, ist nicht dein Problem. Wenn du sagst, ich bin ein Muslime gewesen, dann solltest du, du solltest aber wissen, wenn du sagst, ich bin ein Muslime gewesen und ich kenne den Islam, dann solltest du wissen, dass wir sowieso euch nicht als Muslim ansehen. Und 480 Millionen Sunniten akzeptieren die Sunniten nicht als Muslim. Also da bist du am Ende du in der Ecke sitzen und heulen? Was willst du machen? Nein, du hast es mir und dich selber in Füße geschossen, weil sowas, weil sowas solltest du als Ex-Muslimin wissen. Okay, wann wird jemand Muslim? Komm, bevor wir weiter reden. Wann wird jemand Muslim? Derjenige, der, der schlechte Sachen redet über, über die Tiere. Wann wird jemand Muslim? Du hast doch etwas gefragt. Lass mich darauf antworten. Wann wird jemand Muslim? Lass mich darauf antworten. Wann ist jemand Muslim? Wenn er die Kehle, mich der Halter sagt. Richtig? Lass mich darauf antworten. Ich will nicht, dass du da die Quatsche losschießt. Ich möchte klar aus sagen, wann wird jemand Muslim? Beantworte du deine eigene Fragen. Wann wird jemand Muslim? Ich halte dich daran fest. Ich werde mit dir kein anderes Gespräch anfangen, außer ich möchte wissen, wann wird jemand Muslim? Darf ich darauf antworten? Jetzt kurz und bündig. Ganz schnell. Ich antworte ganz schnell darauf, ja? Wann wird jemand Muslim? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Es ist sehr einfach, um Muslime zu werden, aber es ist auch sehr einfach, um Käfer zu werden. Was hältst du davon? Wann wird jemand Muslim? Es ist sehr einfach, Muslim zu werden. Wann wird jemand Muslim? Wann ist jemand ein angenommener Muslim? Sorry. Wann wird jemand Muslim? So, Moment. So, Moment. Wir haben ganz kurz. Warte mal. Isak, Entweder du hörst und antwortest auf seine Frage oder du fliegst raus ganz einfach. Weil wenn du nicht darauf antwortest, dann bist du kein Diskussionspartner, mit dem man reden kann. Ich habe doch die Antworten, aber er möchte seine eigenen Antworten hören. Das ist das Problem. Spricht dir Moritz? Ich würde gerne antworten auf die Frage, weil anscheinend schafft... Nein, nein, warte, warte, warte. Er hat eine Frage gestellt. Ich habe darauf geantwortet, dass er sehr, sehr... Nein, ich möchte eine klare Antwort haben. Ich werde dich jetzt so in die Ecke drängen damit, dass du diese ganze Gequatsche verlierst. So, also... Ja, Kian, ganz kurz, Moritz hat gesprochen. Ja, Moritz hat gesprochen. Ach so, das ist Moritz. Moritz ist hier. Ja, Moritz ist... Moritz unterstützt mich jetzt schon seit ein paar Tagen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, ich hatte das gestern schon gehört und ich hatte irgendwie gesagt, dass die Stimme kenne ich doch. Ja, das ist Moritz. Moritz, da ist jetzt eine sehr gute Antwort. Alles klar, wir wollen Sie begrüßen, Moritz. Ja. Okay, also weiter, weiter. Ich will jetzt entweder... Ich bin nicht Moderator hier, aber ich sage zu dem Host, wenn du diese Frage nicht beantwortest, dann soll dich der Host runterschmeißen und dann gehe ich zum nächsten Muslim und frage den. Dein Takfir wird bei mir nicht... Du kannst ihn runterschmeißen, du hast jetzt alle Rechte. Ich pfeife auf der Sunni-Islam und ich pfeife auf den Schia-Islam. Okay? Mich verletzt es nicht, wenn du sagst, du warst sowieso kein Muslim. Ich bin dankbar, dass ich kein Muslim mehr bin. Schia, du kannst ihn runterschmeißen, du hast alle Rechte. Ich habe dir alle Rechte gegeben. Du bist jetzt Moderator. Also ich schmeiße mich selbst raus, nachdem er hier jetzt den Islam beleidigt nicht wusstest, diese Namen, wie Philister, also Plichstimmen auf Hybräisch oder Kanaaniter, das sind Worte, die haben Juden, also sie haben Israelis, also die zwölf Stimme Israels, den diesen Völkergruppen gegeben. Zum Beispiel Kanaan, Kanaaniter haben den Namen, weil es von dem Wort Liknot kommt, Kanaan, also Anikanitias, ich habe gekauft. Man bezeichnet dieses Völk als Kaufleute. Für die Stimme ist dasselbe. Dieses Wort kommt von der Wurzel Palasch. Und dieses Wort bezieht sich auf damit, also mit Palasch, das sind Invasoren. Man hat diese Gruppe von Menschen als Invasoren genannt. Und weil diese Gruppe von Menschen halt, also gerade die Philister, ja auch so, sag ich mal, die Erzfeinde des Volkes Israels waren. Und wie du schon richtig gesagt hattest, die Römer dann quasi zum Hohn, zum Hohn der Juden damals, diesen Namen Plishtim gegeben haben, um die Juden halt noch wirklich so einen reinzuwürgen halt, hat man dieses Land quasi den Erzfeind, den Invasoren, den Invasoren, also auf der Basis dieser Invasoren diesen Namen, dieses Land gegeben. Und das ist, woher dieser Name kommt. Es gibt keine archäologischen Beweise, es gibt nichts, was Palästinenser heute haben, also Menschen, die sich als Palästinenser, wenn wir nennen, was beweist, nicht mal zu einem Gericht, nicht mal zu einem Prozent, dass es irgendwie ein Volk der Palästinenser gegeben hat. Es gibt auch keinen wissenschaftlichen Beweis, außer eventuell auf www.hamas.de oder www.isis.de oder .com, wo du verantwortest, aber leider wissenschaftliche... Nein, nein, das ist... Guck mal, ich gebe, ich gebe, schau mal, mein Freund. Guck mal, du kannst... Entschuldigung, Entschuldigung, um einander mehr zu tun, was man... Freunde, erst mal, kann jemand bitte das Mikrofon ausmachen, das ist ein Horror. Also, erst einmal, bevor wir mit diesem interessanten Punkt, das ist das, wenn Menschen sich bilden, dann widerlegt man diese Palliwut-Propaganda. Ich möchte denjenigen, der jetzt gesagt hat, dass Schiiten keine Muslime sind, ich möchte ihn zum letzten Mal auffordern, was macht einen, oder was führt dazu, dass jemand Muslim wird. und ich möchte jetzt deine Antwort darauf haben, deine letzte Chance darauf zu antworten. So, darf ich darauf antworten? Die ganze Zeit frage ich dich, seit 20 Mal antworten, und du traust dich nicht. Antwort darauf, ab wann... Ich sage dir jetzt schon, ich sage dir jetzt schon, darf ich dir eine Antwort geben, womit du nicht einverstanden bist, oder musst du, oder willst du, wann wird jemand ein Muslime? Der vorgegen ist simpel, simpel. Willst du eine Antwort haben? Mein Gott, Isaac, bist du verwirrt? Er fragt dich jetzt schon 20 Mal, dass du antworten sollst. Was ist denn los mit dir? Antwort doch einfach. Oh Gott. Sag mal, ich habe schon 1000 Mal geantwortet. Du hast 1000 Mal geantwortet. Du riechst hier nicht mit einem Anfänger in der Religion. Ich gebe dir jetzt schon meine Antwort. 2014 bis 2017 war ich in der Shafi-Religion. Ich habe den Shia-Islam verlassen. Das ist unruf, Shafi. Da habe ich die Shafi-Lechule studiert. Das ist eine sunnische Schule. Und ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Aber ich möchte jetzt von dir wissen, was zur Hölle macht einen Muslim zu einem Muslim? Nicht nur die Kille mit Schahada. Hast du gehört? Und ich möchte jetzt wissen, was ein Muslim zu einem Muslim macht. Und wenn du diese Frage jetzt nicht kurzum bündig beantworten kannst, dann schicke ich dich nach Blockistan. Soll ich dir darauf antworten? Tawhid. Tawhid macht einem Mensch einen Muslim. Oh nein. Tawhid ist nur ein Aspekt davon. Nein, nein, nein. Und das wirst du bei den Iranern, das wirst du bei den Schiiten und bei den Iranern auch nicht anders finden. Tawhid... Doch, weil die Iraner glauben an 12 Mal. Wie im Sunni-Slam. Ja, ich will wissen, was von einem Muslim zu einem Muslim. Die Tawhid-Vorstellung oder zum Beispiel die Kille mit Schahada. So, soll ich darauf antworten? Alter, antwortet nicht. Halt die Fresse. Ohne Witz, du bist so anstrengend. Das Problem ist, er lässt mich nicht antworten. Er redet die ganze Zeit zwischendurch. Lass mich doch antworten. So, derjenige, ein Mensch, der Muslim werden will, muss eine Sache sagen. Und das ist Schahada. So einfach ist es, um ein Muslim zu werden. Aber gleichzeitig, so einfach wie es ist, um ein Muslim zu werden, ist es auch gleichzeitig, so einfach, um ein Kerfer zu werden, um ein Nicht-Muslim zu werden. So einfach, so ist das. Moment, Moment, Moment. Du hast die Frage beantwortet. Du hast gesagt, ich bin in der Saada, das Glaubensbekenntnis macht jemanden zum Muslim. So, wenn der Schiite sagt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Der zweite Aspekt lässt du raus, wo ich dir gesagt habe, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Dann sind die kändische Aussagen. Wenn der Muslim sagt, Das sagen die Schiite. Genau, und wenn du in dem Islam, wenn du etwas nicht einverstanden bist mit dem Islam, liegst du auch raus. So einfach ist es. Du kannst sehr einfach Muslim werden, aber du kannst auch sehr einfach aus dem Islam rausfliegen. So einfach ist es. Du bist ein Player. Du spielst. Du spielst. Du nimmst nur das eine Sache. Ich habe dir noch zwei Sachen gegeben. Du nimmst nur das Schahada. Aber wo ich es gesagt habe, das ist auch sehr einfach, als ob es um Muslim zu werden, was nimmst du mit mir? Was nimmst du mit mir? Mit der du anderen Leuten den Glauben abschreibst, obwohl es keinen Unterschied gibt in den Glaubensvorstellungen zwischen Schiiten und Zuliden. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Es ist mehr einfach auf meinem Motto. Schiiten glauben an alle Propheten, die... Danke. Danke, dass du es rauskriegst. Danke. Du hast es ja gegangen. Ja, ich habe Kian. Es ist nicht zu ertragen. Ich habe ihn rausgehauen. Du hast noch ganz viele, die mit dir sprechen wollen. So ein Gespräch ist so anstrengend für alle. Der hat nur Müll gelabert, nicht geantwortet. Den musst du 30 Mal fangen. Ja, richtig. Es ist einfach unglaublich. So, Mojavid, bitte. Ich warte immer noch Löwenherz. Entschuldigung, dass ich sage... Ach so, ja, dann, dann. Okay, Entschuldigung. Kabu, bitte. Kabu, bitte. Also, guten Abend erst einmal an alle. Servus. Danke, dass ihr den rausgehauen habt. Der war unerträglich, wirklich. Also, behindert. Entschuldigung. Ich möchte ganz kurz, bevor ich anfange zu sprechen, eine ganz wichtige Sache sagen, fragen und sagen, das Erste, für mich gibt es, ein Islam, ein Islamisch zu sein und Islamistisch zu sein. Das sind zwei Begriffe, die, was ich so unterscheide, dass das eine die Religion ist, die 1400 Jahre alt ist und das andere ist eine politische Ideologie. Können wir uns darauf einigen? Oder ist da jemand anderer Meinung? Du redest mit Kian. Kian redet mit dir. In dem Fall mit Kian, ja. Okay, nein, ich bin nicht damit einverstanden. Okay, also, dieser Unterschied, sagst du, ist für dich nicht. Okay, gut. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt nur Islam und mehr gibt es nicht. Es gibt keine Unterschiede im Islam. Dann würde ich dich noch gerne was fragen. Ja. Das mal weitermachen. Erkennst du die Informationen in Wikipedia an? Sind die legitim und richtig, was dort? Also, viele Leute machen sich immer lustig über Wikipedia. Man kann aber Wikipedia ganz besonders benutzen. Ich benutze Wikipedia ausgesprochen selten, aber ich liebe die Fußnoten, weil es immer wieder ganz viele Fußnoten gibt, die einem helfen, zum Beispiel weitere Quellen aufzumachen. Wikipedia ist nicht, ist keine Plattform, wo alles gänzlich Unsinn ist oder ähnliches. Es gibt auf Wikipedia unheimlich viele gute Artikel mit ganz vielen Fußnoten und die helfen einem auch weiter zu recherchieren. Ich gehe aber zu den Quellen. Ich schaue mir an, was die Juristenseiten der verschiedenen islamischen Universitäten, die Kairo-Alazhar-Universität oder auch GOM im Iran sagen oder was die islamischen Lehranstalten sagen, was die islamischen Juristen im Allgemeinen sagen. Ich schaue mir die Ursprungsliteratur an, was haben die ersten Koranexegesen gesagt, was haben die vier Rechtsschullehrer gesagt oder die fünf Rechtsschullehrer, wenn man Imam Jafar Sadiq damit hinzuzieht. Das ist für mich das aller, aller wichtigste. Du ergründest quasi, du ergründest. Habe ich das richtig verstanden? Du gibst dich nicht mit der Sache zufrieden, sondern du ergründest die Quellen und vergleichst quasi was die, sage ich mal, die namhaften Institutionen. Ja, wenn ich zum Bäcker gehe und ich möchte, also wenn ich beim Bäcker ein Brötchen kaufen will und ich möchte herausfinden, was in diesem Brötchen ist, dann gehe ich nicht zum Fleischer nebenan und frage ihn. Das ist schon klar. Ich frage den Bäckermeister und der Bäckermeister wird mir erklären, ja, da ist vollkommen drin, dann benutzen wir braunes Mehl und weiß der Geier was und so weiter und so fort. Die Information immer von dort, von wo sie kommen und deswegen gehe ich immer auf den Islam zurück und benutze so gut wie keine Sekundarquellen, außer die Sekundarquellen, die im Islam anerkannt sind. Okay. Gut, dann würde ich jetzt erst ganz kurz was aufgreifen, was erst in den Raum gefallen ist. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder jemand anders. Da ist gefallen, wenn der islamische Gott logisch wäre, dann hätte er nicht drei oder fünf oder zehn verschiedene Zweige gemacht. Irgendjemand hat das gesagt, warst du das? Das war ich. Das war ich. Okay, dann frage ich dich aber ganz ehrlich auch, der christliche Gott hat ja dann das gleiche Problem, weil wir haben ja auch Reformierungen, Sekten und Abspaltungen. Darf ich ganz kurz dazwischen kretchen? Ja, bitte, bitte. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich bin kein, ich will nicht über das Christentum reden, weil ich null Ahnung vom Christentum habe. Ich bin ein ehemaliger praktizierender Muslim gewesen, habe den Islam verlassen und deswegen, ich bin ein ehemaliger Muslim gewesen, ein ehemaliger schiitischer Muslim gewesen und Schiiten sind genauso Muslime. Moment, wer hat das jetzt gesagt? Ibn Isra, Esra oder Mouwahid? Ich habe noch gar nicht geredet. Wer hat das jetzt gesagt? Schiite, wer hat das jetzt gesagt? Ich habe gesagt, schiitischer Muslim. Kabu hat das gesagt, Kabu. Okay, okay, warum hast du das jetzt so betont? Weil wir ja, wir wollen ja das breite Spektrum besprechen und wichtig ist ja, aus welcher ethnischen Anteilhaftigkeit du entspringst. Die Schiher sind keine Ethnie, die Schiher sind ein Glaubenszweig. Ein Glaubenszweig, genau, entschuldige bitte, dass ich danke fürs Korrigieren, ein Glaubenszweig, genau. Okay, aber ich bin trotzdem Muslim gewesen. Ja, aber ein schiitischer Muslim. Ich bin ein schiitischer Muslim gewesen, ganz genau. Nichts Böses oder so, sondern ich wollte nur klarstellen, dass du von den Schiiten abstammst oder dein Glaube von den Schiiten, dein Vorbild. Kian, hier war ganz kurz eine Frage, Kian, hier war ganz kurz eine Frage, Kian, ganz kurz eine Frage im Chat. Kannst du ganz kurz einmal erläutern, wie schwer es ist, den Glauben zu verlassen? Also... Und was daraus folgt, als Konsequenz? Gerne. Also zunächst einmal gilt im Schia-Islam wie im Sunni-Islam, wer den Glaube verlässt und er lebt in einem intakten islamischen Staat und er bekundet offen seine Apostasie oder seine Abtrünnigkeit vom Islam, der muss zumindest in zwölf islamischen Staaten, die es heute gibt, wo die Scharia sozusagen die höchste juristische Form der Gerichtsbarkeit ist, der muss damit rechnen, dass er dann vor ein Gericht gezogen wird und eventuell gezwungen wird, seine Apostasie und seine Abtrünnigkeit wieder zurückzunehmen oder Repressalien zu befürchten. Das Austreten im Westen ist überhaupt kein Problem. Es sei denn, man ist verfluchten mit der islamischen Gesellschaft, hat eine strenggläubige Familie und hat ein strenggläubiges islamisches Umfeld, dann kann auch so eine Apostasie zu einem Spießrutenlaufen mutieren, wie das bei mir der Fall war. Aber ansonsten im Westen bequemer als im Islam, aber als Konsequenz aus dem Verlassen des Islam gilt im Shia-Islam wie im Sunni-Islam die Todesstrafe. Okay, Kiran, darf ich noch mit dir diskutieren? Geht das? Ja, ja, natürlich, bitte. Okay, zu deiner Frage, was du erst gesagt hast, wie wird man ein Moslem, wenn man ganz einfach erklärt, ein Moslem ist jemand, der den Koran als Äußerung des göttlichen Willens anerkennt und befolgt. Das heißt, seinen Propheten befolgt, anerkennt, die Scharia befolgt und anerkennt. Da sind wir uns einig, oder? Das ist es, aber es gibt eine konkrete Formel, die Menschen sprechen müssen, wenn sie Muslime werden. Ja, ja, das ist mir schon klar. Also das Glaubensbekenntnis meinst du, oder? Nicht nur das Glaubensbekenntnis, sondern auch Amen to Bilahi. Das ist auch ein sehr wichtiges, ein Teil dieses Glaubensbekenntnisses, was im Grunde genommen einschließt, woran ein Moslem zwingenderweise glauben muss. Ein Moslem kann zum Beispiel sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Prophet ist, aber glaubt nicht an Engel. Dann ist er trotzdem ein Kafir. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, in zehn islamischen Ländern muss man Angst haben, dass man verfolgt wird, wenn man aus dem Glauben austritt. Habe ich das richtig verstanden? So sieht es aus. Genau, es gibt insgesamt grob 60, knapp 60 Länder auf der Welt. die den Islam als Staatsreligion anerkennen. Das heißt, hier reden wir von einem Fünftel, also abgerundet von einem Fünftel der weltslamischen Länder. Auf was ich raus will, du hast erst gesagt, Palästina ist ein Fake-Staat. Ganz genau. Genau, okay. Israel ist ein anerkannter Staat, richtig? Ja. Genau, 160 Staaten, Pi mal Daumen, ein bisschen mehr vielleicht sogar, erkennen Israel als Staat an. Ja. Und 138 Länder tun das gleiche mit Palästina. Ja, hast du mal gesehen, wer die Staaten alle sind? Kommunistische Staaten, Südamerika, die meisten muslimischen Staaten, also korrupte Diktaturen und sehr viele afrikanische Staaten. Genau, also Deutschland gehört zum Beispiel nicht dazu. 53 Staaten, 53 Staaten haben Palästina nicht anerkannt. Und jetzt schau dir mal die ganzen 53 Staaten an, ist überwiegend nur die westliche Welt, die Palästina als Staat nicht anerkannt haben. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Länder, wie, ich glaube, Polen, Russland war eins der Staaten, die die Autonomiegebiete anerkannt haben. Aber sonst, die gesamte westliche Welt sagt, no. Also, tatsächlich hast du recht, Österreich, Schweiz, Deutschland erkennt Palästina nicht an, da hast du recht. Und anders im Umkehrschluss für Israel gilt es dann natürlich für diese, wie du erst gesagt hast, diese extremistischen muslimischen Staaten. Ja, genau. Wie Iran, wie, ich weiß nicht, Saudi-Arabien, sind die auch da dabei, müsst ihr jetzt lügen, habe ich mir nicht erkundigt. Aber ich gehe mir davon aus. Also, der Fakt ist folgt, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin in einem sunnitisch-islamischen Haushalt aufgewachsen, als Jugendlicher. Wir sind, meine Großeltern waren 1967 hier in Deutschland, sind die gekommen, als damalige Gast, sogenannte Gastarbeiter. Also, ganz wichtig, nicht die, die Deutschland aufbauen, sondern wir sind tatsächlich Gastarbeiter gewesen. Mein Großvater hat den Weg gewählt, weil er einfach mit der westlichen Ideologie besser, oder, sagen wir, ja, wie kann man das sagen, ja, es gefiel ihm besser, ja, es war ihm zu radikal, vielleicht könnte ich das so ausdrücken, ja. Das heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass ich den Islam jetzt verteufle, ja. Wir sind sehr weltoffen aufgewachsen, also wir sind tatsächlich muslimisch aufgewachsen, unsere Eltern haben uns immer dazu angeraten, alles zu hinterfragen im Leben, und das bedeutet auch, tatsächlich den Glauben zu hinterfragen. Und wir sind aufgrund dieser Sache natürlich auch in, du kennst das vielleicht selber, was macht man mit den Kindern im Sommer, wenn die Sommerferien haben, dann werden die... Fabou, Fabou, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ganz kurz. Leute, alle, die hier drin sind, ja, ich habe gerade gelesen, ja, Pierre Vogel hat 5000 Zuschauer, Pierre Vogel ist, meiner Meinung nach, hat auch null Ahnung, komplett irrelevant, lasst ihn, da sieht man einfach, dass solche Menschen so viele Zuschauer haben. Das, was ihr tun könnt, diese Unterhaltung ist sehr gut, und sehr interessant, teilt alle den Stream, liked den Stream, so können wir dagegen wirken. Also bitte Leute, helft uns, Fabou, du bist dran. Außerdem, bevor Fabou wieder weitermacht, außerdem, es geht Qualität vor Quantität, und es sind sicherlich 5000 Beweihräucherer in seinem Stream, wo dann nur sie gegenseitig, Mashallah, Bruder, Inshallah, Subhanallah, Allahu Akbar, was für eine schöne Lektion, Mashallah, er ist ein Sieg für den Koran, und so weiter und so fort. Das nur, die sind nur in ihrer eigenen Bubble, aber hier, bei Löwenherz, wird gekämpft, da wird Meinung gegen Meinung positioniert, und dann findet man heraus, wer, 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 wer die bessere Rhetorik hat, und wer die besseren Argumente auf den Tisch legen kann. Und sie nutzen natürlich auch die Dienst der Stunde, um, um natürlich, ja, ihre Fake News, ihren Judenhass zur Schau zu stellen, das ist halt natürlich eine, also wer das mitverfolgt hat, wie rasant der, die Followerzahl von Pierre Vogel gewachsen ist, in den letzten zwei, drei Wochen, das ist, der hat ja angefangen mit Paaren voll und mittlerweile ist, glaube ich, knapp 20, 25.000, da war ja lange Zeit irgendwie bis im Tod, also man hat nichts von ihm gehört, und jetzt hört man halt, äh, die ganzen Unruhen, die dort drüben stattfinden, bei meinem Volk, und dann, äh, ja, und dann merkt man halt, wie stark, wie stark das halt wieder ansteigt, und ich weiß nicht, ob die auch allejenigen, die jetzt hier im Chat sind, auch gesehen haben, was gerade in Dagestan, wenn ich das richtig aussprechen, passiert ist, da geht nur eine Passagier, eine Passagiermaschine gelandet ist, und dort eine wütende, rasende Mob, das ist ja so eine islamische Eklave, irgendwie mitten irgendwo in Russland, oder irgendwie außerhalb, ich weiß jetzt nicht geografisch, genau, wo das liegt, aber wenn man sich das, wenn man sich das einfach ansieht, und dann, und dann immer noch sagen möchte, das hat mit Islam nichts zu tun, ich frage mich, also ich kenne natürlich, ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, ich kenne auch gute Menschen, gutherzige Muslime, ich kenne gutherzige, gutherzige und, und wirklich nette Palästinenser, also mit ihm ist israelischen Pass, einer davon ist mein Automechaniker, also es gibt davon wirklich sehr, sehr gute Menschen, aber ich frage mich halt immer so, es geht halt um die Mehrheit, ja, und wenn ich das sehe, dass so ein rasender Mob und das Polizisten, dass das Security nichts dagegen unternehmen und die Menschen da, da sind teilweise ältere Menschen, Kinder, äh, Frauen, die da im Flugzeug, in dem Flugzeug rennen und Angst haben und weinen, weil ein wütender, rasender Männermob vor der Tür steht, auf, auf, auf dem Flugzeugplatz, auf die Landebahn rasen, und, also, wenn ich da stehen würde, als Jude, ich würde nicht mal im Leben sein, das ist glaube ich, sich jeder, das muss sich jeder im Klaren sein, der hier im Stream ist, da würde jemand von uns da sein, das sollte uns noch zu denken geben, warum im Jahr 2023 das überhaupt möglich ist, oder? und was ich noch sagen möchte, Kian wird das niemals verlangen von sich selber, also von sich aus wird er das nie sagen, aber, Leute, ich finde es sehr gut, dass er da ist, dass er sich die Zeit für uns nimmt, und wenn ihr ihn unterstützen wollt, oder was für ihn überhaupt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihm was gebt, danke, Kian wird es nie verlangen, aber ich mache das in Kians Namen, danke, Entschuldigung, darfst du auch mal reden? ganz kurz, lass mich noch abkommen, du musst dir da ein Zeitraum reden, Ich habe jetzt auch eine Stunde wirklich gewartet, kannst du mir jetzt fragen, ich bin dreimal rausgeflogen, auf was ich eigentlich raus wollte, ursprünglich, oder auf was ich zurück wollte, ist, ich möchte nur sagen, weil ich war auch schon in München, wo du warst, Kian, ich habe das verfolgt, ich kann nicht alles gutheißen, was du von dir gibst, ich meine, da brauchen wir nicht reden, jeder hat eine andere Meinung, aber ich glaube, es ist auch möglich, die Religionen reformieren sich ständig, in alle Richtungen, ob das das Christentum, das Judentum oder der Islam ist, und ich glaube, dass auch die Menschen, die sich reformiert haben, eine Chance haben, in unserer Gesellschaft, auch als Moslems oder als Juden, es wurscht, an der Gesellschaft teilzuhaben, und der Reform, das wollte ich jetzt sagen, um das abzuschließen, also eine Minute noch, Reform verstehe ich, dass man nicht, dass man sein Glauben hinterfährt, und die Menschlichkeit und das Miteinander in den Vordergrund stellt, und für mich, ich sage jetzt einmal, ich könnte jetzt eigentlich auch sagen, dass ich Ex-Moslem bin, weil mir ist das auch zu viel, die ganze Sache dort, ich glaube, dass wir alle einig sein können, wenn wir auf menschlicher Basis bleiben, wenn wir den Glauben außen vorlassen, wenn wir uns von nichts fehlleiten lassen, egal welcher Glaubensatz, und jetzt bin ich fertig, danke für's Zuhören. Ja, bitte, vielen Dank. Erstmal schönen guten Abend. Ich bin hier reingeschlupft, weil ich gerade eben vorhin gesehen habe, hier ging es darum, wer Muslim ist, wer kein Muslim ist. Ich wusste jetzt nicht, dass es euer Thema, hauptsächlich das Thema da unten, was in Gaza sich abspielt. Ich habe jetzt darauf gewartet, ob ich reden darf oder nicht reden darf, dann dachte ich, komm, ich bleibe noch drinnen. Kian, ich würde gerne von dir wissen, weil du so gerne rumschreist und sagst, du warst mal Muslim oder Schia-Muslim, oder der eine, der gerade hier drin war, darüber auch gesprochen hat, er war mal Muslim, mir ist eigentlich egal, wer was war. Nur die Sache, ich habe einige Streams von dir gesehen, was heißt Streams, Aussagen, weil du predigst ja gerne auf der Straße rum. Du hast dich dem Schiitentum zugeschrieben, so, und das nennst du ja, du bist Muslim gewesen, so verstehe ich das. Ist das richtig oder falsch? Ich war damals, mein ganzes Leben lang Schiite, ja. Sind die, in wie viele Gruppierungen teilen sich die Schiiten? Nein, etwa genauso viele Gruppierungen wie die Sunniten. Welche warst du denn von denen? Von wem? Von den Schiiten. Die Zwölfer-Schiiten. Also Rafi-Schiiten. Ja, das ist die sunnitische Bezeichnung dafür, ja. Ich war, ich war bei den, ich war bei den, ich war, ja, die nur die fanatischen Schiiten nennen sich, Rafi-Schiiten, weil sie sich selber von den Sunniten trennen wollen. Aber so habe ich mich nicht gemacht. Ich bin immer mehr Schiiten. Ich gehöre, ich bin Anhänger der Zwölfer-Schiiten. Ja, das sind die Rafi-Schiiten. Das sind die Rafi-Schiiten. Ja, das ist völlig unwichtig, ob sie dann Ismailiten oder... Ja, ist ja eigentlich egal. Also die ersten Schiiten, die ersten Schiiten nach den Propheten seiner Zeit, mit Ali und Talib, waren Muslime. Aber die danach kamen, wurden alle Kuffar, weil sie den Teqfir auf die ganze Oma gesprochen haben. Also schon mal so zu sagen, ja. Jeder, der sich heute Schiiten nennt, ist ein Kefrei-Mushrik. Abgesehen davon, Ihr habt über La Ila Illa Allah gesprochen. Wie viele Arkanen hat La Ila Illa Allah? Kian, bitte. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Also jetzt, schau mal, ich finde es spannend, dass du mit mir darüber sprechen möchtest, aber ich will herausfinden, ich will herausfinden, warum du über den Arkan Bescheid wissen möchtest, wenn es ganz simpel ist, dass wenn jemand sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und der andere vom Prophet, dann ist man ein Muslim. Und wenn man dann zusätzlich auch noch sagt, ich bezeuge, oder وَمَنْتُ بِلَهِ وَمَلَاِكَتَهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَيَوْمِ الْأَخِرِهِ وَالْقَدْرِهِ 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 und so weiter und so fort, dann ist man Muslim, weil man glaubt dann schlussendlich nicht nur, dass der Prophet Mohammed der letzte Gesandte Gottes ist und dass Allah der einzige Gott ist, sondern man glaubt zum Beispiel an alle Engel, man glaubt an alle Bücher, man glaubt an alle Propheten, man glaubt an Yawm al-Akhir, an den jüngsten Tag und man glaubt an das Schicksal und die Vorherbestimmung und an das Gute und das Schlechte, Punkt. Und damit reicht es, reicht es. Nein, reicht nicht. Und dann alles, was danach kommt, ist einfach nur euer Tag 4-Spiel zwischen Sunni und Shir. Nein, nein, nein. Kian, er will Islam-Test mit dir machen. Nein, nein, ich will das jetzt alles wissen von Kian, bitte. Ich bin ein Kaffer und mich interessiert dieses Arkhan-Spiel nicht mehr. Nein, nein, ich will nur zeigen den Leuten... Er will jemand einen Muslim und das wird er, wenn er die Kilimashahada sagt und wenn er sagt, amantubillahi und noch bezeugt, dass man an alle Engel glaubt, dass man an alle Bücher, offenbarten Bücher glaubt, dass man an alle Propheten glaubt, dass man an den Jaumehafer, an den Tag der Auferstehung glaubt, an das Schicksal und die Vorherbestimmung und so weiter und so fort. Und danach ist es eure Sache. Deswegen involviere mich nicht so sehr in deinen Versuch... Kian, lass mich doch bitte reden, du wiederholst dich. ...ob ich ein Muslim war, weil ich bin schon kein Muslim mehr, okay? Nein, nein, ich will nur zeigen, dass du keiner warst. Und das nur durch den Koran. Nur durch den Koran. Ja, du willst mir, du machst dein Tag 4-Spiel. Nein, nein, lass mal den Tag 4 weg, ich brauche den gar nicht zu machen. Wenn wir wissen wollen, was bedeutet Tag 4, das ist, wenn man einem anderen den Glauben abspricht. Und da findet man irgendetwas und dann spricht man den Glauben eines anderen ab. Ein beliebtes Spiel in der islamischen Welt. Weshalb? Die ersten Opfer des Islam sind die Muslime. Fragt euch mal, wie viele Muslime bei Terroranschlägen umkommen. Es sind nicht einmal so sehr die Nicht-Muslime, die in diesem großen Konflikt mit so einer gewalttätigen Religion wie dem Islam ermordet werden. Bitte lass uns beim Thema bleiben. Sondern es sind die Muslime selber. Durch dieses Tag 4-Spiel, das sich gegenseitig den Kopf einhauen und sich gegenseitig der Ungläubigkeit beschuldigen, beginnt im Islam der gigantische Konflikt zwischen den unterschiedlichen Sekten. Genauso wie er einer Sekte angehört. Ich brauche nur dein Bild zu gucken. Ahad und Ahad. Lass mich doch mal reden. Du redest die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, wie ich von welcher Sorte Muslime bin ich. Machst du einen Monolog? Alleine bei diesem Bild. Machst du einen Monolog? Ja, ich bin hier nicht nur Gast. Ich habe jetzt auch Moderatorrechte bekommen und deswegen bin ich so etwas wie ein Teilhost. Okay, dann ist gut. Aber ich will mit dir darüber reden. Nein, das interessiert mich nicht. Nein, ich will zeigen, dass du ein Heuchler bist. Ich war Muslim, ob du willst oder nicht. Nein. Okay, du warst ein Muslim. Du hast gesagt, la ilai illallah. Ist jemand, der an den Koran glaubt, der an den Propheten als den letzten Prophet glaubt, an Allah, als Allah, als den einzigen Gott anerkennt, der glaubt, dass alle Bücher offenbarte Bücher von Gott waren, der an alle Engel glaubt, ist er ein Muslim. Das ist Iman. Das ist der Iman. Ist er ein Muslim. Das ist der Iman. Der Iman Tauhid ist genauso gleich wie der Sunni Tauhid. Das ist der Iman. Und das ist Bullshit. Lass mich doch mal reden. Auch wenn du jetzt nicht antwortest. Ich zeige es, dass du kein Wissen hast. Das, was du aufzählst, ist der Iman da dran zu haben. Kabon, Rocky Balboa. Und erstens, sagen wir mal, zweitens, die Shahada, die hast du noch nicht mal Ahnung davon, weil du noch nicht mal weißt, was la ilai illallah bedeutet. La ilai illallah bedeutet zurecht kein Anbetungswürdigen. Warum sagt das Allah und warum ist das die Shahada? Weil Allah im Koran sagt zu den Juden und Christen, kommt her zu einem Wort. Also das heißt, sie haben auch die Shahada ausgesprochen. Okay? Zu einem Wort. Sie haben auch la ilai illallah gesagt. Genauso wie die Quraysh la ilai illallah gesagt haben. Weil sie gesagt haben, will er jetzt, dass wir nicht mehr unsere Götter anbeten? Oder zu einem Gott ruft er uns auf? Okay? Sie wussten alle, was die Shahada ist. So. Die andere Sache ist, Allah fordert im Koran mehrmals auf, den Tahut abzulehnen. So. Und was ist der Tahut? Kian? Also du bist ja Shias und Muslim gewesen. Was ist ein Tahut? Ich möchte mit dir reden darüber, weil ich will zeigen den Leuten, dass du nie Ahnung davon hattest. Noch einmal, noch einmal, es ist langweilig, dass... Nein. Schau mal, du kannst Tag und Nacht über alles reden. Eine theologische Diskussion mit mir reinziehen, dass du die Leute behelligst mit einer langweiligen theologischen Diskussion, wenn ich gesagt habe, dass es vollkommen ausreicht, dass jemand sagt, ich bezeuge, dass es keinem Gott gibt, aus Allah und dass Mohammed sein Prophet ist. Das sagen eure Sunni-Gelehrten und alle andere ist einfach nur ein Gegenstand von Allah am jüngsten Tag. Wer sagt das denn? Welche Gelehrten, Kian? Ob Allah dich anerkennt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn du bezeugst, dass Allah der einzige Gott ist, Mohammed, der letzte Prophet oder dass er der Prophet ist, rate mal, wie ja, das Siegel der Prophetenschaft, dann bist du Muslim. Nein, das stimmt nicht. Und der Rest geht dich gar nichts an. Der Rest geht dich nichts an. Das ist einfach nur mal falsch. Kian, aber du hast nicht recht. Das stimmt nicht. Das ist das Problem. Ja? Allah fordert im Koran mehrmals auf, lehnt den Tahut ab. Was ist ein Tahut? Ach, ich liebe das. Ja, Allah sagt das. Wer den Tahut ablehnt, hat den Iman an mich. Also er gibt ihm frohe Botschaft. Das sind meine Diener. Allah sagt, lehnt den Tahut ab, macht Iman und Bila an Allah. Allah sagt im Koran, die meisten glauben nicht, ohne ihm was beizugehen. Also was ist ein Tahut, Kian? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, siehst du, du kannst dich darauf anwarten, weil du keine Ahnung hast. Der Tahut bedeutet so viel wie die Götzenanbetung, den Götzendienst oder die, oder sich den Scheiatin hinzugeben. Falsch, falsch, falsch. Selbstverständlich. Denn es gibt, es gibt, es gibt im Koran, wird in Sura 4, Vers 51, Sura 4, Vers 60, Sura 5 und so weiter und so fort, Sura 39, Vers 17. Da wird der Tahut erwähnt. Und das ist es, was es ist. Und ich sage es nochmal für die Zuschauer, die hier drin sind, es ist langweilig. Nein, du wirst, ich will nur zeigen, dass du einen Heuchler bist und keine Ahnung hast. Es ist langweilig, es ist super langweilig. Und deswegen, lass uns lieber zurückgehen. Tahut hat noch 100.000 andere Bezeichnungen. Nein, stimmt nicht. Lass uns doch darüber reden. Warum haust du ab? Selbstverständlich hat Tahut verschiedene Konzepte. Und jeder Muslim sucht da etwas anderes. Warum erfindest du Sachen, Kilian? Das mag ich gar nicht. Also du hast keine Ahnung und redest darüber. Naja, egal, abgesehen davon. Tahut ist ein Turan, kann ein Idol sein, kann ein Feind von Mohammed sein und so weiter und so fort. Nein, ich sage dir, was ein Tahut ist. Tahut taucht achtmal im Koran. Ja, hast schön gegoogelt. Ich sage dir, was ein Tahut ist. Ja, auf achtmal im Koran auf. Alles klar? Ich sage dir, was ein Tahut ist. Und? Na ja, dann bitte. Ein Tahut ist einer, der wie deinem Präsidenten der Oman regieren ist. Das habe ich doch eben gerade gesagt. Das habe ich doch gesagt. Ein Idol, ein Führer. Genau. Ja, das hast du gerade noch ein bisschen gegoogelt. Das ging schnell. Das lernt man von Kindern. Und damit will ich dir sagen, Kilian, jetzt kommen wir zum Gespräch. Der Führer Ayatollah Khomeini hat das sein ganzes Leben lang geschrien. Tahut, die Götzendiener von Amerika, die falschen Idole. Und er hat die arabischen Führer als Tahut beschrieben. Du redest hier nicht mit jemandem, der aus einem extremischen Wort steht. Genau. Und wie viele Muslime gibt es jetzt auf der Welt? Nach deiner Logik weniger, weil du gerade vielen das aberkannt hast, überhaupt Muslim zu sein. Sag mal, wie viele wissen überhaupt, was du gerade gesagt hast? Die wenigsten. Warte mal, genau. Samantha. Oder nicht. Sorry. Samantha. Ich glaube, ich habe Samantha gelesen. Ich glaube, nicht Samantha. Ach, ich habe die Frage beantwortet, aber du spielst hier deinen... Nein, nein, jetzt will ich dir damit sagen. Ich komme doch zum Gespräch. Ein arabischer Wörter als Nicht-Araber in den Raum wirfst. Schau mal, ich wollte langsam die Sache angehen. Darum habe ich gefragt, wie viele Muslime gibt es jetzt? Ja, leider zu viele. Darauf ist die Antwort, es gibt sehr wenige, weil die Ruraba in der Ende der Endzeit sind. Das heißt, viele Gendemokraten... Warte, hör mal ein bisschen zu Kindern. Lass mich reden, wir uns auch reden. Er schreibt, meint Muslim auch ihren Glauben ab, weil er eben nicht die Kelame-Shahada akzeptiert. Nein, nein, warte, die Shahada ist kein Beweis. Er sagt, es gibt keinen Gott aus Allah. Mohammed ist ein Prophet. Darf ich reden? Er pastet, nicht betet, nicht zu Hatsch geht. Das stimmt nicht. Er ist immer noch ein Muslim. Er ist ein Fasuk, aber er ist noch ein Muslim. Nein, der Fasuk im Koran ist der Muschrik. Im weitesten Sinne bist du ein Salafi. Und als Salafi schreibst du sowieso der Mehrheit der Muslime den Glauben ab. Deswegen hast du dieses ekelhafte Bild Ahad und Ahad. Und deswegen nennst du dich Muwahid. Das ist die typische Salafi-Propaganda, die ich hier sehe. Kian, Kian, ich bitte dich, bitte, hör mir nur zu. Du brauchst nicht zu reden. Du siehst, wie die Muslime sich untereinander den Glauben abschreiben. Warum darf ich nicht reden? Warum redest du einfach sinnlos weiter? Erstens, Salafi, der Prophet. Red mal mit deinem islamischen Schrott weiter. Komm. Schau mal, der Salafi-Bedeutung hat der Prophet zu seiner Tochter gesagt. Ich bin ein Salafi für dich, okay? Das heißt, ein Vorfach, ein guter Vorfach. So, erzähl mir mal weiter bitte zu. Ich bin kein Salafi. Ich folge der Al-Ussina-Wajama. Ich folge. Ich kann kein Salafi sein. Und du hast gesagt, du hast keine Ahnung vom Islam. Ich kann kein Salafi sein. Ich kann kein Salafi sein. Leute, darf man hier ein Wort sagen, weil ich muss echt früh schlafen. Ich muss morgen zur Arbeit. Aber ich muss nur, also nur zwei Minuten von eurer Zeit, bitte. Das wäre toll. Weil du darfst reden. Okay. Weil ich wollte nicht unterbrechen. Also, ich wollte nur sagen, also meiner Meinung nach, Muslime sind einfach der Antichristen. Meiner Meinung nach, da wird nie Frieden sein zwischen Israel und Palästina, bis sie endlich mal glauben, dass Jesus ist der richtige Gott. Jesus ist die Liebe. Und für uns, wir haben kein Prophet und Scharia und keine Ahnung was und die gesamte Regel und alles und dieser gesamte Salat. Wir haben nur Christ und Gott. Der Sohn Gottes. Und das ist der Einzige. Zwischen allen Christen. Ob Sekte oder nicht Sekte, ist mir egal. Okay, wir glauben an Jesus alle. Wir glauben alle an Jesus. Prophete hier, Prophete da. Engel hier, Engel da. Ja, aber das ist jetzt auch ein Monat. Schau mal, Monat. Das ist der Einzige. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Eine Minute. Vielen Dank, dass du dir so viel Sorgen machst um die Christenheit, die genauso zerspricht. Nein, nein, alles gut. Das sind 1,5 Millionen Sekten wie der Islam. Und das jeder von Christen. Respekt zu allen Leuten übrigens. Also Respekt auch zu Muslimen, die richtigen. Da sind auch richtige Muslime, die ich gerne auch, die sehr gläubig sind. Man muss keinen Respekt, die wir da irgendeiner Religion entgegenbringen. Auch nicht gegen die Christenheit. Ja, wir wollen jetzt hier keine christliche Stunde. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Darum geht es jetzt gar nicht. Ja, aber das macht man nicht. Man sagt wenigstens... Das Wort Tachut habe ich erklärt. Ja, ist okay. Wir haben uns jetzt ein bisschen verstanden. Und du hast das nicht akzeptiert. Weiter in deiner Märchenstunde über Israel. Nein, nein, nein. Ich habe erst geguckt, was du antwortest. Aber es ist okay. So, damit will ich sagen, du sagst ja, jeder ist Muslim, der die Schahada ausspricht. Und ich sage nein. Warum? Weißt du wieso? Lass mich nur ausreden, bitte. So, weil die großen Eimer dieser Rechtsschulen, ja, wie Ahmad Nuhambal oder Imam Malik, keiner hat die Schahada von einem akzeptiert, die nicht in der Gemeinschaft, in einer Jamaah, in einer Meschid gebetet haben. Warte mal, die Schahada ist kein Beweis gewesen. So auch dein Beten nicht. Also bitte, du hast kein Wissen darüber, darum redest du einfach vor dich hinaus. Moabit, Moabit, ganz ehrlich, soll ich dir was sagen? Tatsächlich jetzt meine Meinung, du lenkst die ganze Zeit ab. Du redest über... Nein, nein, ich rede doch über das Thema. Guck mal, guck mal. Aber zum Beispiel auch solche Sachen so, du probierst die ganze Zeit, Kian, dein Islam-Test. Weißt du, was das Problem ist? Du probierst, nein, 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 guck mal, egal, selbst wenn er dir die richtigen Antworten geben würde, würdest du sagen, nein, stimmt nicht, falsch. Ja genau, das ist dein Spiel. Du sagst die ganze Zeit, stimmt nicht. Er antwortet jedoch, du sagst, alles stimmt nicht, ist alles falsch. Kann er nicht. Du probierst mit ihm, dein Spiel zu treiben, so irgendwie, um die ganze Zeit irgendwie so zu tun, als wenn du hier der Allwissende bist, aber du hast so, so viele falsche Sachen gesagt. Kian hat die... Kian hat die... Wir können da gerne mal eine Frage stellen. Wir kommen zurück zum Thema Hamas, selber so eine Zweigorganisation der Muslime. Hamas und Kufar. So, und jetzt? Ja, Hamas ist von Iran gegründet. Bravo, bravo, bravo. Hey, Kian, schau mal bitte, jetzt darf ich reden. So viel Taqfir aus dem Mund von keinem Muslime, dann habe ich doch Hamas. Wenn du Ahnung hast, Moabit, dann rede über Hamas. Wenn du Ahnung hast, rede doch über Hamas. Nie habe ich so viel Taqfir aus dem Mund von keinem Muslime. Die Hamas, die sagen in der Schahada, in der Schahada, ja, sagen die Wayul Ali, ja, sie fügen das noch hinein, ja, das sind Kufar. Die Schir, warte mal, die Hamas, die Gründer, wenn du noch ein paar Jahre zurückgehst und die Zeiten in Gaza anschaust, die Hamas haben ihre Kufar da verbreitet und haben ihre Zufar, warte, lass mich doch reden, ihre Zwiebel, Imame, Strukturen, T-Shirts und Marken ausverbreitet. Die Hamas wird von Iran unterstützt, das heißt, das sind Kufar. Oh mein Gott, hier bitte schön, wieder Taqfir. Also die Hamas ist keine aufrichtige muslimische Bewegung, weil der Iran da seine Finger im Spiel hat. Der Iran hat schon seine Finger im Spiel hat. Merkt euch mal, was sich hier abspielt. Ich muss einfach... Ich muss das machen, ja. Merkt euch einfach mal, was sich hier abspielt. Das ist jemand, der ist eventuell euer Nachbar, der ist eventuell euer Arbeitskollege, der ist eventuell, eventuell ist er euer Studienkollege. Das sind die Typen, die mit euch Tür an Tür in Deutschland leben. Und jetzt? Ja, der nicht nur den Muslimen ihren Glauben abspricht, weil sie nach seiner Meinung nicht gehörig der Sunder folgen, weil sie vielleicht das Tawhid-Konzept nicht wirklich verinnerlicht haben, obwohl... Ja, ohne Tawhid kein Muslim. Moabit, du bist ein Jahil. Ohne Kufr betaut kein Muslim, das ist die Regel. Ohne die Achkan zu wissen, ohne nicht die Bedingung von Shahada zu wissen, ist kein Muslim. Kian, ganz kurz, Kian, du kannst uns doch mal ganz kurz, wir haben ja heute über WhatsApp ein bisschen geschrieben, erleuchte uns doch mal über den friedlichen Islam, was zum Beispiel gerade in London los ist. Erleuchte uns doch mal. Ja, also, eine Sache ist schon mal klar. Ja, wir haben es hier mit einer religiösen Bestie zu tun. Och, och, ich kenne mich nicht mal, rede da nicht. Doch, du gehörst dazu. Komm, urteile mich, darf man das als Atheist? Darf man das als Atheist? Als Atheist darf man alles. Ach so, okay, sehr gut zu wissen. Dieses Privileg auszusprechen, dass man sich nicht in die Hose scheißt vor irgendeinem Sky, der die auf Wolke 7 sitzt, das macht mich, das macht meine Haltung sehr, sehr, sehr privilegiert. Das ist der Unterschied. Deswegen kann ich sagen, was ich will. Es gibt keinen Onkel, der in Wolke 7 sitzt und mir sagt, du, 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 darfst aber nicht sagen. Ja, du hast den Maulkorb auf, ich nicht. Ich rede Klartext, das ist die Sache. Ja, ja, das ist ja. Und ich habe nur eine religiöse Fratze gezeigt. Wo steht die Schahada im Koran? Das kommt der nächste Punkt. Die Schahada, es gibt nur den ersten Arkan, la ila illallah, aber Mohammed, der Rasulullah, kam später hinzugefügt. Ja, weil die Leute, weil ich ja gesagt habe, die Leute haben, la ila illallah gesagt, es wurde was hineingefügt, damit man die Menschen unterscheidet, die Gläubigen und die Ungläubigen. Ja, es ist tatsächlich und ich glaube, dass das sehr viele Leute gar nicht wissen und ich glaube, dass das sehr viele Leute auch interessieren würde, wenn du uns einmal bitte sagst, was in London passiert ist, weil das unglaublich ist, was da gerade abgeht. Absolut, ich sage das. Wenn er von den Arkanen, Adin spricht, dann spricht er von den fünf Säulen des Islam. Das ist das, was er sagt. Nein, falsch. Ja, natürlich, genau das ist es, was du sagst. Arkan von la ila illallah sind zwei. Ich habe mich von den... Ja, natürlich, natürlich. Sie gehören aber zu den Säulen der Religion. Ja, und das ist auch die Tatsache. Der erste Arkan ist Schahada. Das ist die erste Arkan. Fertig. Und dann kommen die zweite und dritte und vierte und fünfte. So, was passiert gerade in London? Das ist der Iman. Ja, 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 Iman, Iman. Boah, bitte kurz ruhig. Kira möchte uns gerade was erzählen. Genau, genau. Also, was passiert gerade in London? Zehntausende, wenn nicht sogar hunderttausende fanatische Muslime gehen gerade auf die Straße und wünschen sich die Zerstörung des Staates Israel. In so einem Ausmaße, dass die Polizei überfordert ist. Selbst der Staat, im Gegensatz zu Deutschland, wo Gott sei Dank die Justiz und die Polizei verstanden hat, dass man diese Feinde, die Barbaren und die Feinde der Zivilisation nicht auf die Straße gehen lassen soll, ungestraft, hat es in England bereits einen Kniefall gegeben vor dieser barbarischen Religion aus dem 6. Jahrhundert. Das ist der Unterschied. Dann kommt dazu, das ist gerade in England der Fall. Dann werden jüdische Bürger angegriffen. Ganze jüdische Bezirke, wie zum Beispiel Golderscreen in London, im Norden von London, sind von der Polizei hermetisch abgeriegelt, weil man befürchtet, dass es so eine Art Pogromstimmung gegen die Juden gibt, die in Golderscreen leben. Die Juden legen ihre Käppis ab, sie entfernen ihre jüdischen Symbole und verstecken sich, weil sie einfach Angst haben, dass diese Masse von aggressiven und sehr gefährlichen Muslime, die in England leben, ihnen auf den Pelz rücken könnten. Im Moment ist es so, dass in England wahrscheinlich die Gesellschaft einen Kniefall gemacht haben vor diesen wilden aus dem 7. Jahrhundert. Und wir haben gesehen, dass das Zusammenleben zwischen Muslime und Europäern nur noch schwer möglich ist. Der Beweis, dass der Islam nicht kompatibel ist mit irgendeiner Gesellschaft auf dieser Erde, zeigt sich in diesen Tagen, wo Israel nicht nur einen Kampf führt um sein eigenes Überleben. Wir müssen alle zu dieser Zeit israelisch sein. Wir sind alle jetzt heute Juden und zwar aus der Tatsache heraus, dass Israel einen Stellvertreterkrieg für uns alle führt. Es ist Zivilisation gegen Barbarei. Es ist diese Kopfabschneider-Religion, die augenblicklich über den Erdball fegt und überall Gesellschaften destabilisiert. Es reicht nicht, dass der Islam aus der Region im Nahen Osten und überall da, wo der Islam Autorität besitzt, diese Gesellschaften zu Shitholes gemacht hat. Der Umstand, dass sie auch jetzt diese gescheiterte Religion in unsere Breitengrade bringen und genau das Gleiche bei uns anfangen, das zeigt uns, dass wir uns schleunigst aufmachen müssen, die Gefahr, die aus der islamischen Ecke kommt, zurückzudrängen. Das ist ein oberstes Gebot. Ansonsten bricht auch die Zivilisation in Europa zusammen. Deswegen muss Remigration, Rückführung von Millionen von Muslime, muss zur politischen Tagesordnung gemacht werden. Kian, darf ich kurz fragen, weil du meintest, wir müssen alle Israel werden. Was meinst du damit? Wir sind alle Israelis, habe ich gesagt. Kannst du mir mal bitte sagen oder erklären, was Israel bedeutet? Das spielt jetzt auch keine Rolle. Nein, nein, du hast gesagt, wir sind alle Israel. Ich möchte wissen, was Israel bedeutet. Wir sind alle Israelis. Das ist etwas, das ist etwas, es spielt überhaupt keine Rolle jetzt, was du rausfinden möchtest. Die Tatsache, die Tatsache, dass Israel für uns einen Kampf führt gegen eine barbarische Religion, der du angehörst. Das macht uns alle, ja, dein Prophet war ein Barbaren. Und wer ist, eine Frage, wer sind die Nachkommen von Edom? Wer sind die Nachkommen von Edom? Die zwölf Imame der Schiiten waren Barbaren. Wer sind die Nachkommen von Edom? Das sind die Christen. Warte mal, die Nachkommen von Edom, warte mal bitte. Wir gehen tiefer rein. Die Nachkommen von Edom sind die Christen biblisch. Was sagt die Schrift über Edom und was sagt der Talmud über Edom? Was interessiert mich, was irgendwelche biblischen Bücher, die in einer Zeit der Unwissenheit geschrieben worden ist, wo die Menschen sich gar nichts erklären können. Nein, aber sie gehen danach. Was interessieren mich Bücher aus der Spätbronzezeit überhaupt noch in diesem Jahrhundert? Außer, dass ich sehe, dass sie noch so einen enormen Einfluss haben auf diverse religiöse Gruppen, dass sie das Zentrum für viele große Probleme in unserer Gegenwart sind. Das ist das Einzige, was ich hier beobachte. Mehr muss ich nicht beobachten. Was interessiert mich, diese Verbindung dahin? Kian, du wissende kleine Frage. Du sagst doch, dass die Religion von Islam eine barbarische Religion ist. Oh, yes. Jetzt meine Frage ist, zeig mir vom Koran oder von der Sunnah, zeig mir von der Sunnah, von Propheten, dass er einmal so viele Kinder und Menschen getötet hat, wie heute Israel getötet hat. Banu Kureysa, zum Beispiel der Stamm von Kureysa, zwischen vier und siebenhundert Juden wurden in einer Nacht von dem vierten Khalifa, alle eben den Abu Talib geköpft. Das reicht schon. Das war ein Massaker zu dieser Zeit. Haben die, haben die, so wie heutzutage die Israeliten einfach ein Hospital bombardiert, wo Kinder und Alte und Frauen drin sind? No, fein. Jetzt kommen wir wieder zu Israel, Palästina. Wunderbar. Ihr Feiglinge. Ja, ihr Feiglinge, ich bin nicht Israel. Du hast gerade gesagt, wir sind Israel. Wie ist das, du hast gerade eben gesagt? Ich habe, ich bin nicht Israel. Du hast gesagt, wir sind alle Israel. Ja, ja, klar. Ich meine das, ich meine das als Solidarität. Ja, ja, klar. Weil sich ein Feind der Zivilisation auf den Weg gemacht hat, diesen kleinen Staat auszulöschen. Deswegen sage ich, ich bin heute Israeli. Ich bin nicht der Anwalt Israel. Und das mit dem Krankenhaus war eine Lüge. Kian kann euch das sagen, das mit dem Krankenhaus war eine Lüge. Ja, ihr seid Kindermörder. Ja, ja. Also ich bin kein Kindermörder. Doch, du gehörst dazu. Ich will gar nicht dazugehören. Du befürwortest das doch. Du befürwortest das doch. Kian, kannst du Ihnen das kurz erzählen mit der Rakete mit dem Krankenhaus? Sehr gerne. Ich habe Videos davon. Warum? Was braucht ihr zu erzählen? Wir haben vor Ort Videos. Zunächst einmal haben wir eine Propaganda, eine Propagandazentrale, die nennt sich Palliwut. So ähnlich wie Hollywood oder Bollywood. Die Palästinenser haben das schon in den 80er Jahren entworfen, um auf ihr Schicksal, mit gefakten Videos. Wir haben von privaten Leuten Videos vor Ort. Ja, ja, von privaten Leuten. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Wir haben auch palästinensische Familien dort. So, wir haben die Tatsache, ich beweise es jetzt. Also. Wollte beweisen, wir wollen das jetzt sehen. Nein, 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 warte mal. Wir wollen das sehen. Ja, ich beweise es dir logisch. Kein Text. Ich will das Video und die Aussage sehen. Ja, ich beweise es jetzt logisch. Also, folgendes. Folgendes. Gaza ist ein dicht besiedelter Streifen. Auf sehr engen Raum leben 2,5 Millionen Menschen. Es gibt in Gaza, gibt es kein weites Land. Es gibt kein, ähm, es gibt keine Täler. Es gibt keine Berge. Es gibt nichts, wo sich faktisch die Hamas, ähm, ähm, auf, ähm, auf strategischer Ebene zurückziehen kann. Das Einzige, was die Hamas machen kann, ist, weil sie diesen Raum nicht hat, in Gaza gibt es keinen Raum, ist, dass die Hamas ihre gesamte militärische Aktivitäten in die Wohngebiete verlegen muss. Das hat Hamas getan. Das tut Hamas übrigens schon, seit es aktiv in den Kampf gegen Israel oder in den Terrorkampf gegen Israel eingetreten ist. So, deswegen, weil Hamas eben nicht von Berge ausschießen kann, nicht von Täler, nicht von anderen Regionen, die sich weit außerhalb von Städten befinden, hat Hamas sich entschieden, die gesamte militärische, ähm, Infrastruktur in Wohngebiete zu installieren. Das ist der Grund, warum Israel es so schwer hat, ähm, Kollateralschäden zu begrenzen, weil Wohngebiet ist gleichzeitig Schlachtfeld in Israel, ist Kampffeld. Die Hamas ist so feige, so unmoralisch, dass sie sogar den Kauf, den, 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 dass sie sogar den Tod von Tausenden von Palästinensern kaufen. Die Hamas sind Freiheitskämpfer. Ja, ja, komm, Mickey Maus, geh mal ein Pokémon spielen und hau mal ab. Aber Kian, Kian, eine Frage, wo ist jetzt der Beweis? So, warte mal, warte mal. Wo ist der Beweis? Bitte kein Prediger, Beweis. Dann hat es Aufnahmen gegeben, bei denen eindeutig gezeigt wurde, es gab eine, eine Sprachaufnahme zwischen zwei, ähm, Kommandeure des, des islamischen Dschihads. Und der eine Kommandant ruft den anderen an und sagt, wahrscheinlich ist eines unserer Raketen, fehlgezündeten Raketen, auf dem, auf dem Vorplatz zum Krankenhaus runtergegangen. Das war ein Dialog zwischen zwei Leuten des islamischen Dschihads. Wo ist der Beweis? Ja, das kannst du in den Medien finden. Nee, nee, ich habe den Beweis. Ich habe das Beweis, ich kann es dir schicken. Ja, bring, aber keine Manipulierten bitte, ja? Nein, das kannst du nicht manipulieren. Manipulieren. Das habe ich mehr Deutsch. Manipulieren. Ja, schick mir das, bitte. Kannst du nicht mehr, du hast es eindeutig. Kein Problem, kein Problem. Okay, weiter geht's. Dann hat es die 25.000 Raketen, die Hamas seit dem 7. Oktober auf Israel feuert, gibt es mittlerweile Untersuchungen, dass mindestens 500, wenn nicht noch etwas mehr, als Blindgänger auf eigenes Territorium runtergegangen sind. Und haben selbst so viele Kollateralschäden angerichtet. Der Unterschied zwischen den ganzen Opfern im Gazastreifen, jetzt mittlerweile zwischen 8.000 und 10.000 Palästinenser, und der große Unterschied, dass im Israel vielleicht nur 1.500 oder um die 2.000 Menschen gestorben sind, liegt nur darin begründet, dass Israel ein vernünftiges Abwehrsystem gegen diese Barbaren der Hamas aufgebaut hat. Wenn dieses Iron-Dome-Abwehrsystem nicht gewesen wäre, dann wären im Israel vielleicht 20.000 oder 25.000 Israelis jetzt tot gewesen. Das ist der Unterschied. Israel hat sich geschützt, und die Hamas schützt sich, indem sie sich in der Zivilbevölkerung versteckt und Guerillia spielt. Das ist der große Unterschied. Und nur deshalb sind die Kollateralschäden so groß. Was soll Israel denn machen? Modentruppen. Diese feigen Guerillia. Modentruppen, wie die Amis. Ja, damit haben sie auch angefangen. Wie die Amis. Ja, sie haben angefangen damit. Warte mal, schau mal, die Hamas, guck mal, ich sag mich von denen so oder so los. Auch von dem, wer die auch unterstützt, ja. Aber hier geht es um die Leute, die jetzt natürlich gefährdet sind und in Angst leben und was weiß ich was. Ich befürworte das so oder so nicht. Aber so wie du redest, befürwortest du das, was sie getan haben. Ja, ich befürworte jede militärische Aktion der israelischen Armee. Selbstverständlich. Okay, das heißt, wenn jetzt dort jetzt kein Krieg herrscht. Darf ich was dazu sagen? Naja, warte, lass mal, Mowahi. So, es wäre, schau mal, die rein logische Sache war so, okay, du hast jetzt recht, dass die Hamas sich in die Bevölkerung, also, sag ich mal, untergejubelt hat und dort seinen Angriff, das stimmt. Dazu sage ich ja nichts. Das haben die gemacht, ja. Ja, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Ist ja auch rein logisch, oder? Wie denn? So, auf jeden Fall befürwortet das nicht oder rechtfertigt das nicht, dass Israel Raketen in die Bevölkerung reinschießt. Sie wissen überall Bescheid, von jeder Ecke aus, wer wo wohnt. Sie haben über jeden Kontakt eine Erreichbarkeit, um zu wissen, wo sich jeder Terrorist von Hamas sich befindet, okay? So, das ist eine Sache. Das könnt ihr ganz leicht herausfinden. Aber sie haben bewusst in die Menschenmenge die Raketen abgeschossen. Das ist ein Unterschied. So, sie könnten die Boden-Truppen losschicken und sie könnten die Hamas in jeder Ecke auffinden. So, wie sie es immer getan haben. Aber von wo weißt du, das ist deine Analyse. Ernsthaft. Nein, 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 nein. Schau mal, schau mal. Nicht nur du hast Kontakt. Nicht nur du hast Kontakt. Ich kann es meinen Tag mehr an Mubahid aussprechen. Ja, bitte. Sie könnten das alles machen? Also, alleine Tatsachen. Und das tut sich als Moslem auf solchen Plattformen, wie TikTok aufhältst, führt dich aus dem Islam heraus. Also, du bist kein Moslem mehr. Mein persönlicher Tag ist ja an dich. Klar, du hast Ahnung. Ja, genau. Du bist kein Moslem, du bist ein Jäser. Ja, du hast Ahnung. Des Weiteren, man muss abwägen, Israel, also ich vertrete die Werte von Israel, deshalb bin ich auch auf deren Seite. Natürlich, wir gehen beide Seiten mit Kriegsverbrechen. Ja, man muss abwägen. Auf beiden Seiten gibt es sehr wohl Kriegsverbrechen, das breit es niemand ab. Die Tatsache ist, ja, ich kann es auch, dass dieselbe Logik kann auch an dich angewendet werden. Ja, nee, nee, kannst du nicht, weil du keinen Beweis hast. Ja, das ist alles, was der Prophet Mohammed getan hat, also bist du auch ein Pädophil. Hör mal zu, willst du jetzt mit mir intensiv... Ja, nein, nichts, hör mal zu, das ist keine Logik, die nicht drüber reden werden. Ich zahl mir einfach lediglich auf, dass deine Logik jetzt nicht besonders anwendbar ist. Hey, hör mal zu, Kollege, in Amerika war mit sieben Jahren die Ehe erlaubt, okay, also rede mit mir nicht drüber, so. Sei lieber ruhig, so. Und was ist die Ehe heute in der USA? Ja, das war auch mit neun... Das war noch... Ja, aber ich bin jetzt auch kein Amerika-Pan, oder... Ich bin kein... Ja, ich bin nicht mehr in der zivilisierten Welt, das gibt es nicht. Nur in der, in dieser rückständigen... Hör mal zu, im Tonal wird erwähnt, bis sie reich, bis sie, bis sie, bis sie, äh, jetzt habe ich das Wort vergessen, bis sie mukellef ist. Ich weiß, was du sagst, bis sie reif ist, ne, geschlechtsreif, oder was? Ja, bis sie mukellef ist, also geistlich, süßig, egal wie sie ist, so. Das kann ich jetzt auch noch forzen. Aber wir reden jetzt noch nicht über das Thema, oder? Doch, können wir doch das aufmachen, ist doch kein Problem. Schau mal, ich bin der anderen Meinung, ich kann hundert andere Beweise bringen, auch von... Nein, es gibt keine Beweise. Oder von Arufakissen. Ganz viele Muslim haben uns gesagt, ganz viele Muslim haben uns gesagt, dass mit neun Jahren in Ordnung war. Es gibt gar keine Beweise. Das mit, äh, was, wie wir das kehren, mit sechs Jahren geheiratet, mit neun Jahren Geschlechtsverkehr. Darf ich jetzt reden, dann? Warte mal, warte mal kurz. Mohammed ist Vorbild, das heißt, was Mohammed gesagt hat... Das ist keine Sunnah. Mohammed hat empfohlen... Und außerdem, es ist nachweisbar, dass sie mit Puppen gespielt hat, dass er sie mit sechs... Ja, und spielen heute vierjährige Damen auch. Ja, was, was los? Sie haben auch ihre Collection. Gibt es auch fünfjährige Männer, die haben auch ihre, äh, wie nennt sich das, Legos... Da besteht ein großer Unterschied, ob jemand Puppen sammelt oder ob jemand ein Kind ist und mit Puppen spielt, weil er eben ein Kind ist, ja? Ja, okay. Und wenn Mohammed mit sechs Jahren... Willst du ein Kind, wenn ich Playstation zocke? Wenn Mohammed zu Abu Bakr kommt und um die Hand seiner Tochter anhält und Abu Bakr selber aus allen Wolken fällt und sagt, aber Mohammed, bin ich denn nicht dein Bruder? Was so viel auf Arabisch bedeutet, wie wenn ich dein Bruder bin, wieso wagst du denn von deinem Bruder nach der Hand seiner Tochter zu fragen? Abu Bakr war selbst überrascht davon, dass er, dass Mohammed ein Auge auf ein sechsjähriges Kind geworfen hat. Schau mal, diese sechs Jahre alt, oder neun Jahre alt... Ja, das war früher, ich war auch... Kian, um mit dir das Thema zu bringen, kennst du, kennst du Daryl Nedwe? Oh, fuck, ey. Kennst du nicht, nein, rede nicht so, kennst du nicht. Daryl Nedwe war damals die politische Ansicht der Vorreicht, okay? Wenn die Damen ihre Reife erreicht hatten damals, also die Mädchen ihre Pubertät erreicht hatten, sind sie zu Daryl Nedwe gegangen, okay? Wenn sie zehn Jahre alt waren, aufpassen, wie ich jetzt rede, ihre Pubertät erreicht haben, oder auch wenn sie elf waren, haben sie da hingebracht oder sind da hingegangen und haben gesagt, meine Tochter hat ihre Reife erreicht und ist zur Ehe jetzt bereit. Ab diesem Zustand, wo sie ihre Pubertät erreicht hat, ab da an wurde dann ihr Alter gezählt. Das heißt, sie war ein Jahr reif, zwei Jahre reif. Also, sie gingen zu Daryl Nedwe und machten dies bekannt, ab dem Tag, wo sie es bekannt gemacht haben, wurde das dann, wurde der Alter dann aufgezählt. Ein Jahr, zwei Jahre. So, jetzt rede ich, ich wollte das Thema machen. Entschuldigung, du willst mir doch nicht erzählen, dass ein neunjähriges Mädchen... Nein, nein, du hast mich nicht verstanden. Du willst mir erzählen, dass ein neun... Mohammed hat mit Aisha geschlafen, als sie neun Jahre... Du hast mich nicht verstanden. Ja, und er hatte die Physis eines 54-jährigen Mannes. Du hast mich nicht verstanden, du redest. Und der Penis eines 54-jährigen Mannes in dem Körper einer neunjährigen. Ich will dich sehen, ob das ein Vergnügen für ein neunjähriges Mädchen... Schau mal, du hast mich nicht verstanden, verzeih mir. Antworte doch darauf, ist das ein Vergnügen für ein neunjähriges Mädchen? Schau mal, ich habe doch gesagt, ich bin der anderen Meinung. Ja, okay, dann frage ich dich anders, dann frage ich dich anders. Was ist dein, meine Damen und Herren? Ganz kurz, ich frage dich, deine persönliche Meinung, was würde... Ab Jahren ist ein Mädchen geschlechtsreif, dass sie mit einem Mann schlafen kann? Ab wie vielen Jahren? Deine persönliche Meinung, sag mal. Also, wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht, ist sie, ja, ist sie, wird sie zu einer Frau. Dann wird sie nur geschlechtsreif, aber dann ist doch... Sie wird zu einer Frau. Lass mich nicht aus Bibelzitate bringen. Dann weiß man aus der Wissenschaft, dass das Gehirn bis mindestens zum 23. Lebensjahr nicht voll entwickelt ist. Sie wird zu einer Frau. Sie wird nicht zu einer Frau. Aber mit wie vielen Jahren? Was ist für die Pubertät? Wie viele Jahre? Nenn doch mal eine Zahl. Ich kann dir keine Zahlen nennen, mein Mann schenzt es 14. Was soll ich dir sagen? Die jüngste Mutter, die schwanger wurde, war fünf Jahre alt. Das kann im Allgemeinen angewendet werden. Das Problem ist halt damals, wenn Mohammed das gemacht hat, gilt es als Vorbild. Die jüngste Frau hier im westlichen Land war fünf und wurde schwanger. Ich sag doch nicht, dass das zum Vorbild zu nehmen ist. Der Unterschied ist, Mohammed war Vorbild und es wird heutzutage noch angewendet. Das ist aber keine Sunnah. Das ist Frauen davon sterben. Mädchen sterben davon. Das ist aber keine Sunnah. Ja, das ist Fahd. Es ist Koran. Nein, das ist auch kein Fahd. Was redest du, Kilian? Bitte hör auf. Sura 65, Vers 4. Willst du mir den Koran erklären? Dann lass uns den Tefsir aufschlagen und gucken, was die Mufay-Syri gesagt haben. Also rede nicht mit mir unwissend. Dann siehst du, was Ibn Kathir zu dem... Ibn Kathir ist kein Beweis für mich. Wenn du die Aussage nicht verstehst, was er da geschrieben hat, dann tut es mir auch leid. Jetzt sind auch die ältesten Koran-Exegesen für dich kein Beweis. Der älteste Koran-Exeges ist nicht Ibn Kathir. Du lebst in... Es sind einer der ältesten Koran-Exegesen und einer der vertrauenswürdigsten Koran-Exegesen für die sunnitische Welt sind Ibn Kathir. Ibn Kathir, 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 Ibn Kathir. Von vielen Mutterachtirungen gibt es, ja, von vielen auch, ja, aber es ist kein Beweis jetzt für mich, weil du die Texte nicht verstehst. Darum geht es. Abgesehen davon. Du weißt, du kennst doch gar nicht, du kennst mich doch gar nicht, du kannst doch gar nicht wissen, was ich da sage. Keanu, ich kenne dich doch, ich weiß doch, was für einer du bist. Also ich kenne dich jetzt nicht so gut, ne, aber ich kenne deine Aussage. Na ja, dann, wenn du mich nicht so gut kennst, dann sag doch mal, was ist er für einer, was ist er denn für einer. Ich hab' den fuck up. Das ist einer, der nur Hetze treibt, mehr nicht für mich. Abgesehen davon, also was, wenn wir das Alter jetzt betreffen, Abu Bakr Sadr hatte davor auch eine Ehefrau. Und, also es gibt die Überlieferung darüber, wer damit mit mir debattieren will, der muss nur mit mir in ein Live kommen. Aisha, Radiallahu Anuma, wurde in der gleichen Zeit wie Fatima, der Tochter von Mohammed, a.s.w. geboren. Das heißt, fünf Jahre eher, bevor er die Botschaft verbreitet hat. Das heißt, wenn ihr Ahnung habt und Wissen habt, kontrolliert erstmal nicht Wikipedia, islamische Quellen, wann Aisha geboren wurde. Und dann rechnet ihr die Zahl hoch und dann kommt ihr auf das Ergebnis. Ja, und dann kann Aisha entweder 14, 15, 17, 18 gewesen sein. Der Unterschied ist trotzdem nicht groß. Denn Aisha, sagen wir mal 14, 19. Oder wenn sie 18 war, dann war der Prophet immer noch 51. Und als er sie dann flachgelegt hat, war er 54. Und ich gebe meine 18-jährige Tochter nicht einem 54-jährigen Schlag. Versuch mich, was du machst oder nicht machst. Das tun andere heutzutage auch. Ja, fertig. Welcher vernünftige Vater gibt seinem Kind, seinem 18-jährigen Tochter, einem 51-jährigen Knacker? Was interessiert dich, dass wer was tut? Ja, außer er ist Araber natürlich. Was hat das mit Araber zu tun? Oder Muslim. Was hat das damit zu tun? Ich kann nicht... Ja, weil das einen brauchen... Hey, guck mal, schau mal, bitte. Lass mich nicht noch tiefer angehen, bitte. Pakistan, Afghanistan. Was jucken mich die Afghanen? Was interessiert mich das? Ja, mich juckt das jede Menge. Wenn ich das, dann musst du runtergehen und deine Solidarität bereitgehen und sagen, ich bin da. Und wir glauben, deine Version, obwohl die Sunder voll ist mit den Hinweisen, dass Aisha 6 war und 9 war. Schau mal, hast du eine Aussage? Kian, schau mal, ich bin ehrlich zu dir. Bring mir eine Aussage, eine Aussage vom Propheten, wo er gesagt hat, Aisha war 6 oder 9 Jahre alt oder 10. Okay, Moment, gerne. Von Mohammed, nicht von Aisha, nicht von einem anderen, nur von dem Propheten. Komm, leg los. Wirst du keine einzige finden, komm. Komm, ja, lach nicht, du kennst die Hadiths nicht. Du kennst sie nur, wie du die vorliest. Ja, ja, na klar. Ja, bring mal, wo der Prophet gesagt hat, sie war 9 Jahre alt. Spielt es eine Rolle, ob es von Mohammed ist, wenn Aisha es selber sagt? Schau mal, noch mal. Spielt es eine Rolle, ob Mohammed das sagt, wenn Aisha das von sich selbst behauptet? Natürlich. Sahel Bokhari. Natürlich. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aussprüche, wo Aisha selber überliefert. Es kann auch 20 geben. Aisha überliefert. Es kann auch 20 geben. Es ist egal. Das ist doch nur eine Frau, die kann doch gar nicht recht haben. Was hat das jetzt damit zu tun, Nicola? Die war eine Gelehrtin im Islam. Sie hat die Leute gelehrt mit dem Islam. Also wie kann sie da nicht was sagen? Sag mal lieber leise. Du bist ein Trickser. Ich bin kein Trickser. Ich werde zeigen, dass du ein Lügner bist. Ich werde nicht. Nur wer es glaubt, wer nicht glaubt. Akzeptierst du Kitabes Zedda als deine wichtigste zweite Sekundarliteratur nach dem Koran? Nochmal bitte, ich habe es nicht verstanden. Akzeptierst du die Hadith-Literatur als die zweitwichtigste Information? Ich lebe und sterbe mit der Sunna. So, komm, zeig mir eine Aussage vom Propheten. Dann gibst du, dann musst du Sahih Muslim und Sahih Bukhari akzeptieren, richtig? Ja, bring mir. Komm, du hast keine Ahnung von Hadith-Auslegung. Und warum akzeptierst du nicht, dass Aisha selbst von sich aus den Sahih Bukhari und Sahih Muslim gesagt hat? Leg los. Nicht Aisha, Propheten. Aisha ist nicht meine Propheten. Willst du mich verarschen? In der Hadith-Literatur kommen nicht nur Aisha zu Wort, sondern Abu Hurayra berichtet, Abu Muslim berichtet und bla 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 berichtet und der berichtet und jener berichtet. Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, diese Rumtrickserei ist echt erstaunlich. Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, dass du es nicht akzeptierst, wenn in Sahih, ich rede von Sahih Hadithe, Aisha von sich aus selbst sagt, dass sie sechs Jahre alt war und dass der Prophet nur geschlafen hat, als sie neun war. Und ich habe dich gefragt, bring mir eine Aussage vom Propheten. Weißt du, was überhaupt ein Marfu-Hadith ist? Du willst mir also ernsthaft sagen, du akzeptierst die Sahih-Hadith? Nein, 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 nein. Du bist der Kaffer hier. Du bist Kaffer. Das sage ich nicht, das sage ich nicht. Schau mal, unter den Sahabern. Du lehnst die Aussprüche ab. Nein, ich lehne nichts ab. In den Augen der meisten Ausländer bist du jetzt ein Kaffer geworden. Nein, ich lehne das nicht ab. Ich komme bei mir im Atheisten-Club, mein Freund. Ey, Kian, ich lehne nichts ab. Ich mache sogar Iman da dran. Aber du hast keine Ahnung davon. Das ist das Problem. Doch, du lehnst es ab. Du brauchst nicht mit mir mit Schnuppeli und Populi kommen. Es reicht, wenn du sagst, Aisha hat es überliefert von sich selbst. Sagte sie, dass ich sechs Jahre alt war und dass ich mit die Ehe mit neun vollzogen habe. Das sagt Aisha in einem Buch, das deine damaligen Hadith-Forscher, Bukhari zum Beispiel, als vertrauenswürdig eingestuft hat. Und dann gibt es keine Diskussion mehr. Da kannst du mir nicht mit Schnuppeli und Populi, wie diese ganzen koranischen, die ganzen Hadith-Spielregeln bedeuten, kannst du nicht mit kommen. Okay, Kian, eine Frage. Legt man die Hadiths auch aus? Erklärt man die auch oder erklärt derjenige, der das nur liest aus? Ja, das ist dann in den weiteren ungefähr 30 Werke überwiegend über die Schüler von Abu Muslim und... Okay, und was war die Auslegung jetzt davon? Du hast selber eine Auslegung gemacht gerade. Es gibt keine Auslegung. Du brauchst keine Auslegung. Es reicht, wenn Aisha sagt, ich war jetzt und der Prophet hat nicht flachgelegt, als ich neun war. Das reicht. Nein, es geht nicht um das, was flachgelegt ist. Erstmal redest du mit dir schön. Da gibt es keine Weisheit dahinter. Es gibt keine mehrdeutige Begrifflichkeit dahinter, wenn Aisha sagt, ich war sechs. Da können nicht die Gelehrten hier sitzen und sagen, Aisha war vielleicht 73 Jahre alt. Sie war sechs. Guck mal, ich gebe dir eine Quelle. Ich gebe dir eine Quelle, ja. Eine Quelle. Guten Abend, schön. Darf ich mal ganz kurz zwischenstören? Ich hauche gleich wieder ab. Kannst du ihm mal kurz die Quelle geben? Nein, du kannst mir über die Quellen, kannst du danach noch eine ganze Stunde lang mit ihm reden. Das ist nämlich ehrlich gesagt total Wurst. Ja, du darfst alle Quellen benennen, die du da möchtest. Das ist absolut legitim. Finde ich sehr, sehr gut, dass du Quellen benennst. Dann könnt ihr weiter über Quellen diskutieren. Ich habe mal eine ganz einfache Frage. Die geht speziell an dich. Und zwar in dieser Glaubensform, dass man sich darüber streitet, wie alt Aisha war, am Ende rotzegal, wird aufgrund dieses Glaubens, aufgrund dieser Überlieferung, aufgrund dessen, was da steht, heutzutage die Kinderehe ausgeübt. Stimmt, ja. Das sind alles für mich kranke Leute. So, diese kranken Leute. Was meinst du, wie viele es von diesen kranken Leuten gibt, die sich da alle als wahre Moslems schimpfen? Ja, die gibt es. Darum sehe ich nicht jeden als Muslim, wenn ich seine Hakida nicht kenne. So, aber das ist eben der Punkt. In dem es da ist, ist eigentlich Kian, den du da als Hetzer betitelst, nicht der richtige Ansprechpartner. Der richtige Ansprechpartner für dich sind deine muslimischen Brüder, die genau dieses halt ausüben. Das sind nicht meine Brüder. Ich kenne die nicht. Mowaid, Mowaid, wo ich ein Problem mit habe, tatsächlich, dass du hier probierst, Kian hat keine Ahnung, Kian ist kein Muslim. Ja, weil er nicht alle Quellen kennt. Ich warte ganz kurz. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber Kian war 35 Jahre Muslim. Wie kannst du ihm absprechen, dass er keine Ahnung hat? Unsere kleinsten Gelehrten, die waren mit elf Jahren Gelehrten. Juma Malik hat die großen Leute widerlegt. Achmed Imhanbal hat die großen Leute. Das hat mit Alter nichts zu tun. Es geht um Wissen, es geht um die Quellen. Ja, Wissen, Quellen, weißt du was? Das Blöde an der ganzen Sache ist. Es gibt zum Beispiel auch in Moscheen, wie heißen eure Gelehrten da? Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Entschuldige bitte. Von wo? Wen meinst du? Aus einer Moschee der Prediger nennt sich? Iman. Der Iman, genau. Der Iman, der doch eigentlich dann zum Beispiel dieses Wissen verteilt und da dann zum Beispiel auch dieses Wissen weiter trägt. Ist doch richtig, sehe ich doch richtig, ne? Ja, man darf dich jeden glauben. So, und jetzt wird es lustig. Wie kann das dann sein, dass der Iman, der dieses Wissen da weiterträgt, auch den Leuten genau dieses Wissen vermittelt? Dass es zum Beispiel völlig legitim ist, ein Mädel zu ehelichen, wenn sie dann... Ich kenne so einen Iman nicht, der das gemacht hat. Ja, das ist traurig, dass du das nicht kennst. Das ist eben das, was ich eben meine. Der Punkt, was du nämlich nicht verstehen willst, ist in der Begrifflichkeit, was du dazu, Kian, gesagt hast, da habe ich ein Problem mit. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, dass man Wissen austauscht. Man kann sich darüber unterhalten, ob man da vielleicht Ansätze hat, dass man sich darüber unterhalten kann. Alles völlig legitim. Aber ihn dann als Headset zu betiteln, damit habe ich ein Problem. Weil der Punkt ist, am Ende tauscht ihr beide untereinander Wissen aus. So, aber ihn dann als Headset zu betiteln, das ist die falsche Stelle. Weil der Hetzer ist doch dann eigentlich der Typ, der dann den muslimischen Brüdern dieses Wissen vermittelt, dass es völlig legitim ist, eine geschlechtsreife Minderjährige zu ehelichen. Und das ist der Punkt. Du, ganz ehrlich, weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme ist? Dass du dich noch nicht mal in diese Richtung bewegst und darüber nachdenkst, ob das vielleicht an dem sein könnte. Ganz ehrlich, ich könnte das kotzen kriegen, dass man sich darüber unterhält, ob das nun in den Büchern genauso dasteht oder nicht dasteht. Ich könnte mich darüber wirklich richtig aufregen, wenn ich mir überlege, dass es dann aber in der heutigen Zeit, im Jahre 2023, ausgeübt wird. Und zwar auf Grundlage dessen, was da in diesem Buch steht. Wer es da falsch versteht, ist mir dabei rotzegal. Am Ende sieht es nämlich ganz einfach so aus. In dem Glauben selbst seid ihr euch nicht einig. Das ist das größte Problem von allen. Das ist das größte Problem von allen. Es ist unmöglich, mit jemandem zu diskutieren, der grundsätzlich erst mal die Akhida von einem Muslim erfahren muss. Ja, das steht im Koran. Wenn ein Muslim kommt und sagt, ja, ich glaube an Allah und ich glaube an den Propheten Mohammed, dann sag mir erst mal deine Akhida. Ja, das steht im Koran, Surah Al-Mumtayna. Allah sagt Prüft. Und demjenigen, der sich zum Islam kennt. Allah sagt Prüft. Deine Sache. Nein, Allah sagt Prüft. Guten Abend. Darf ich nochmal kurz meinen Satz zu Ende führen? Weil ich glaube, technische Probleme haben uns gerade hier alle rausgeschmissen. Aber ich würde noch gerne einen Satz schnell zu Ende ausführen und dann könnt ihr weiter über Hadife ballern. Und zwar folgendermaßen. Ich sehe eine ganz große Problematik genau an diesem Diskussionsbedarf. Kian als Ex-Moslem, der aufklärt, hat eine andere Position. Ich sehe ihn nicht als Hetzer, ich sehe ihn als Aufklärer. Wenn ich mir aber dann beispielsweise die unterschiedlichen Glaubensrichtungen anschaue, die Sunniten, die Alawiten, die Shiiten und den letzten vergesse ich immer. Entschuldige bitte, ich möchte jetzt nicht unhöflich werden, weil ich vergesse das ständig und sage das immer ganz lustig. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins. Wenn ich dann mitkriege, wenn sich diese vier Glaubensrichtungen aus einem Glauben heraus unterhalten, dass sich diese Leute absolut nicht eins sind. Obwohl sie alle nach einem Buch gehen. Dass dieses Buch das Maß der Dinge ist. Und das finde ich sehr bedenklich. In diesem Glauben sehe ich da gerade durch diese Uneinigkeit. Du bei uns Christen mag das vielleicht auch sein, aber ich rede da eher denn davon. Dankeschön. Wenn er aber dieser Einwurf dann da gebracht hat. Ach Gott. Da wird bitte zu Ende reden. Wenn du das dann zittest, dann zittest du in deinem Bibel, was da so steht. Ja, pass mal auf. Und da machen wir was ganz lustig. Ich sage dann zu dir, weißt du was, du kannst mir gerne meine Bibel zitieren, aber wir Christen sind so klar denkend, dass wir eins auf jeden Fall schon mal verstanden haben. Wir trennen. Nein, du wirst lachen. Moment, davon rede ich nicht. Wir Christen sind so klar denkend, dass wir eins auf jeden Fall verstanden haben. In einem Land wie zum Beispiel in Deutschland, was mir sehr wichtig ist, trennen wir Staat von Religion. Herzlichen Glückwunsch hat das Leben so befolgen. Und dadurch haben wir diese Probleme nicht. Darüber reden wir doch gerade noch nicht. Wir reden gerade über Israel und Palästina. Was hat jetzt Deutschland damit zu tun? Mit der Reue haben wir schon letztes Mal diskutiert. Darüber reden wir gerade jetzt nicht. Es geht jetzt um Israel und Palästina. Richtig? Nee, du hängst völlig, du hängst nicht drin im Thema. Du solltest dich vielleicht erstmal zurückhalten, bevor du das Gespräch mit so einem blöden Scheiß unterbrichst. Weil ich war eigentlich gerade ziemlich fertig und wollte gar nicht weiter ausführen. Das, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Von daher würde ich nochmal nur daran an den netten Herren hier unten, wie heißt er, Muawahid. An Muawahid möchte ich dann einfach nur noch vielleicht diesen einen Ratschlag geben. Egal, wie ihr euch da mit eurem Wissen betteln wollt, finde ich eins auf jeden Fall nur anmaßend von dir, dass du Kian als Hetzer betitelst. Obwohl es an dem ist, dass die Kinderehe, egal was im Buch drin steht, sich Leute nach diesem Buch richten und die Kinderehe auch sogar in Deutschland ausgeübt wird und auch in anderen Ländern sowieso. Von daher nur das als Denkansatz. Roy, ich habe eine Bitte an dich. Tatsächlich weißt du ja auch, dass Kians Arbeit sehr wichtig ist und dass wir Kian sehr gerne zuhören. Ich würde dich tatsächlich diesmal bitten, dass du diesmal oben bleibst, weil wir beide wissen, dass du auch Zuschauer mitbringst. Und dieses Thema, was Kian hier auch probiert mit Muawahid, dass die diskutieren, sollen so viele wie möglich sehen, wenn das für dich in Ordnung wäre. Alles Dinge, ich mache mich stumm. Ich wende dann nur maximal einen Einwurf rein, wenn das Gespräch aus dem Kugel gerät. Das ist ein sehr wichtiges Thema und das sollen so viele... So sehe ich das auch. Alles klar. So sehe ich das auch. Okay. Aber ich habe mal kurz eine Frage an. Kian und Muawahid. Kian, bist du... Okay, ich bin... Ja, bitte. Kian, bist du Atheist oder bist du Christ oder was bist du denn? Atheist. Atheist, das heißt, okay, du hast keine Religion, richtig? Ich habe keine Religion. Okay, das heißt, du folgst auch nicht, wenn Israel sagt, das ist unser Land, richtig? Also versprochenen Land. Das ist für dich jetzt unrelevant, richtig? Weil du ja ein Atheist bist, genau. Das ist für meine Verteidigung Israels, ist das auch völlig irre, richtig? Okay, super. Dann habe ich ja eine Frage an, weil du sagst, ja, wir sind alle pro Israel etc. Diese Sache passiert ja nicht seit heute, oder? Mit Palästina und Israel, oder? Ganz genau, seit Entstehung Israel 1948. Schon, okay. Und hat Palästina die nicht aufgenommen? Nee, haben sie nicht aufgenommen. Also haben sie nicht aufgenommen? Die haben nicht jetzt mal früh miteinander... Die haben da bereits schon gelebt. Achso, die Juden haben schon da mal gelebt. Die Juden haben bereits dort schon gelebt, richtig. Okay, okay, okay. Es gab in dieser Region viele arabische Juden. Darf ich kurz... Von welchem Jahr besprechen wir? Nicht Arabisch. Hatten die da Probleme miteinander? Bitte? Hatten die so Probleme miteinander wie jetzt? Ja, ganz viele Probleme gab es. Es gab mehrere Massaker auf dem britischen Mandatsgebiet. Britische Mandats, okay. Von welchem Jahr reden wir? Darf ich dir kurz mit einem kleinen Kommentar eindenken an Moavits Frage? Er hat ja gefragt, haben wir sie nicht aufgenommen? Hat Palästina sie nicht aufgenommen? Ich hab nicht gefragt. Also du hast gesagt, hat Palästina die Juden nicht aufgenommen? Nein, nein, ich hab das gefragt. Achso, sorry. Nein, ich meinte, von welchem Jahr reden wir? Von welchem Jahr? Wer hat das denn gerade gefragt? Ja, ja, ich hab gefragt. Nach den zweiten Backup, wo sie sind ja Juden. Ja, nachdem sie sind Palästina, ja, ja. Das will ich dir nur kurz beantworten, dann würde ich wieder an Kian weitergeben. Und zwar, nein, haben sie nicht. Die Briten, das britische Mandat, das heißt, die britische Regierung, haben die Einwanderung von Juden erlaubt. Es gab keine Araber, die gesagt haben, kommt Juden, ihr seid geflüchtet, ihr habt Schlimmes erlebt, kommen, wir nehmen euch in unseren Häusern auf. So was ist nicht passiert. Okay, wenn du so sagst, warum er schädet dann einfach, ist England, wer da rein, wer in den Land rein darf, finde ich noch. Schau mal. Weil das englische Gebiet war, es war England. Achso, das ist englisch. Es gab ja keinen Staat Palästina und jetzt würde ich einfach wieder an Kian weitergeben. Ja, ganz genau. Weil die Unterhaltung nicht wirklich stören erstmal. Das ist kein Problem. Ich muss raus, ich will euch nur ein Buch geben, wo bezüglich auch Palästina betrifft und will ich noch ein Denkmal dazu geben. Wer kennt das Buch, die Historie der Timur Bek von Tamerlan? Wer kennt das? Das ist vom Jahre, glaube ich, 1722. Steht da die Balfour-Annexion drin? Wie bitte? Steht da die Balfour-Annexion drin aus 1917? Da ist alles drin, was die Zeit ist. Da ist eine Landkarte drin sogar. Steht die Balfour-Annexion von 1917 da drin? Wir reden nicht von 1917. Steht sie da drin? Es ist ein sehr großes... Ja, du redest von der Geschichte. Pass auf, ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen. Steht die Balfour-Annexion von 1917? Steht diese in dem Buch von der Geschichte dieses Landes? Hör mal zu, ich rede von einem Buch... Steht es drin oder nicht? Du hast es doch gelesen oder nicht? Wie kann es von 1900 drin oder was stehen, wenn es von 1722 ist? Ja, das ist nämlich eben der springende Punkt. Die Geschichte hört nicht irgendwo an, fängt nicht... Oder hört nicht irgendwo auf. Sie geht von Anfang bis Ende. Und da ist zum Beispiel dieser Fakt, der nun mal da sehr wichtig ist, nämlich die Balfour-Annexion. Weil dieses Land, was da von England annektiert wurde, dass dieses Land nun mal den Engländen gehört hat, dieses Land, was sie da hatten, weil es ihr Land war dann, es an die Juden weitergegeben haben. Israel gehört nur nach dieser Erklärung den Juden. Okay, also hat England das Land an Israel verkauft. Mustafa Kemal Atatürk hat da eine große Rolle mit drin gespielt. Du kannst das sehen oder halten oder machen daraus, was auch immer du willst. Es ist eins, dass England, dieses Land, sie haben es nicht verkauft, eher im Gegenteil, sie haben es verschenkt. Verschenkt sogar? Das heißt, ich bin jetzt Afrikaner. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Das ist genauso, als wenn du ein Stück Grundstück hast und der Meinung bist, du möchtest deinem Nachbarn ein Stück abgeben. Dann ist das deine Entscheidung, weil es nämlich dein Grundstück ist. Ah, okay, das heißt, die Türken, die jetzt in Deutschland ein paar Länder gekauft haben, wo die deren Häuser bauen dürfen, heißt das... Du, wir reden hier nicht von irgendwelchen fremden Ländern, wir reden von dem Ist-Zustand. Der Ist-Zustand ist ganz einfach der, dass das Land den Engländen gehört, die dieses Land dann daraufhin den Juden geschenkt haben, was auch immer verkauft haben, weiß nicht, drum geschickt haben, betitelt ist, wie du auch immer es willst, dass dieses Land dadurch in jüdische Hand gerutscht ist und es ganz einfach den Juden gehört. Israel gehört den Juden. Man darf auch nicht vergessen, Freunde, dass die Araber das Gebiet Palästina ja schon mal geteilt haben. Ein Teil haben sie an Araber geschenkt und den anderen Teil wollten sie den Juden schenken. Den Arabern haben sie Jordanien geschenkt und den Juden sollten sie das jüdische Palästina schenken. Wenn man eine Karte von Palästina aus dem Jahr 1920 aufschlägt, sieht man ganz genau, dass Jordanien Teil des britischen Mandatgebiets war und Juden, sowohl auch Araber, dort haben im Ersten Weltkrieg den Briten geholfen, die Osmanen dort zu besiegen und deswegen wurde beiden gleichzeitig das Land versprochen. Dann wurde geteilt. Okay, das heißt dann, dass jetzt können die Franzosen, die jetzt die afrikanischen Länder kolonisiert haben, wenn die Bock darauf haben... Aber es gab kein Land Palästina, das sie kolonisiert haben. Das Land wurde von Reich zu Reich weitergegeben oder weiter occupied. Es gab nie einen eigenständigen Staat Palästina. Es gab nie eine palästinensische nationale Identität. Natürlich, nur weil manche Länder das nicht angekannt haben, heißt das nicht, dass es kein Land gab. Palästinenser haben sich 1964 als nationale Identität erfunden. Ja, warst du ja nur unten, weil die Europäer das nicht zugestimmt haben. Nix mit anderen kann es nicht. 1945 hat sich kein Palästinenser heute Palästinenser genannt. Sie waren Araber und sie waren Juden. Tatsächlich wurden Juden in Palästina von Arabern als Palästinenser betitelt, um sie auszugrenzen. Das könnt ihr alle nachlesen. Ihr könnt alle jetzt sofort googeln. Guck mal, damit... Löwenherz kann gerne jetzt Palästina-Flagge 1924 eingeben und wir werden alle die damalige Flage... Nee, weil kann ich tatsächlich machen. Ich habe vorhin probiert, was zu googeln, aber dann war hier dieses technische Problem, wenn ich rausgehe, mein Handy spinnt gerade tatsächlich ein bisschen, wenn ich jetzt rausgehe und google. Das müsste tatsächlich jemand anders machen. Und ich möchte zu Moavid und Nafrid sagen, der Bruder Pauly Pauly hat euch gerade komplett auseinandergenommen und ihr wisst nicht, was ihr dazu sagen sollt. Hat er nicht, hat er nicht. Bei einem Fall, guck mal. Schau mal. Ihr kommt ja mit Religion. Abgesehen von Religion, sagen wir, was da abgeht, das darf nicht so sein. Dass man Kinder tötet. Ob das von beiden Seiten. Und das sagen wir die ganze Zeit. Aber ihr verbindet es mit Islamisierung. Und das ist das Problem. Deswegen habe ich ihn auch gerade gefragt. Er hat gesagt, Englern hat den, hat den Lügen das Land. Warte mal, hey. Falsch. Was für falsch? Weil du lügst. Ganz gut. Halil Ibrahim. Halil Ibrahim Ötz hat gesagt, ihr seid alles solche Hetzer und Lügner. Halil, komm bitte hoch. Du hast 15.000 Follower. Beleuchtete Kian. Und warte ganz kurz. Und uns alle mit deiner Weisheit, wenn du doch so viel mehr weißt. Du traust dich nicht und hast nicht die Eier hier hochzukommen. Also hör auf, in Chats und Scheiße zu spielen. So, ihr seid dran. Löwenherz. Löwenherz. Ich wollte eigentlich gerade eben raus. Aber die haben keine Relevanz irgendwie in der heutigen Welt. Das ist unglaublich. Warte mal. Löwenherz. Löwenherz. Hallo. Hallo. Ich bin da, hallo. Löwenherz. Ich wollte eigentlich raus, aber keiner hat mich zu Ende reden lassen, damit ich rausgehen kann. der liebe Roy Rick ist ja Christ. Ich gebe ihm ein paar Sachen mit und dann soll er selber überlegen, was er über Israel denkt. Ja, so, wir reden hier über die Israelis jetzt. Ich nenne, ich nenne, ich nenne den Namen, nutzen die noch. Das will ich gar nicht nennen, aber die betitelten sich so, ja, so. Die Israelis, die sehen euch Christen, als sie nachkommen von Edom. Und das heißt, ihr seid für die der letzte Abschaum und Dreck. Ihr müsst bekämpft werden. So, das kannst du selber nachschauen, was die großen Rabbiner darüber gesagt haben. Aber weißt du, was das Lustige ist? Die Israelis, die schmeißen keine Bomben auf andere Länder. Weißt du, was die machen? Die haben ihre Abneigung. Und ja, ich kenne um diese Problematik. Ich weiß um diese Problematik. Sie spucken da auch kleine Kinder, spucken da auch anderen Leuten vor die Füße. Ja, du hast vollkommen recht damit. Aber weißt du was? Ich bin ein solch klar denkender Christ, dass mir das trotzdem egal ist. Weißt du was? Wenn sie der Meinung sind, dass sie sich da in diese Richtung so orientieren wollen, können sie das machen. Aber eins machen sie auf jeden Fall nicht. Sie schmeißen keine Bomben auf andere Länder. Sie wurden dazu genötigt, dass sie das jetzt machen mussten. Das dürfen Sie. Das darf man. Ich war im Reden. Ich war im Reden. Die Israelis, die schmeißen Bomben auf Zivilisten. Sophia, ich muss raus. Lass mich bitte kurz reden. Ich rede gerade mit diesem einen hier. Ich war im Reden. Ich war im Reden. Verzeih mir, ich muss raus, bitte. Er ist Christ. So, die Christen selber dort, diese Leute, die er beschützt, jedes Mal, wenn sie ihre Pilgerfahrt da drin haben und zum Grab mal von Jesus gehen, werden sie bespuckt und manche sogar geschlagen. Das tun diese, die er beschützt. Wir reden nicht von den Juden, sondern von den Zionistischen. Das sind diese Zionisten, Zionistische Juden. Ja, genau. Genau so. Darf ich kurz darauf antworten? Ja, warte, erst wenn ich geredet habe. Bitte, weil ich muss raus. Bitte. Dann höre ich zu, dann gehe ich raus. Poldi, ich würde auch ganz gerne, dass Kian tatsächlich auch ein bisschen noch mehr hier... Und im Talmud, ja, im Buch Tanit, ja, im Kapitel 10 wird ganz klar erwähnt, dass die Rabbiner, die großen Gelehrten, diese Gebiete Palästina genannt haben. Okay? Und wenn wir noch dazu kommen, dass im Buch Daniel, was man zurück zitieren kann, und wenn man sagt, schau dir doch erstmal an, ne, nimm nicht ein Vers raus, dann muss man Matthäus, das Kapitel Matthäus lesen, 24. und lesen, was Jesus über Jerusalem gesagt hat. Der bezieht sich auf das Buch Daniel. Im Buch Daniel wird im 11. Kapitel erwähnt, dass das Böse zwischen Berg Zion, ja, da wird die Siedlung zwischen dem Merge erwähnt und das ist Jerusalem. Es wird untergehen und niemand wird es retten können. Jesus hat dies erwähnt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wenn Jesus gelogen hat, dann muss Reurig seinen Glauben ablegen, weil Jesus hat hier die Wahrheit nach ihm gesprochen, dass diese Gegend, dass diese Zionisten untergehen werden und es wird zerstört werden. Wann, wissen wir nicht. Wenn er das ablegt, wenn er das ablegt, dann ist ab. Darf ich, bevor, ich wollte ja sowieso auch an den Kian weitergeben, aber ich würde einfach nur kurz darauf antworten, weil er sehr lustige Sachen gesagt hat. Darf ich oder wollen wir erstmal an Kian weitergeben? Nein, bitte, Kian leitet das. Alles okay. Achso. Okay, also er hat ja gerade mehrere Sachen gesagt. Das Erste, ich war gerade davor auch in einem Live, wo irgendwie gesagt wurde, im Talmud steht, man darf Dreijährige heiraten und so. Ich finde es immer so faszinierend, wenn Muslime andere Religionen angreifen und irgendwie irgendwelche Zitate, aus dem Kontext gezogene Zitate oder so nehmen. Weil hier gerade viele Leute sind, würde ich einfach mal sagen, was der Talmud ist. Der Talmud besteht aus mehreren Teilen. Einmal den Ketuvot, einmal den Jevemot. Die Ketuvot sind Diskurse. Das heißt, im Talmud sind mehrere Rabbiner immer zu einem Thema und die diskutieren. Von dort kommen solche Kommentare wie, alle Nichtjuden sind keine Menschen und sowas. Dann sagt jeder sein Statement und dann werden diese Statements auseinandergenommen. In den meisten Fällen im Talmud werden dann so negative Kommentare von bestimmten Rabbinern auseinandergenommen und verneint. So ist der Talmud aufgebaut. Es wird eine These gestellt, dann sagen ein Haufen Rabbiner irgendwas dazu, ob es jetzt ihre Meinung ist oder nicht. Einfach verschiedene Meinungen, weil im Talmud muss man immer verschiedene Meinungen anzeigen und dann wird gesagt, nein, das stimmt nicht. Und diesen Teil lassen die Salafisten und diese, keine Ahnung noch, wer immer aus, weil sie immer diesen Fake-Zitat aus dem Kontext reißen. Im Talmud steht sowas nicht und das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil es halt immer wieder irgendwo aufgezeigt wird. Und was ich noch dazu nur schnell mit einfügen möchte, mich als Christ tangiert es null, dass jemand mit so einen Sätzen reinkommt, weil er kriegt mich damit nicht. Weil mein Glaube gehört mir. Niemand anderem. So, und jetzt Kian. Naja, ihr könnt gerne, es ist ja jetzt gerade, okay, er ist jetzt rausgegangen. Er war ein sehr schwieriger Kandidat, weil er sich in dieser Frage verrannt hat, wer ist Muslim, wer ist nicht. So etwas Anmaßendes da hinzusetzen und zu sagen, hey, ich bin der Meinung, ich traue niemandem, der mir sagt, dass er ein Muslim ist. Ich checke erst mal aus, was glaubt er eigentlich, welche Glaubensversorgung des Islams. Das macht es für einen Muslim ungeheuer schwierig, überhaupt ein entspanntes Verhältnis zu anderen Muslimen zu haben, was sehr skandalös ist. Das machen nicht viele Muslime. Das machen besonders solche weltfremden Menschen wie dieser Typ da. Der lebt mit seinem Kopf, nicht in Deutschland. Der spricht Deutsch. Der lebt in Deutschland, aber der lebt auf einem völlig anderen Planeten, Planeten Mekka oder so. Ja, aber der ist nicht hier mit seinem Kopf. Und so ein produktiver... Sehr schöne Aussage. Ja, ein kontraproduktiver Mensch, der wirklich von null Nutzen ist. Null Nutzen. Außer, dass er mal gesagt hat, dass es nur sehr wenige wahre Muslime gibt. Ja, und der Begriff war, ich mag das immer so, wenn Sie mit all diesem Unsinn hausieren gehen. Das ist wirklich eine sehr perverse Pointe, die er da am Ende noch geleistet hat. Ich will, dass die Zuschauer da draußen verstehen, mit wem sie es eigentlich da zu tun haben. Sie haben es mit Menschen zu tun, die wirklich mit ihrem Kopf im siebten Jahrhundert stecken bleiben, in einer wüstenorientierten, wilden Stammesgesellschaft. Ich glaube, wir haben... Tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche. Ich glaube, wir haben wirklich eine Islamophobie. Islam hast du hier in Deutschland. Es ist echt traurig eigentlich, wenn man für das Pro-Palästina ist. Das ist wirklich beschämt. Und Deutschland sollte sich schämen, Israel zu unterstützen. Weil ein Land, was Kinder tötet, die ganze Zeit Krankenhäuser bombardiert und alles, das kann doch nicht sein, dass man sowas unterstützt. Also jetzt gerade auch die ganze Zeit nur Krankenhäuser... Nein, also ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich ganz ehrlich... Man sieht das, man sieht das. Also jetzt kommt da eine vernünftige Aussage und dann schießt du so ein Blödsinn hinterher. Jetzt mal ohne Scheiß. Roi, Roi, lass doch Kian das auseinandernehmen. Lass doch Kian das auseinandernehmen. Das ist doch genau Kians Thema. Also du redest ja wie von einer von euren Regierungen. Also wir können nur... Das, was schon wieder Blödsinn ist, das gemeinst du ja, ne? Ja, geht nicht. Aber die Logik zeigt schon, dass zwei Dinge möglich sind. Ja, Krankenhäuser können getroffen werden. Oder Israel attackiert die Krankenhäuser absichtlich. Wenn Israel Krankenhäuser absichtlich angreift, dann wäre es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn Israel ein Krankenhaus trifft, und das war ja im letzten Fall so, dass behauptet wurde, Israel hätte gezielt ein Krankenhaus angegriffen, wenn allerdings Aufnahmen später zu sehen waren, wie aus ganz der Nähe dieses israelischen Krankenhauses, äh, Gaza-Krankenhauses, Raketen aufgestiegen sind und man gesehen hat, dass eine Rakete ein Blindgänger war und wieder zurückgegangen ist. Und das hat, ähm, die israelische Presse veröffentlicht, hat das gezeigt und sie hat auch genug Material gezeigt, die mir zumindestens, äh, äh, Genugtuung gegeben hat, indem ich gesagt habe, okay, das ist ein Beweis. Außerdem die Aufnahme zwischen zwei Kämpfern des islamischen Dschihad, die gesagt haben, dass sie, wo der eine den anderen anruft und sagt, ähm, ich glaube, eine unserer Raketen ist, ähm, vor dem Krankenhaus runtergekommen. Und das ist das Problem. Es ist sehr schwierig, in diesem Fall herauszufinden, wer ist, ähm, wer sagt die Wahrheit und wer, wer, wer lügt hier. Ich bin es mir schon klar, dass auf beiden Seiten eine gewisse Propaganda, äh, mit eingebunden wird, weil es ist ein Propagandakrieg. Warum sollte Israel keinen Propagandakrieg führen, wenn Palliwut, ähm, äh, permanent, äh, äh, Propaganda inszeniert, um die Weltgemeinschaft auf ihre Seite zu ziehen. Und augenblicklich wirkt diese Propaganda auch, ja. Die Pallis haben tatsächlich die größere Sympathie auf der Welt. Das liegt aber auch daran, auch daran, dass die Palästinenser, dass man nicht berücksichtigt, dass die Palästinenser, wenn sie mehr und mehr Kämpfer hätten, und mehr und mehr, äh, militärische Logistik hätten, dann würden sie hunderte von Massaker gegen Israel in dieser Form begehen. Nur weil sie militärisch begrenzt sind, wirkt es so, als wäre ein übermächtiger Feind, nämlich Israel, am Werk gegen dieses arme, unterdrückte Volk der Fake-Palästinenser. Und das ist nun einmal der Status quo. Wie soll eine Armee diese, die den Gaza davon abhalten, ähm, mit ihren Waffen nicht die Bürger Israels zu töten? Israel bleibt nichts anderes übrig, als in ein dicht besiedeltes Gebiet zu schießen, aber wenigstens zu sagen, raus aus den Gebieten dort. Wir wissen, und Israel ist nicht doof, die wissen, wo Gaza, wo in Gaza die Hamas ihre Stützpunkte hat. Wo die Hamas ihre militärischen Kommandozentralen hat. Wo Hamas ihre Tunnel errichtet hat. Bedauerlicherweise, bedauerlicherweise, aufgrund ihrer Feigheit und ihrer Unmoral, verstecken sie sich mitten in zivilen Wohngebieten. Und das macht es für Israel ungeheuer schwierig, nicht auf zivile Opfer verzichten zu können. Weil viele Menschen gehen nicht. Und viele Menschen werden von der Hamas gestoppt, die Gebiete zu verlassen. Die Menschen müssen in ihre Häuser zurückgehen. Und Israel sagt ganz klar, wenn ihr nicht geht, wir bomben trotzdem weiter. Und das ist schlussendlich die Realität, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen. Mit einer feigen, terroristischen, schlechter Bewegung der Hamas gegenüber einer regulären Armee, die nicht weiß, wie sie eine irreguläre Armee ausmerzen soll. Außer durch ein flächendeckendes Bombardement und möglicherweise durch einen Einmarsch in Gaza. Nur so kann das funktionieren. Und das ist ein blutiger Krieg. Kian, darf ich noch kurz was zufügen? Ja, gerne. Ich möchte auf jeden Fall noch dazufügen, dass man auch darüber nachdenken muss, dass gerade auf Grundlage der Struktur wie der Gaza-Streifen aufgebaut ist, wie du das ja gerade eben schon so schön gesagt hast, und dass der Raum auch nicht da ist, dass man da sich irgendwo in irgendwelchen Höhlen verkriechen kann oder irgendwas oder irgendwelche Freiflächen hat, wo man da agieren kann, dass das natürlich erstmal ein Problem darstellt. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, wenn Israel das wirklich wollen würde. Mal ganz ehrlich, ist euch bewusst, dass Israel, wenn sie agieren würde, wie sie könnte, dass sie innerhalb von, weiß ich, drücken wir uns mal ganz salopp aus, 20 Minuten Gaza zum Parkplatz umbaut? Ist euch das bewusst? Ihr müsst mal über folgendes nachdenken. Es gibt auch auf israelischer Seite Palästiner, die da leben. gibt es. Es gibt auf Palästiner Seite aber nun mal die Problematik mit der Hamas. So, die Hamas unterdrückt das eigene Volk. Israel hat etwas probiert. Krieg muss man verstehen. So doof, wie sich das anhört. Wenn die Hamas angreift und Israel gezwungen ist, sich zu verteidigen, das ist es an dem, versucht man natürlich, das irgendwie hinzukriegen, den Gaza-Streifen nicht in Kürze der Zeit zum Parkplatz umzubauen. Wie müsste man also jetzt agieren? Man lenkt als allererstes die Flüchtlingsströme. Das heißt, Israel, das habt ihr alle mitgekriegt, hat gesagt, die Palästiner sollen in den Süden gehen, damit man da vernünftig gegen die Hamas kämpfen kann. die Palästiner machen es aber nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie nicht wollen, weil sie nicht können oder weil sie nicht dürfen. Kann man sich ausmalen, wie man auch immer will. Auf jeden Fall, Fakt ist eins, dass dadurch zum Beispiel nichts anderes wie eine Bodenoffensive möglich ist. Wie lenkt man aber jetzt diese Menschen in den Süden? Natürlich muss man das irgendwie machen, sie dahin zu locken. Es hört sich blöd an, ich finde das ekelhaft, dass sie das gemacht haben, das sage ich gleich mit dazu. Ich finde es schlimm genug, dass es gemacht werden musste. Aber Wasser ist auf jeden Fall etwas, was jeder Mensch zum Leben braucht. Das sollte jedem klar sein. Das heißt also, man schneidet Wasser ab, macht oben im Süden das Wasser wieder auf. Somit hat man versucht, die Flüchtlingsströme zu lenken. Deswegen verschiebt sich die Bodenoffensive so lange. Das ist das eigentliche Problem der Bodenoffensive. Wenn sie nämlich anders agieren wollen würden, dann könnten die in Kürze der Zeit, wie gesagt, Gaza zum Parkplatz umbauen. Und das ist nun mal leider an dem. Von daher muss man mal darüber nachdenken. Wer hat eigentlich das Interesse daran, Gaza komplett zu zerstören? Das ist nicht Israel. Das ist die Hamas. Die Hamas in ihrer Handlung zwingt Israel zu handeln. Das ist, wie es ist. Von daher, Befindlichkeiten rausnehmen, sachlich drüber nachdenken und sich nicht fremd lenken lassen. Der Krieg der Religion ist am Ende einfach nur ein Instrument. Und das verstehen so viele nicht. So, das wollte ich nur noch mit einwerfen. Ich wollte auch mal reden. Und zwar hatten die Leute 24 Stunden Zeit, um abzuhauen, ja, in den Süden. Also vom Gaza-Streifen, ja. Ja, aber die Leute haben das halt nicht mehr geschafft, abzuhauen. Ein paar sind in den Süden abgehauen, aber die wurden trotzdem getroffen, ja. Die Menschen, die abgehauen sind, wurden auch getroffen, halt. Ja, von den Raketen. Und das, das wurde auch, das wurde auch, in Videos, wurde das alles auch gezeigt. also ich glaube, ich glaube, also die Menschen, die abgehauen sind. Unfairness. Man erwartet von Israel, Israel ist wahrscheinlich das einzige Land auf der Welt, von dem man erwartet, dass es einen präzisen Krieg führt. Aber was ist mit den, mit den Russen und Ukraine? Was ist mit all diesen anderen Kriegen, wo wirklich wahllos gemetzelt wird? Aber bei Israel wird wirklich verlangt, hey, führt einen präzisen Krieg. Das gibt so etwas wie einen präzisen Krieg nicht in so einer Auseinandersetzung. Israel befindet sich nicht in irgendetwas anderes als Krieg. Und im Krieg, da wird gekämpft. Und da gibt es so etwas nicht wie eine absolute Präzision bei der Kriegsführung. Selbstverständlich hat sich die Israel an die Genver Konvention zu halten. Ja, dass Menschen, die in Kirchen in Synagogen oder Moscheen Zuflucht suchen, dass die nicht dort umgebracht werden. Selbstverständlich muss Israel sich an diese Dinge halten. Aber das bedeutet schlussendlich nicht, dass Israel, das so einen komplizierten Feind hat, dass Israel zu jeder Zeit vermeiden kann, dass nicht auch Zivilisten in diesem Konflikt sterben. Und das wird nicht gehen. Das ist völlig naiv so anzunehmen, dass Israel das Zivilisten davon abhalten kann, dass sie sterben. Du hast dich selber gerade damit verraten. Du sagst gerade, Israel befindet sich im Krieg und deswegen können die das nicht verhindern, dass die Zivilisten getroffen werden. Richtig? Und guck mal, da merkt man dann Doppelmoral. Wenn er beim Koran über Verteidigung im Krieg steht, sagst du auf einmal, das sind Terroristen. Was meinst du damit? Das macht doch keinen Sinn, was du da sagst. Merkst du selber nicht? Wieso macht das keinen Sinn, was er sagt? Es gibt sogar sehr... Na ja, aber guck mal, er sagt doch gerade ja, weil die gerade im Krieg sind. Oh, Räurig, lass mal Kian darauf antworten. Kian macht das. Ja, die Antwort ist darauf. Weil das war wirklich, weil vorhin meinte er ja, ja, das ist dann mit Verteidigung gemeint. Und jetzt auch immer sagt er ja, Israel ist ja im Krieg und deswegen können die nicht verhindern, dass Zivilisten getroffen werden. Also zunächst einmal, die islamischen Heere haben Auslöschungskriege geführt. Alleine die Ausrottung der Juden und der Christen innerhalb von 23 Jahren in Mekka und Medina beweist, dass der Prophet Mohammed nicht zimperlich war bei der Ausrottung von jüdischen Stämmen. Warum hat er das gemacht? Weil er die Juden und die Christen hat gemerkt, er kommt bei ihnen nicht durch. Die Juden wollten von seiner Botschaft nichts hören, die Christen wollten von seiner Botschaft nichts hören. Also hat er gesehen, die sind ein Problem in dieser Region. Und deswegen hat er kriegerische Anlässe genommen, um die Juden und die Christen entweder zu dekonvertieren, zu vertreiben oder zu ermorden. Und er hat das mit ganz jüdischen Schieden gemacht, die in Mekka und Medina ansässig waren. Und was macht er Israel? Die Männer köpfen lassen und die Jungen, die Kinder. Was heißt denn eine Überlieferung in Sahih Bukhari? Alles gut, ich sag das nicht, aber wenn er so steht, dann steht das so doof. Aber was macht er Israel? Verordneter, dass jemand, der Schamhaare hat, die sollten den Kindern die Hosen runterziehen und wenn ein Kind Schamhaare hatte, dann war er ein Mann und dann hat der Prophet die Ermordung dieses Kindes angedroht. Das ist die Tatsache. Deiner hat Ausleuchtungskriege geführt. Er hat ein Scheiß gekriegt. Was machte Israel in Israel mit Palästina? Was machte Israel in Israel mit Palästina? Was machte Israel gerade mit Palästina? Dass sie so wie ein Gefängnis leben, dann bin ich sogar noch bombardiert. Die Araber, die Palästinenser gibt es nicht. Wir müssen erst mal die Begrifflichkeit sagen. Was machen die Menschen denn da? Okay, okay, wenn es keine Araber gibt, okay, okay, wenn es die Araber nicht gibt. Darf ich dann auch mal reden, bevor sie jetzt gerade vom Propheten Mohammed gesprochen haben, weil das stimmt überhaupt nicht. Ich bin jetzt nicht der Beste, der sich da auskennt. Jeder muss dann weiß, dass es im Islam verboten ist, Kinder zu töten oder Frauen zu töten. Richtig, genau. Und er sagt, Mohammed hat gesagt, dass man Kinder töten. Ja, genau. Also bei uns ist Quatsch, was er sagt. Das weiß auch jeder. Absolut haram. Und der weiteren Frage, ich mich folgendes. Sag mal, was für eine Glaubensrichtung ist in der Hamas unterwegs? Nicht töten, nicht töten. Was für eine Glaubensrichtung ist in der Hamas unterwegs? Was für eine Glaubensrichtung ist in der Hamas unterwegs? Antworte doch bitte mal, was für eine Glaubensrichtung ist in der Hamas unterwegs? Okay, was hat Antworte doch bitte mal. Mit den Juden gemacht. Was hat, das ist doch kein Wallaboutism. Antworte bitte auf meine Frage. dann antworte mal, was hat, was hat denn Hitler denn mit, Hitler mit, 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 mit die, mit Hitler in Deutschland? Pass auf, wir machen uns das einfach. Ich frage mich ganz ehrlich, wen hatte Hitler so als Verbündeten? Wen hatte Hitler als Verbündeten? Was hat er denn gemacht? Ja, die Italien als Verbündete hat er. Hat er muslimische Brüder als Verbündete gehabt? War Hitler kein, war Hitler kein Deutscher? Hat Hitler, hat er muslimische Brüder als Verbündete gehabt? Ja oder nein? Mischliche Brüder, aber heißt das bestimmt gut, dass die Muslime sind? Das ist eine Organisation, wenn man sagt muslimische Brüder. Alter, komm, ganz ehrlich, die Muslime waren die Partner. Wenn die Nazis, lass mich mal bitte mal was vorlesen, dann heißt das Nazi, aber nicht Deutsche. Ja, mach ich, lass dich vorlesen, ich mach mich stumm. Wenn die Terroristen, also folgendes, wir haben nämlich von Armin al-Husseini, wir haben von, also folgendes, wir haben von Armin al-Husseini, dem Großmufti von Palästina, der hat ja auch früher auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt, weil er mit den Nationalsozialisten auch im Bündnis war. So, am 7. Juli 1942 strahlte sein Berliner Sender Stimme des arabischen, des freien Arabertums einen weiteren Aufruf zum Völkermord aus. Lass mich dir jetzt jetzt mal vorlesen. Ich zitiere, ihr müsst die Juden töten, ehe sie das Feuer auf euch eröffnen. Tötet die Juden, die euer Vermögen an sich gerissen haben und einen Anschlag auf eure Sicherheit planen. Araber, Syriens, des Iraks und Palästina, worauf wartet ihr? Die Juden haben vor, eure Frauen zu schänden, eure Kinder umzubringen und euch zu vernichten. Nach der muslimischen Religion ist die Verteidigung eures Lebens eine Pflicht, die nur durch die Vernichtung der Juden erfüllt werden kann. Das ist eure beste Chance, diese dreckige R... Punkt loszuwerden, die euch eure Rechte beraubt und eure Länder Unheil und Zerstörung gebracht hat. Tötet die Juden, steckt ihren Besitz in Brand, zerstört ihre Geschäfte, vernichtet ihre niederträchtigen Helfer des britischen Imperialismus. Eure einzige Hoffnung auf Rettung ist die Vernichtung der Juden, ehe sie euch vernichten. Und genau auf diesem ideologischen Fundament agiert die Hamas. Nämlich die Hamas hat in ihrer Kater drinstehen, tötet die Juden, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Und ein Stein sagt, oh Moslem, diene Allah, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Das, was der Großmufti von Palästina früher als ideologisches Gedankengut gehabt hat, lebt heute in der Hamas weiter. Und das muss uns bewusst sein. Auch eine Frage, Hamas, mal eine Frage. Ganz kurz, bitte. Moritz, warum wurde denn die Hamas erschaffen? Sag mal kurz leise, Bro. Hey Moritz, was waren das für Quellen? Die Hamas wurde erschaffen von Israel zum Ausgleich für die PLU. Leider ist das, was da als Gutes geplant wurde, in etwas ganz Schlimmem geendet. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, ich beantworte dir übrigens deine Frage nochmal, die du ja nicht beantworten möchtest, bei den Hamas. Das ist der muslimische Glauben. Ist da ansässig. Es ist wie es ist. So, dann geht es aber weiter. Es geht aber weiter. Moment mal. Ich vergesse nicht, was du gesagt hast. Keine Sorge. Ich fand diesen Einwurf von Moritz eben erst mal wunderbar. Weil genau das ist nämlich das, womit du gerade entschäft wurdest und es wahrscheinlich noch nicht mal gerallt hast. So, Punkt ist eins. Die Hamas hat angegriffen. Die Hamas hat angegriffen. Israel und Israel, auf Israel, auf Israel, Israelischer Seite, sind die Bomben eingeschlagen. Israel hat Hamas reingelassen. Israel hat Hamas reingelassen. Israel hat Hamas gegründet. Du hast selber vorhin gesagt, Israel hat Hamas gegründet. Dann ist das Thema doch beendet, die Leute. Du hast gerade selber gesagt, Israel hat Hamas gegründet. warum haben sie die hamas gegründet das ist die erste grundlegende frage was macht denn hamas gerade hamas macht gerade terroranschläge das macht die hamas gerade okay aber wenn die hamas gegründet also israel hat die hamas nicht gegründet das ist ein propagandamythos damit die muslime sich von den kreutaten der hamas trennen können sie sehen das unislamische verhalten sie sehen das verhalten entschuldigung sie sehen das verhalten der hamas und sie sind selbst erschreckt darüber über die brutalität der hamas und dann kamen sie diese märchenstunde aus dass die hamas ein produkt des israelischen geheimdienstes ist ist es nicht die hamas hat er heute was anderes gesagt er meinte dass er hat gerade das hammer der hamas von israel gegründet wurde dann ist deswegen habe ich dazwischen gekriegt schon habe gesagt vorsichtig die hamas wurde nicht von israel gegründet was die israelis gemacht haben ist dass sie die hamas gestärkt haben gegen die plo man tut das ganz normal das machen viele länder auf dieser erde die verschiedene konflikte vor ihrer tür haben sie unterstützen eine andere oppositionsbewegung und versuchen dann die hauptbewegung in einem land zu schwächen die frage eine frage eine frage gerade ihr beide wort war gerade auch nicht und wir müssen noch mal das haben was erwartet bitte ich wollte sagen die beide war sogar auch nicht eigentlich einer sagt haben was wurde von israel gegründet der eine sagt nein und wir mussten sagen auch haben was gehört nicht zu uns jetzt wirst du was ganz lustiges feststellen pass mal auf jetzt wirst du was ganz lustiges feststellen kian ich danke dir dass du mich da verbessert hast weil ich bin von dem ausgegangen ist mir da so beigebracht wurde was ich selber gelernt habe wenn ich dazu lernen kann kian dann danke ich dir dafür ich kann nur folgendes dazu sagen entschuldigung ich hatte gerade was im mund also hamas wurde 1987 von einem ägyptischen kleriker namens scheich ahmed jassin gegründet scheich ahmed jassin hat mindestens mindestens 40 jahre vor der gründung 1987 bereits charitie arbeit gemacht in dem in der westbank und in gaza ist ein ägyptischer kleriker der von der al-assan universität kommt und dort sich seine theologische ausbildung geholt hat er ist er hat sich dem thema der araber in westbank und gaza gewidmet 1987 hat er dann im zuge oder mit dem einverständnis der muslimbruder von ägypten dann schlussendlich die hammers ins leben gerufen die israelis haben die die hammers unterstützt weil die hammers keine interesse an einem nationalen widerstand hatte die hammers wollte das leben im gaza und westbank beeinflussen und wollte mehr islamisches leben in diese region bringen deswegen hat die hammers mehr charitie arbeit gemacht krankenhäuser gebaut soziale einrichtungen eingesetzt sich um die versorgung der bürger in dieser region gekümmert und sie wollte mit dem nationalen befreiungskampf wollten sie nicht so viel zu tun haben im zuge dieser entwicklung haben die israelis gedacht dass die hammers das kleinere übel ist und die plo die bis dahin permanent angriffe auf israel gestartet hat ganz besonders als sie dann später in den 80er dann auch oder in den späten 70er dann auch nach libanon gegangen sind 1979 mussten sie von jordanien aus in den libanon und sie haben sich von dort aus in der bk ebene dann ihre ihre paramilitärische organisationen aufgebaut und haben von dort aus im norden den norden israels angegriffen und israel hat sich gesagt es ist besser das kleinere übel zu unterstützen um die plo zu schwächen und die hammers hat diese unterstützung bekommen und hat dann faktisch ihre arbeit gegen die plo aufgenommen weil die plo eine sozialistische bewegung war und die hammers eine islamische bewegung und als die plo weitgehend geschwächt war sie ist heute so geschwächt dass im westbank und im gaza kein schwein mehr die fatah oder die plo bewegung wählt kein mensch mehr da gibt es nur noch islamische bewegungen islamischer jihad und die hammers und im zuge dieser entwicklung hat die hammers mehr und mehr politische soziale und schlussendlich auch militärische macht wie sagt man angesetzt und sie haben die arbeit der plo und der fatah bewegung damals abgelöst für den westbank und verdienten für den gaza streifen und dann erst viele jahre später 1987 in den 90er jahren hat die hammers dann ihre charité mentalität abgelegt und hat angefangen selbst zu einer paramilitärischen bewegung zu mutieren und das war der moment wo israel komplett die kontrolle über die hammers verloren hat aber zu behaupten dass die hammers im labor des israelischen geheimdienstes geboren wurde ist völliger bullshit ist völliger unsinn die hammers hat sich sehr leid das habe ich nicht gesagt das hat dein kollege gesagt hey roi hat von mir das gestern und vorgestern gehört und ich bin mir sicher dass ihm das auch schon dass er das gestern und vorgestern nicht überhört überhört hat überhört hat und dass er wahrscheinlich sich in diesem fall ja auch nur versprochen hat außerdem wenn er es auch so gemeint hat macht ja nichts deswegen sind wir hier und unterhalten uns die tatsache bleibt aber trotzdem wer immer behauptet dass die hammers ein produkt des israelischen geheimdienstes ist hat keine ahnung von der ist ein produkt von der historischen genau wie die hat al-qaida es ist auch ein produkt von amerika ist genauso al-qaida hat ein projekt von euch und amerika wurde von den amerikanern eingesetzt die länder zu bombardieren und davon zu nehmen zu schwächen um zu schwächen und es ist ja ja du hast keine ahnung von was du sprichst die amerikaner sind nicht die architekten das wollt ihr weil ihr euch von den gräuhtaten der islamischen bewegung distanzieren wollt ihr sagt immer diese gräuhtaten haben mit islam nichts zu tun die ihr schämen natürlich 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 weil unsere religion darf noch keine kinder hier schämt euch jetzt hier schämt euch und genau das tut was euer propheten haben natürlich natürlich wir schämen wir schämen unsere religion nehmen deswegen schickt ihr den amerikanern diese erfindung nicht vor der wahrheit dass euer prophet solche totalen anweisungen wird unser prophet würde sowas niemals wollen ihr fragt euch eine sache ihr fragt euch eine sache wir antworten euch diese zeugung das leben haben so was und kopf abschneiden er hat imam ali dem abe talib habib 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 warte mal kurz kieran darf ich dich kurz was fragen warte mal kurz warte mal was haben die christlichen denn was haben dann die christen denn mit den schwarzen gemacht was haben die christen mit dem schwarzen gemacht so jetzt alle waren kurz ja jetzt hast du ein sechster im lotto was haben die islamischen völker mit den eh-afrikanern gemacht was haben die mit denen gemacht in der usa gelandet sind das ist die holländer und die spanier und die engländer und die neue amerikaner hätten keine sklaven kaufen ich bin dunkelhäutig bitte erzähl mir nicht was meine geschichte bitte kommen wir nicht so wenn du warte mal du weißt doch wer die lalba du weißt doch wer die lalba kommt ja ich weiß du mir war ein gefährter von dem prophet er war nein wurde befreit was sie nein er blieb sklade er starb als klar wer wurde niemals befreit da hörst du das stimmt nicht wo steht er kam als sklave er lebt als sklave und der starb als sklave oder mohammed haben ihn niemals befreit er war der diener von mohammed er war der laufbursche vom ort er musste den adan ausrufen er gewerbe ein gefährter war ein slave mohammed so nicht morris weißt du was was für eine hohen hohen stellung weg das ist bitte erklär mir nicht bei der religion bitte aber das was gerade sagt ist wirklich alles mögliche für mohammed machen müssen er hat er war sein sklave er war sein sklave für dich ist klar war alles gut aber in so richtung war keine sklave er wurde sogar befreit von abu becke und abu becke hat den von den leuten er wurde gekauft und an mohammed als sklave weitergegeben und binal hat gefragt warum ich will nur sagen wir müssen viele mussten haben ganz mich bitte mal kurz groß machen wir sind gegen hamass wir sind doch wahrscheinlich hier für die regierung die werden bezahlt ihr glaubt mir ja ich werde bezahlt das stimmt mal ganz kurz erst mal ja ich habe ich habe dich zu 100 prozent verstanden und ich weiß auch worum es da geht worüber du gerade geredet hast um ein bisschen ruhe hier reinzubringen ich habe mich vielleicht in meiner begrifflichkeit falsch ausgedrückt dass das was ich jetzt hier vorlese das ist eine aussage von netanjau selbst wer die gründung eines palästinischen staates verhindern will muss die stärkung der hamas und den transfer von geldern an die hamas unterstützten sagte netanjau im märz 2009 das ich kann das nicht aussprechen knesset abgeordneten seine liquid partei das ist teil unserer strategie was ich damit sagen wollte ist nicht die gründung darüber lässt sich diskutieren definitiv und fakt ist auf jeden fall eins dass die hamas unterstützt wurde auch in aussagen von netanjau da geht es zum beispiel um die großen geldgeber die da zum beispiel nach katar darstellt der imar von katar ist ein sehr großer geldgeber der hamas und ich möchte mal ganz kurz weiter groß bleiben ich möchte euch mal was erklären gibt mir bitte mal zwei minuten zeit löwenherz lass mich mal bitte groß und passt mal einfach jetzt ein bisschen auf vielleicht versteht ihr da ein bisschen mehr der krieg der religion darüber können wir diskutieren den lieben langen tag über die vergangenheit lasst sie lässt sich noch mehr diskutieren aber tut mir bitte mal den gefallen und lest einfach mal mit ich habe versucht mal so ein bisschen aneinander zu rein im jahr 2007 skizzierte die israelische finanzminister den entscheidenden plan die ethische säuberung palästinas abzuschließen und israel vom fluss zum meer wieder herzustellen das ist leider leider ist das an dem so dann weiter israel will palästina palästinern gas vorkommen mehr vor gaza erschließen fast 30 milliarden kubikmeter sollen vor der also gas sollen vor der küste des gazastreifens lagern israel will es mit ägypten und der palästinischen automiebehörde erschließen das war noch der erste urplan den man da so hatte so falscher knopf moment dann kommen wir zu unserer lieben frau von der leyen großer schritt für die energieversorgung eu unterzeichnet gas abkommen mit israel und ägypten schon haben wir nicht mehr palästina drinnen frage man frage sich wieso ich habe leider die karte nicht drauf wo netanjau eine karte von israel zeigt wo palästina schon nicht mehr darauf eingezeichnet ist und einen großen dicken adding nimmt um die pipeline einzuzeichnen viele dachten es ging um die zwei staaten lösung leider war das nicht an dem es ging um diese verkackte pipeline es geht um öl und um gas und mehr geht es nicht so online und wie kann man nicht warte damit ich bin noch nicht fertig ich habe ich habe mich darum gebeten du kannst gleich weiter gas geht danach halte ich auch die schnauze ich möchte einfach nur dass ihr versteht worum es geht gazas gasfelder sollen genutzt werden das wäre gut für die palästinische wirtschaft und was der palästinischen entwicklung hilft ist auch gut für israel wirtschaftlicher wohlstaat wird für uns alle frieden bringen wir verhindern die gasförderung nicht solange die einnahmen nicht zu hamas und damit in die kriegskasse fließen und das ist der punkt ihr müsst das verstehen die hamas ist das eigentliche problem wäre die hamas nicht und auch die hamas weiß um diesen zustand wäre die hamas nicht könnte palästina richtig profitieren von dem ganzen scheiß aber ihr seht es nicht ihr versteht es nicht ihr müsst das große ganze sehen das ist so wichtig der krieg der religionen ist einfach nur der vorwand dessen was da kommt und das ist das was ihr alle nicht verstehen wollt es ist so einfach wenn man sich so ein bisschen mit der ganzen sache auseinandersetzen ich will auch nur ganz kurz sagen ich und kian werden vom israelischen geheimdienst bezahlt wir sind schon multimillionäre die israelis bezahlen uns wollte ich nur kurz sagen was denkst du lösungsvorschlag was der lösungsvorschlag ist das kriegt ihr nicht auf die kette das schafft ihr nicht weil ihr so verbohrt seid sowas von blind seid und das ist das eigentliche problem mal ganz ehrlich behaltet euren glauben doch einfach bei euch hört auf euch den die hand in den arsch stecken zu lassen und püppchen zu spielen jetzt mal ohne mist ihr lasst euch lenken der ganze plan geht nur mit euch als bevölkerung auf und das überall nur dann geht der plan auf die hamas hat mitgekriegt dass es um diese pipeline geht wovon auch palästina profitiert hätte aber man muss sicherstellen dass das geld was palästina da auch gekriegt hätte nicht an die hamas geht das hat die hamas mitgekriegt also was macht die hamas es war gerade vor kurzem das war das bild was ich mit von der leyen gezeigt habe das ist 23 anfang des jahres gewesen musste sie dafür sorgen dass sie das unterbindet ist die pipeline dadurch geht da diese pipeline durch hätte palästina profitiert davon jetzt hat die hamas angegriffen und hat den plan kaputt gemacht weil die hamas in ihrer charter nun mal genau das denken hat und auch die fatah da den kindern das schon so beibringt tötet den juden darum geht's der krieg der religionen wird da genutzt aber die geopolitik dahinter vergessen genau deswegen behandeln die israelis auch die ganzen muslime in palästina so schön die beschlagen die mitstocken während sie beten und so alles und wieder bist du in der befindlichkeit drin du verstehst das nicht und deswegen wird es keine lösung geben ihr sorgt mit diesem verhalten genau für ein kieran gleich wieder auf jeden fall in nur noch einen satz mit diesem verhalten sorgt ihr nur für eins und es tut mir leid das jetzt sagen zu müssen wenn ihr weiter so macht ist gaza wirklich bald ein parkplatz die wollen dass palästina weg ist diese befindlichkeiten es ist ekelhaft du kannst den leuten das 1000 mal erklären es bringt nichts ja das ist so das ist so ihr wollt die wahrheit nicht hören ich zeig dir grad die wahrheit ich legte sogar dieses scheiß artikel vor die fresse wo das willst du wissen das wirst du so auch wenn du recht hast aber wir muslimen noch mal wie sagen wir distanzieren uns von hammers was ist das problem das nicht zu verstehen was versteht die daran nicht konnten die du erklärst uns sogar sogar das ist doch gut wenn du das machst das ist ja dieser tier aber sagt man kann den islam nicht mit man muss also ist ja aber er hat doch recht mit dem was er sage ich weiß ich hab dir ich ich hab schon kennen die nazis die juden beispielsweise vergessen heißt dass die christen das war auch da haben die moslems mitgearbeitet auch da hat die frage der nazi islam pakt der nazi islam pakt selber ging von dem büster aus war zusammenarbeit mit armin alhussi da habe ich euch eben ein zitat vorgelesen wo drin stand was für einen juden hast dieser mann gehabt hat armin alhussi selber hat das ausgelebt und hat wie viele tausend jüdische kinder nach auschwitz geschickt der großmukti von palästina genau ich folge nicht deswegen sage ich es waren die dort alle deutschen nazis das waren die nationalsozialisten und genauso wenig sind alle moslems wer sagt wer sagt dass du oder auch die gemäßigten moslems damit gemeint sind aber auch sagt ja man hör doch mal zu nein du hörst ihm nicht zu das ist das eigentliche problem du hörst nicht zu und denkst die ganze zeit immer nur oh der greift alle an nein ich habe selber warte mal ich habe selber ein moslem als freund der unterschied ist er hält sich nicht an den koran selber er sagt hier wir können gern befreundet sein das thema ist auch das ist auch ein thema zwischen uns aber im endeffekt sind wir trotzdem befreundet eben weil er sich nicht an den koran hält weil ansonsten dürfen wir doch nicht mal befreundet sein okay frage nachdem das eben gehört hat das geht direkt an dich nachdem du das gehört hast von moritz dass er ein freund hat der sich aber nicht richtig an den koran hält sprich gemäßigt ist heißt das für dich dass es ein guter oder ein schlechter moslem ist jetzt kann ich dir mal was sagen im koran steht sogar besonders gütig bitte antworte doch mal auf die frage die ich dir gerade gestellt habe ich habe ich habe keine antworten im koran steht sogar dass wir gütig zu den christen seien so uns et cetera ganz natürlich aber nicht zu freunden nehmen du darfst nicht mit einem juden oder ein christen befreundet sein sonst bist du ein käfer sonst gerätst du ein natürlich nicht zu freuen sie sind einander freunde werden ich befreundet es gehört zu ihnen allah leitet die frevler nicht recht fünf vers 51 schießt mal die teftik was damit gemeint ist zu herrschaften dass sie da die tatsiere gelesen steht an acht oder neun verschiedenen stellen im koran und es sind die letzten suchen das heißt sie sind nicht abrogiert das heißt man darf sich jungen christen im islam nicht zu freunden nehmen warum weil man ansonsten zum umglauben kommt das heißt man könnte ja von der ideologie abkommen und auch mal selber nachdenken das steht man sollte nicht zur herrschaft nehmen das ist damit gemeint zur herrschaft und dass die christen da steht nicht zur herrschaft sondern explizit zu freunden wie ist den koran und dann reden wir weiter das ist ja wirklich die besten in verdrehen wörter verdrehen das könnt ihr wirklich jetzt gerne aufmachen und besprechen aber ich habe das gefühl euch interessiert ist nicht weil ihr es nicht glauben wollt ihr wollt es nicht wissen es interessiert euch nicht und das ist einfach warum diskutieren wir mit euch wenn ihr eh trotzdem dass es drin steht ist leugnet was bringt es mit jemandem zu diskutieren wenn ihr leugnet es aus eurem eigenen buch das hat nicht zu tun das wollen wir sagen stopp stopp bist du sony muslim ja okay wenn du sony muslim bist akzeptierst du akzeptierst du das tafsir von ebenen kathir ja akzeptierst du okay dann lese ich dir jetzt vor was ebenen kathir über sura 5 vers 51 gesagt hat über die bedeutung nimmt die juden und die christen nicht als freunde zu haben denn sie sind die feinde des islam und seines volkes möge allah sie verfluchten aller erklärt dann dass die freunde von einer offen füreinander sind und er gibt denjenigen die dies tun eine wahrende drohung und dann geht er weiter dann gibt er dann dann geht er auf den weiteren konflikt die auf sura 2 auf vers 52 ein und da geht er dann sozusagen geht er erklärt er warum sura 51 bedeutet dass man juden und christ nicht als freunde nehmen dass wir respektieren jede religion arbeiten zusammen darfst du ihm nett sein du darfst auch eine kollegiale beziehung zu ihm haben aber du darfst nicht eine echte wirkliche beziehung zu einem christ und einen juden haben weil alles bündnis 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 steht nichts von einem bündnis habe ich hab dir gesagt wir sind gegen hamas wir sind gegen hamas wie gesagt akzeptiert das wie muslimus in hamas wie akzeptiert jeder glaubt du siehst ja selber dass ich ein marokkaner bin und was meinst du wieviel juden bei uns in marokko leben und christen von ehemals 144.000 juden leben knapp 1.400 warum hat mohammed dann gesagt mir wurde befohlen gegen die menschen zu bekämpfen bis sie sagen la 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 das ist doch schon ganz klar mohammed hatte selber gesagt ich wurde durch terror siegreich durch terror wurde mir gegen die ungläubigen geholfen das ist aus einem hat dies so laut ich muss mich hier leider durchsetzen weil ihr auch mit rein redet ja weil ich weil ich die weite doch sagt guck mal wie ich kann dir die hadise zeigen das ist die wahrheit was drin steht im islamischen land sehr sehr gut ja genau und das hat das thema eigentlich auch die leben als demi sovian weißt du was das stimme ist du bist in deiner befindlichkeit so gefangen dass du gar nicht verstehst dass wenn du dich von der hamas distanziert als gemäßigte hamas zu tun es geht mir nicht um die hamas es geht mir um pro palästina hast du das immer noch nicht verstanden das ist aber nicht die hamas ich hab dir das eben versucht zu erklären du kapierst das nicht die hamas ist das eigentliche problem ohne die hamas hätte palästina wahrscheinlich sogar richtig profitiert es würde ihr so gut gehen wenn sie da diesen scheiß hamas nicht hätte und das reißt du nicht die hamas ist das schaden für das palästinische volk überhaupt doch gar nicht wir sind alle menschen wir können alle in frieden leben aber macht doch mal die augen auf israel tötet palästina gerade und hier und google es hat nichts mit den hamas zu tun hamas gehört israel und palästina zu stürzen ja und die juden die israelis haben noch vor jordanien zu bombardieren schalte du vier mal stummkieren was sagen weil ich die wahrheit sage ja okay egal ich höre auf das reich von israel wird noch größer und die tatsache es gibt in marokko ist seit der antike in israel gibt es auch die tatsache die tatsache dass die israelis leben weil der islamische wahnsinn so sehr auf die juden druck ausgeübt hat dass die juden das land unter not ich will mal sehen ich will mal sehen wenn deutschland erobert wird was hättet ihr das stimmt nicht die jungen was in der damalige ausgewandert ja was 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 hättet ihr gemacht hättet ihr euch nicht verteidigt erik stummt ihn mal durch kian ist dran so sandra meine liebe vielen vielen dank es ist sehr lieb von dir sind alle für den frieden ich bin nicht für juden ich bin ich bin nicht für christen oder sonst was ich bin auch nicht für keiner also ich bin ich bin für den frieden ja ich habe nichts gegen juden und nichts gegen christen und nichts gegen sonst irgendwelche religion ja ich bin nur für den frieden ja und mir geht dann hörst du einfach nur das gespräch du bist nur am stören nur am dazwischen sappeln weil ich die ganzen videos da sehe was da passiert ja die ganzen kinder die unschuldigen menschen da soll ich ja sagen ja auch die regierung in deutschland ich möchte sind hallo so ich fand so ich war nicht sagen so einfach einzigen die die weise waren in holland haben die das kaputt in italien oder in so viel zu viel heiße so viel zu viel und der wenn das nicht das ist echt scheiße der unterbricht die ganze zeit in leicht leute sufian du hast gerade gesagt dass mit den kindern und ich sagte ganz ehrlich der mensch dem das nicht leid tut der ist kein mensch jedem tut leid wenn kinder sterben ich meine worüber reden wir hier aber wir müssen uns überlegen was war die konsequenz daraus dass das jetzt passiert ist so die konsequenz dass die israelische armäe da angegriffen hat war dass die hamas israel attackiert hat so und dass die hamas nicht an einer zwei staaten lösung oder im frieden interessiert ist sonst wäre da vielleicht schmange pflegen die wollen es einfach nicht alles die hat nichts mit mit hamas zu tun ja da kann da kann palästina auch nichts ja das ist hamas gibt da können wir an muss das volk da muss das volk in palästina die zwei millionen menschen und das waren auf die straße gehen müssen demonstrieren gegen hamas machen sie nicht da müssen zwei millionen menschen aufstehen 2006 hat die sony dann die haben diesen albtraum selbst in ihrer eigenen grenzen gewählt was erzählst du denn da nicht eine kleine minderheit hat sich dieser wahl entzogen aber 77 prozent wollten die hammers warum weil die haben das immer brötchen und falafel und 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 rups und sowas verteilt hat es so beliebt gewesen tragen ihre last selber sie haben wir warten vorhin hast du gesagt dass das israel hamas unterstützt hat oder nicht hast du vorhin gesagt habe ich doch gar nicht das ist ein großer unterschied die hamas zehn jahre später vor nach ihrer gründung unterstützt als ein mittel die plo und die fatak bewegung zu schwächen aber es ist auch ein großer unterschied ob 2006 als die letzten wahlen nämlich im gaza stattgefunden haben ja diese ein mann betrieb gehammers da haben wir die 77 prozent der leute die hammers gewählt und damit sind die palästinenser selber verantwortlich für das war okay das heißt aber in deutschland mit in deutschland wieder hoch das heißt da bin ich politiker und sachen versprechen und das so äußerlich so gut scheint dass sie sagen die sorgen für frieden wie kriegt essen ich krieg das das ist doch verwerflich dass man die dann will weil man nicht weiß was wirklich im hintergedanken entschuldigung sie haben die leute gewählt weil es so islamische freaks sind das ist der jetzt noch einmal siehst du das ist ja ein einziges und das meint jetzt verstehst du was ich jetzt meine ich habe das hammers ist an einer zwei staaten lösung nicht interessiert hammers ist an der zerstörung des staates israel interessiert und hammers hat in seiner karte gesagt im artikel 7 aber so ist gerade die bevölkerung aber nicht schulden israel vernichtet ist unser kampf gegen das judentum geht weiter ja aber du gehst auch mit seiner abrichtung mit dem mit dem judentum und es hat noch mit einer national aber wie ist wie ist kam die mussten distanzierung sowie sagen doch wenn mensch kinder tötet und so hat nichts mit islam zu tun kannst du nicht akzeptieren pass mal auf ich hole artikel 7 raus ich mach mich mal groß eric pass mal auf pass mal auf erstens 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 moment warte mal hier ja hier auf ok ja nein darum geht es ja nein ich stütze nur ich stütze nur kians worte kian hier hast du artikel 7 von der charter der hamas ja moment ich habe gerade ich habe gerade aufgerufen sekunde ich kann es mal gleich zeigen in ihrer einleitung in ihrer einleitung sagt die hammers israel existiert nur so lange bis wir israel vernichtet haben das ist schon einmal das grundsatzprogramm von der hammers und mit dieser tatsache mit dieser tatsache geht die hammers in den krieg es ist eine abrechnung islam gegen judentum und sie tun das weil der weil diese weil der koran voll ist mit antijüdischer hetze voll mit antijüdischer hetze und weil die hadith literatur voll mit antijüdischer hetze ist und deswegen glauben die islamischen widerstandsbewegung dass sie noch eine rechnung mit dem judentum auf haben offen haben und das ist der einzige grund warum die hammers existiert heute hätte sich ist sicherlich gewünscht mit der plo wieder am tisch zu sitzen statt mit diesem verrückten aber die hammers ist deshalb nicht unislamisch weil sie genau diese islamische vision von einer von einem globalen karten das globale judentum träumt so wie es die hammers chart auch sagt so wie es jetzt auch eingeblendet hast ja der jüngste tag wird nicht kommen solange muslime nicht die juden bekämpfen und sie töten das bedeutet die komplette auslöschung des judentums unter der prämisse dass die muslime den jüngsten tag nicht erwarten können wenn sie nicht die juden auslöschen und das ist ein fakt dass das ihr liebe muslime müsst damit leben ihr müsst das mit euch herumtragen dass ihr eine judenfeindliche religion angehört kian diesmal bitte den beisatz noch vor ich finde den noch viel prägnanter ja dann aber werden sich die juden hinter steinen und bäumen verstecken und die steine und bäume werden rufen o moslem ein jude versteckt sich hinter mir ja und dann wird es wird wird es ein anderer stein und ein anderer baum sagen nur ein baum wird das nicht sagen und dieser baum und vor allem es steht dann kommt und dann sagt der der baum sagt dann kommt und töte ihn richtig richtig genau und das ist kein vers das ist ein hadith welche länder sind aber wann wurde diese sache nein ich kann dich leicht zum stoppen bringen wenn wir ein grundsatz thema behandeln hier und das ist meine frau wird aber nicht beantworten doch die beantworte ich dir nachdem du diese frage waren du bist du ein bekennender muslim ja bin ich ok ok wenn ich frage ob du ein bezeugender muslim bist machst du immer da machst du gottesdienst betest du fast ja mache ich ja so wie die christen mache ich mein gottesdienst moment moment dann die letzte frage akzeptierst du akzeptierst du die hadith literatur als die zweitwichtigste islamische islam ist doch sandra ja wenn die mit den wenn das authentisch alles ist noch mal die sechs bücher der sunniten sind alle sache alle vertrauenswürdig alle glaubwürdig genau aber es gibt es gibt so drei schwache hat die sache sonst würden die bücher nicht daher heißen ich erkläre mal was bei sahib buchhari beispielsweise gibt es ja diese die wurden von buchhari wurde zwei erklärt von beispielsweise von anderen gelehrten und ich erkläre doch gerade was ich erkläre gerade was und dann ist ein ex ausländern da weiß ich schon alles aber ich habe da wo man es gibt es hat bitte es gibt diese was bei abu da wut als sei es beispielsweise um bei sahib buchhari nicht als da ist es sei es als authentisch gegen erklärt ist was würde ich mir gerade erzählen ist das sage ich doch gerade es gibt ein buch er hat diese die bei manchen gelehrten als schwach erklärt wurde und bei manchen gelehrten beispielsweise buchhari als authentisch erklärt wird ja gibt es was ist mir jetzt keine damit zu erklären aber was ist damit zu sagen jetzt hallo msc danke und sandra du hörst jetzt auf zu spenden du hast genug gespendet sandra meine liebe danke dir kian bis noch da also diese überlieferung von der eben gerade die hammers karte artikel 7 berichtet ist überall sahe sahe muslim 1 2 3 4 5 und einmal in sahe buchhari das heißt sechs überlieferungen die von muslim und von buchhari als glaubwürdig eingestuft worden sind und das bedeutet das ist ein teil eures muslimischen kanons zu glauben dass er das jahre 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 der jüngste tag kommen kann ohne dass die muslime nicht einen globalen krieg gegen die juden anfangen und sie auslöschen okay eine frage sagte sagt dass einer dass es jetzt ist dass es jetzt jetzt ist dieser krieg bezieht hat ich auf diesen krieg jetzt gerade oder was erzählen egal ob der krieg das ist das willst du es geht um die sache es geht um die überlebung genommen hat kommen jetzt kommen wir das ist das ist das ist wichtig das ist ja aber ich bin ich haben was ich bin ich haben was du die heißen die macht nur scheiße was hat das mit unserer religion zu tun die erklärten wie du selber hat gesagt er ist pro hamas und der will deutschland als islamischen staat haben ob wir wollen oder nicht hat er selber gesagt ich kann er nicht kann in dieser hammers karte beweist dass die hammer hammers treu den treu nach der sonde des propheten aber wir sagen die lokale nein aber kommen wir haben wir bewiesen dass die sache buch über buchadier haben wir warte mal warum warum das sagen da einbauen kommt warum akzeptiert du nicht was wir sagen wir sagen diese hat dies bezieht sich auf jetzt warum kannst du das nicht akzeptieren wieso wieso muss man wieso muss du haben was glauben oder ist er wieder sagt doch mal was in den hd ist dann würde ich gerne aber was kann ich sagen bestimmte zeit reduzieren doch du hast diesen kleinen teil genommen und dass dieser hat ist eigentlich sehr 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 lang das ist ein hd ist du kannst du einfach nur ein hd ist nicht du musst ordinen aber die reden dann bringen verstehst du das meine dieser hat dies ist sehr sehr lang nein der hd ist nicht sehr sehr lang okay ich kann nicht nur sagen wir sagen wir sagen wir haben was egal was haben was macht das hat nicht mit dem so religion zu tun mit das habt ihr das einfach wenn du das nicht akzeptiert haben wie du hast du gesagt in den vergangenen streams gewesen nicht meine so ich aber ich habe nur eine frage so nur kurz nur drei sekunden hätte ich gerne von da könnte gleich weiter streiten nur 30 sekunden bitte ihr habt alle gelesen was heute gezeigt hat diese charter die sind mit den juden suchen töten und so weiter vernichten und das was kieran davor danach gesagt hat auch mit den juden vernichten et cetera israel wird erst das sind mit erst geben ist das schritt ist und dieses hadith und so weiter eine frage an kieran und roi und samantha moritz so was ist schlimmer wenn jemand so ein hadith so ein text einfach nur schreibt einfach nur schreibt oder derjenige der das tatsächlich umsetzt und macht seit 75 jahren wie die israelis genau erst mal derjenige schreibt weil derjenige sorgt für die grundlage und derjenige der es anwendet ist derjenige der es praktiziert also ich würde sagen der der schreibt ist schlimmer als der es anwendet weil derjenige der schreibt sorgt für die grundlage dass der es anwendet überhaupt das angewendet hat es wurde nicht angewendet es wurde nicht angewendet palästina wird immer kleiner ist das juden töten angewendet im politischen islam was redest du natürlich wird es angewendet dann schau dir mal die ethnischen säuberungen in verschiedenen islamischen ländern an die gegen null gehen aber was ist der grund dass es so viele jüdische flüchtlinge gibt israel ist klein sagst du gerade du sagst gaza besetzt israel gerade leute liken und teilt den streamen also danke für die bestätigung mundtot warum falsch zum beispiel die jaffer aufstände von 1936 dort wurden hunderte wenn ich sogar tausende juden von muslime abgeschlachtet dann gab es 1929 das sogenannte hebron massaker dann und dann gab es 1933 hier in deutschland noch nicht mal 70 jahren nur 6 millionen 6 millionen juden gab es auch in tripolis sie gab es auch in cordoba sie gab es auch im manama in die wurden vergast die juden in deutschland wurden vergast von kian kian du bist blind und wir wollen mehr reden es wurden sechs millionen juden in deutschland vergast wer war das mit hilfe des politischen islams von armin al-hozhygiene wie oft willst du diesen beinschuss eigentlich noch einfangen ja weil ihr müsst das auch verstehen nee du verstehst gar nicht was das bedeutet pass mal auf der nazi hat mit dem moslem zusammengearbeitet um den juden zu töten oh gott er halt das gar nicht oder ministerpräsident damals hätte ich das okay aber doch nicht ein niemand ein mufti ein imam nur weil er nach deutschland gereist um hitler zu treffen um 7500 muslime zu retten um darum zu verhandeln weil er proberen könnte probieren weil sie richtig unter das schwachsinn das ist lauer in die video ganz ehrlich du bist von tag zu tag schlimmer der von tag zu tag dich und zurecht zu werden immer weniger wissen du hast du deine frage ist aber was machst du morgen twinos gemacht hast du los sagt sich doch schon richtig was hittler gemacht hast du los sagt sich doch davon oder also du sagst doch ich habe es dann ziemlich davon ja okay warum ist okay warte 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 bitte warte so schön mit warum wir sagen wie die station ist was ich habe vorhin sogar zu dir gesagt dass du den ersten punkt schon mal begriffen hast dich von der haben was zu distanzieren das habe ich sogar vorhin gesagt nur leider quatscht ihr euch so übers maul dass hier keine irgendwas versteht roi wenn sich ein muslim persönlich von der hammers distanziert dann glaube ich ihm das auch aber kann sich die hammers kann sich die hammers auch vom islam distanzieren oder der ist nein aber wir sagen die ganze zeit die deutsche distanzieren können die nazis von deutschland nicht distanzieren ja weil das komplett anders gewesen die nsdp war eine ideologie der islam ist ein glaube das ist ein zwei verschiedene paar schule man kann alles alles als glaube ich glaube ich habe noch nazis hat auch eine globe gehabt ja jetzt das war eine globe von dir kommt kann ich mal kurz was sagen bitte kein durch das kommt dann kann das machen dass sie das immer was sagen grüßen wie geht's dir aber jetzt nicht das gespräch stören nicht das gespräch stören du hafensänger du rechtlich das gespräch das gespräch Kian, lass sie mal drin, lass sie mal drin. Jude, du Kerl, du Ungläubiger. Die Leute sollen das mitkriegen, Kian. Bitte, sprich dich aus, Hammo. Sprich dich aus, Hammo, gib Gas. Hast du noch schlimmer, Wille? Hammo, Geduld, Geduld, Geduld. Da wurde er gesperrt, er wurde gesperrt, wunderbar. So schnell geht das. Wir sind stolze Kapper, ihr glaubt doch nicht, dass... Nein, nein, guck mal, guck mal, Rui, ich bin mit dir. Rui, ich bin mit dir, aber es geht um Kian. Dass er nicht versteht, weil er gerade was behauptet hat, was gar nicht schön ist, was man gar nicht sagen darf. Weißt du, weil ich sag auch nicht, dass die Nazis beispielsweise zu Deutschland gehören. So, dann musst du es auch sagen. Man, also warum versteht ihr das nicht? Kian richtet sich ein... Bitte wartet mal kurz, wartet bitte mal kurz. Kian hält sich einfach an die Fakten. Das, was Kian sagt, ob ihr das nun hören mögt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber das, was Kian sagt, sind die Fakten, an die er sich hält. Und mal ohne Scheiß, wenn ihr um seine Person wüsstet, ihr redet da mit jemandem, der wirklich sehr wissend ist. Nein, der wütend ist. Warum seid ihr nicht bereit, dieses Wissen zu teilen? Für mich hat er kein Wissen. Das, was du gerade gesagt hast, sogar die Politiker, sogar Politiker, hör mal zu, sogar Politiker, sagen selber, was in Gaza passiert, das ist nicht menschlich. Verstehst du, was ich meine? Und dann soll einer Kian kommen, und da hat aber auch, das sagt doch Kian genau das Gleiche. Er schließt nur zusammen, eins und eins, wie man darauf... Aber er sagt mal, er sagt, das ist doch noch mal ein Zitat war. Sein Zitat war, er sagt, Hamas kann man nicht von Islam trennen. Das war seine Aussage. Und ich war doch halt, weil die Hamas nun mal Mosleine sind und nach dem islamischen Glauben leben. Kein Mosleine habe ich gerade gesagt, guck mal, ich habe dir noch mal gesagt, Kian, wie schaffst du das jeden Tag, dich mit solchen Hinterwäldern rumzuschlagen? Wie schaffst du das? Und dann die Wanderung. Das kann ich nicht sagen. Das war ein ganzes Lob. Echt schwierige Gruppen. Gruppierende Brüderschaft oder sowas, was es gibt, das gehört gar nicht zu Islam. Verstehst du, was ich meine? Das erzählen wir uns. Ja, das ist klar. Meist einfach mal die Leute aus dem Islam raus, weil sie ihm nicht passen. Ja, es gehört alles nicht zum Islam. Es ist alles falsch, ich versetzte keiner kann arabisch. So wie ist das alles? Also dann, 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 die tun nur, was der Prophet gab. Ja, tut mir leid, dann günden die Nazis zu Deutschland. Ganz kurz, ganz kurz. Seid mal bitte alle ruhig, seid mal bitte alle ruhig. Hallo, Abou, mal kurz ruhig. Abou, ruhig. Jetzt, wir wollen, Mido, warte, also, ich bereite euch jetzt vor. Wir hören jetzt, was sehr qualifiziert ist von jemandem, der gar keine Ahnung hat. Mido, bitte. Ja, 30 Sekunden, Kian, für dich, du hast gerade zwei, drei Organisationen erwähnt. Da war Boko Haram, Al-Qaida, Kranu Daesh und wahrscheinlich auch von Hamas. So, komischerweise, alle vom Westen Unterstützung gegründet. Al-Qaida, Muthaidin aus Amerika, Israel, wie wir wissen, Hamas von Israel, Boko Haram, genauso. Und ISIS, es erzählt sich von selbst, komischerweise. Aber eine Frage zu ISIS, hätte ich sehr interessant. Nur kurz, guck mal, ISIS, die hatten teilweise, ich glaube, fast 80 oder 100.000 Mann, ja, mit der Waffe. Die haben zwei Länder, so schnell erobert, die hatten Grenze, die rechte Stände zu Israel. Wer ist der direkte Feind von ISIS? Der direkte Feind, der größte Feind, müsse doch die Juden sein. Aber komischerweise ist keine einzige Kugel Richtung Israel geschossen worden. Warum? Danke dir, Sandra, sehr, sehr lieb von Ihnen. Bullshit erzählt. Ich habe eben gerade gesagt, dass weder Boko Haram, noch die Hezbollah, noch Al-Qaida und der IS vom Westen gegründet worden sind. amerikanische Produkte, westliche Produkte, westliche Produkte, westliche Produkte sind da. Ich weiß, du schämst dich für die Gräueltaten deiner muslimischen Brüder. Du schämst dich, du nicht ich, du schämst dich für deinen Austritt, für deinen Austritt. Siehst du, siehst du, was ich meine. Also nicht dazwischenreden, nein, nein, lass die mal, lass die Mido sich ausreden, bitte. Ich will das hören, Mido redet nur den Schwarzen, lass ihn ausreden, Mido bitte redet weiter den Schwarzen. Ich habe Fakten gesagt, dass diese Organisation vom Westen gegründet ist doch Fakt. Aber du sagst, Klaus Gägeter, einfach so aus Dummheit. Warum? Warum bist du so Hass erfüllt? Würde ich gerne verstehen. Woher kommt deine Motivation, deine Motivation, dieser Hass? Woher kommt das? Deine Menschenverachtung? Würde ich gerne verstehen. Woher kommt der Austritt, was du nicht lernen möchtest? Kann ich dir sagen, in dem Moment, wo man die islamischen Texte studiert, kommt die ganze Abneigung. Wenn man nur an der Oberfläche vom Islam kratzt, dann sagt man, alle sind nett miteinander, wir wollen Dialog mit Christen und Juden. Aber in dem Moment, wo du dir die islamischen Quellen wirklich anguckst und ehrlich zu dir bist, dann merkst du, dass du es mit einer sehr bestialischen, unmoralischen... Okay, und was ist mit dem Christentum dann? Warum entwinkst du es nur mit dem Islam? Was ist mit dem Christentum dann? Schau mal, erstens, ich bin Ex-Muslim, kein Ex-Christ. Ich... Oh, okay, ich verstehe. Das ist das Veräußernis. Okay, nennen wir einen christlichen Anschlag, den du mit dem Christentum begründen kannst. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Frankreich, wo der die Kinn abgestochen hat. Das war nämlich auch einer, der dem politischen Islam anhängig war. Und das ist kein Ex-Muslim, das ist kein Ex-Muslim. Wenn ein Christ was macht, dann sagt die, das gehört, bei schießweise kann ich auch sagen, dann sagt die, sag mir, wie es begründet ist. Sag mir die Tat und dann sag mir, womit er es begründet hat. Das ist Whataboutism. Das ist Whataboutism. Ey, ihr habt mal Probleme in unserer Religion gefunden, aber im Christentum gibt es auch Probleme. Du machst gerade Whataboutism. und dann kriegst du ihn die ganze Zeit. Das mache ich nicht. Natürlich, du redest immer über Islam, aber willst nicht über die anderen reden. Du machst Whataboutism. Ich bleibe bei dem, was ich kann. Und das ist über Islam sprechen. Nein, du kannst nur Blödsinn sagen. Sorry. Ich kann nichts über Christentum sagen, nichts über Judentum sagen. Du willst nicht. Nicht du kannst, du willst es nicht. Ich kann dir was über das Christentum sagen. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin jetzt ATS. Ich kann dir was dazu sagen. Also, stell mir eine Frage, sag mir irgendeinen christlichen Anschlag und ich sag dir, warum es nicht zu begründen ist und dann kannst du antworten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Guck mal, der Präsident selber von Israel hat diesen Vers von Samuel 15, 3 zitiert. Warum ziziert er sowas? Wie sollte er das zitiert? Ein Präsident zitiert, was von Bibel und sagt, wir müssen den Kindern töten und, und, und die Frauen töten. Ist das, findest du das gut? Sag mal ehrlich, jetzt bitte. Noch mal, du hast doch gehört, eben wurde es doch erklärt. Das ist in einer Diskussion. Aber da steht auch noch lange nicht drin, dass das nur angewendet werden soll. Das war live. Das war live. Er hat das live gesagt. Er hat das live gesagt. Er hat ein live, live mit dem Präsident. Ich weiß, ob das von Deutschland war. Stand da und hat gesprochen, hat ein Bibelferst zitiert mit dem Frauen töten, Kinder töten, wir müssen die ausrotten. Dann sag erst mal, dann sag erst mal, wo der steht. Aber in der Bibel kann ich dir garantieren, ich kann dir garantieren, dass durch das neue Testament mit Jesus du darfst nicht töten. Nein, 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 du darfst nicht töten. Im alten Testament, in den Zehngeboten steht drin, du darfst nicht töten. Das heißt, allein dadurch kannst du schon mal nicht töten. Und Jesus generell war pazifist. Warte mal, Alter, das ist so anstrengend. Mein Kopf ist ein bisschen live. Ja, du musst es. Also ich muss dir mal ganz ehrlich, du Erik, Erik, ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen. Jetzt mal ganz fern ab vom Thema, ohne Scheiß mal. Also Hut ab vor dem, was du hier machst. Ohne Scheiß. Also ich habe schon die schlimmsten Lives, ich habe schon viele schlimme Lives erlebt. Aber den Lives, oder die Lives, muss man ja schon sagen, die du hier führst, ohne Mist, ich hätte meinen Account gelöscht. Kein Scheiß. Das ist ja nicht normal, Alter. Roy, das geht die ganzen Tage so. Die ganzen letzten zwei Wochen. Ich will das jeden Tag so. Ich rede leise und respektvoll. Komma, dann schlag mal bitte den Bibel, den Alten Testament, Samuel 15. Das Alte Testament, das war so klar. Die Sachen sind abrogiert durchs Neue Testament. Lernst du mal wie man die Bibel ließ und dann reden wir weiter. Warte mal, die Juden folgen doch den Alten Testament, oder nicht? Moritz, wenn du nicht an das Alten Testament glaubst, Mido, komm, Mido, Mido, bitte, Mido, beleuchte uns wieder mit deinem ganzen Wissen. Warte mal ganz kurz. Mido, warte mal bitte. Mido, warte kurz bitte. Mido, bitte ganz kurz. Moritz, hol mal den Alten Testament drauf. Roy, du musst dich einfach nur zurücklehnen und zuhören, und dann hörst du, wieviel Schwachsinn die reden. Du musst dich einfach reden lassen. Ich höre euch zu, ich höre euch zu, aber ich trage das nicht, wenn so viel Blödsinn erzählt wird, weißt du, das ist immer so ein Problem hier. Nein, nein, warte mal bitte ganz kurz ruhig. Bitte, guck mal, hol mal den, Moritz, hol mal den Alten Testament, ne, Vers, also Samuel. Am Ende wurde das Alte Testament wurde reformiert, es gibt ein neues Testament, und es ist, wie es ist. Zeig mir bitte mal, zeig mir mal den reformierten, Moment, wenn du so kommst, zeig mir bitte den reformierten Koran. Zeig mir. Nein, nein, zeig mir, zeig mir bitte den reformierten Koran. Alle sind mal kurz ruhig, alles mal kurz ruhig, außer Kian. Alle ruhig, ruhig, stumm schalten oder rausfliegen. Löwenherz. Nur Kian. Die Muslime versuchen euch immer auf ihr Territorium zu ziehen. Wenn ihr euch darauf einlasst, diese Battles mit Christentum, Judentum und Islam und Bibel und Koran und Tora. Aber das machst du doch gerade, du erwähnst doch die ganze Islam. Na, rief, du fliegst jetzt raus, wenn du nicht ruhig bist. Dann verliert ihr jede Debatte. Wenn ihr nur beim Koran bleibt, dann müssen sie den Koran rechtfertigen. Und dann haben wir sie an den Eiern. Aber wenn ihr ihnen erlaubt, auf ein anderes Buch auszuweichen, dann kriegt ihr nicht das gewünschte Ergebnis. Mido, sagst du, was fliegst du raus? Dann gibt es eine jüdische Diskussion. So, ganz kurz. Kian, ich habe genau. Kian und Mohammed. Kian, bitte. Kian und Mohammed für dich, Kian. Richtig, Kian. Ich habe einen neuen Kandidaten für dich. Mohammed, bitte. Kian und Mohammed. Ich wollte bitte nur auf die eine Sache drauf kommen, und zwar, wenn einer behauptet, dass die Gesetze, die im Alten Testament wurden, die gelten nicht, dann werde ich im Versen von seiner Bibel, und dann bestätige ich das dazu noch, weil der Gott vom Alten Testament ist nicht der Gott vom Neuen Testament, erstens. Zweitens, wenn wir jetzt die Zitaten von Paulus, die ganze Lehre von Jesus geändert hat, steht in Hebräer 10, 28, wer das Gesetz des Moses verwirft, muss ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hinsterben. Gehen wir zum Beispiel zu Matthäus 5, 17. Bitte lass mich ausreden. Ich lass dich ausreden, wie viel du willst. Lass mich bitte ausreden. Sei höflich, dann bleibe ich auch mit dir höflich. Ich will dir sagen, warum? Wir folgen das nicht mehr. Du kommst hier mit Bullshit. Ein Jude nimmt mir einen Sklaven, obwohl die Sklaverei grundsätzlich nicht aufgehoben ist. Und trotzdem sind ein Einziger Jude einen Sklaven. Schau mal die Zahlen. Du kommst mit einem Stromann-Argument. Leute, darf ich auch mal was sagen? Ich habe meine Frage, ich beantworte. Ich bin einfach, ist gleich los. Bitte lass mich ausreden. Bitte lass mich ausreden. Ich lass dich ausreden. Wie lange du willst? Dein Mikro ist sehr schlecht geworden. Du wirst immer leiser. Deswegen können sie dir so über den Mund sabbeln. Also, wir sagen nochmal, der Gott vom Alten Testament ist der gleiche Gott vom Neuen Testament. So, dann gehen wir jetzt einfach in eine Vers in der Bibel. Gott spricht. Wenn der Herr, dein Gott, sie in dein Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit Schafen Schwert erschlagen. Die Frauen, aber die Kinder und Kreise, das Vieh und alles, was sich sonst in der Stadt befindet, alles, was sich drin plündern lässt. So, dann gehen wir jetzt in den Sklaven. So, die Sklaven aus fremden Völkern, die Sklaven und die Sklavien, die euch gehören, sollen gekauft werden. Von den... So, ich muss den jetzt runternehmen, weil wir haben... Mido, Ruhe. So, erst mal, erst mal. Erst mal ist hier keine Bibelstunde. Warte mal. Ich bin nicht derselbe Gott wie aus dem Alten Testament. Du hast eine Trinität zwischen Jesus, dem Heiligen Geist und Gott. So, Jesus ist Gott auf der Erde gewesen. Das heißt, das Neue Testament ist das Wort Gottes auf der Erde. Und da es später ist, approbiert es alles mit demselben Inhalt wie das Alte. Oh mein Gott. Moritz, die Juden... Moritz, warte, Mido, bitte kurz. Mido, bitte kurz, ganz kurz. Moritz, glauben die Juden an den Neuen Testament? Würdest du mir gerade jetzt sagen? Moritz, da geht es um die Heilige Dreifaltigkeit, Moritz, ne? Moritz, warum die Juden an den Neuen Testament sind? Nein, ich gehe gerade. Ich gehe gerade, ich gehe gerade. Hallo, bitte, Jungs. Nein, du kannst... Nee, aber ganz ehrlich, du kannst nachher gerne weiterreden. Ich habe eine Frage an Moritz zu dem, was er gesagt hat, weil ich bin noch daran interessiert, was dazu zu lernen. Ob wir das glauben machen, mögen wir nicht. Ja, und danach möchte ich, weil ich kenne Nidal, ich möchte, dass Nidal bitte mit Kian redet, weil Nidal kann Kian intellektuell das Wasser nicht reichen. Das ist ganz interessant. Das ist auch, Rorik, bitte. Ja, auf jeden Fall. Aber das, was eben Moritz gesagt hat, da ging es um die Heilige Dreifaltigkeit, ne? Ich habe meine Fragen weiter, Leute. Ihr könnt noch nicht mal begründen, warum mir für Israel... Aber jetzt ist Moritz gar nicht mehr da. Jetzt kann er das gar nicht beantworten. Ja, Rorik, lass mal bitte kurz nie sein. Rorik, hörst du mich freuen? Das können wir doch gleich... Ja, jetzt hör ich dich. Moritz, ging das um die Heilige Dreifaltigkeit, was du da eben gesagt hast? Ja, weil im Alten Testament hat Jesus ja noch nicht existiert. So, da hat Gott existiert, aber Jesus hat noch nicht existiert. So, Jesus hat im Neuen Testament existiert. Das heißt, Gott ist auf die Erde gekommen. Alles klar. Okay, richtig, aber die Bibel ist jetzt erstmal tatsächlich egal. So, Nidal, bitte. Kian, Nidal, bitte. Ja, also erst einmal muss man unterscheiden. Zeigt mir heute noch jemanden, der alttestamentarisch an dem Alten Testament hängt und die alttestamentarischen Gebote wie Sklaverei und Frauenzüchtigen und so weiter und so fort. Die leben alle hinter dem Mond. Es gibt ein aktuelles Testament. Wir haben ein aktuelles Testament. Es gibt überhaupt keine Christen mehr. Es gibt keine Juden mehr, die Sklaven nehmen. Und es gibt keine Christen, die sich auf das Alte Testament berufen, um heute noch Sklaven zu nehmen. Das war also ein Strohmann-Argument von Mohammed, als er gesagt hat, schaut mal, nach der Bibel müssten sie sich aber auch so verhalten. Der Unterschied ist, dass die Juden und die Christen sich so nicht mehr verhalten. Aber der Islam hat eine fest integrierte Dogmalehre beziehungsweise der Sklaverei. Kian, was hast du eigentlich genau gegen den Islam? Was ist dein Problem? Erzähl mal ein bisschen über dich. Was ist dein Problem genau mit dem Islam? Was hast du für ein Problem mit dem Islam? Schau mal, es gibt in Deutschland keine islamische Partei und die Religion ist in Deutschland noch nicht staatlich anerkannt. Was ist also dein Problem genau? Es gibt jede Menge Probleme mit dem Islam. Du, du, ich will wissen, was du für ein Problem mit dem Islam hast. Ja, das ist doch klar. So klar ist das nicht, weil sonst will ich dich nicht fragen. Ja, dann selbstverständlich. Also, folgende. Wir haben, wir haben... Schau mal, ich frage dich gerade, schau mal. Du, wie sagst du von dir, überhaupt so von dir intellektuell zu sein. Und ich stelle dir eine ganz einfach, hör mir mal zu. Warte doch, hör mir doch mal zu, hallo. Hör mir doch mal eben zu. Was ist denn los mit dir? Er will dir doch, Niederl, du hast ihm eine Frage gestellt. Niederl, er will dir antworten. Er antwortet dir doch, du musst doch nur zuhören. Ja, komm, leg mal los. Habe ich doch schon gemacht, aber da hast du irgendwie dann nicht deine Art Händen ausgefahren. Ja, aber diese Rumschweiferei, weißt du... Ich habe dir kein Interesse an der Antwort, das merkt man schon an einer Art, wie du antwortest. Also, warum stellst du eine Frage, an deren Antwort du nicht interessiert bist? Mit dir rede ich doch überhaupt gar nicht. Ja, entweder willst du meine Antwort hören, oder wir lassen es sein. Okay, dann sag mir, was du persönlich für ein Problem hast mit dem Islam. Ja, eben, jetzt sage ich es nochmal. Ich habe ein Problem mit dem Islam bezüglich der Zweiklassengesellschaft zwischen Mann und Frau. Ich habe ein Problem wegen der Zweiklassengesellschaft... Okay, gut, selbst wann dürfen Frauen in Deutschland wählen? Also, er will gar nicht, dass ich ihm antworte. Doch, du hast mir doch geantwortet. Ich habe das ja jetzt mitbekommen. Du hast mir mehrere Sachen gesagt. Ich gehe aber auf Punkt für Punkt. Hör mir zu, wenn du mir jetzt 500 Punkte lennst, dann kann ich nicht darauf eingehen. Das macht doch keinen Sinn. Niederl, halt einfach deine Klappe und lass Kian reden, wenn du eine Antwort haben willst. Jetzt ansonsten lass es. Sag ihm, Papa, warum hast du mich nicht erzogen? Ich rede frech mit Niederl. Hast du verstanden? Hä, sorry, aber wenn du eine Frage stellst, dann erwarte eine Antwort. So, danach kannst du antworten. Man lässt ihn ausreden. Das ist das ganz normale Prinzip einer Frage und einer Antwort. Dann kannst du antworten. Wenn der mir mehrere Punkte nennt, dann muss ich auch die Zeit haben, darauf anzuworten. Deswegen gehen wir Punkt für Punkt durch. Er sagt, die Zweiklassengesellschaft zwischen Mann und Frau. Die Frage ist, seit wann darf man in Deutschland, also die Frau, seit wann darf die denn hier wählen? Im politischen Islam ist das für ewig und nicht nur für eine gewisse Zeit. Wir haben die Gleichberechtigung eingeschafft. Seit den 90ern. Seit den 90ern. Weiter. Nächste Frage. Ja, ich weite auf die nächste Antwort. Was hat das Wahlrecht in Deutschland mit den fest versiegelten Gesetzen im Koran zu tun? Weil du sagst, die Zweiklassengesellschaft angeblich, die es gar nicht gibt im Islam. Und daraufhin habe ich dich gefragt, seit wann dürfen denn die Frauen in Deutschland wählen? Es gibt keine Zweiklassengesellschaft im Islam und trotzdem hat die Frau im Islam nur eine halbe Stimme. Wie kann das sein? Guck mal, schau mal. Sie ist dumm im Islam, also die Frau ist nicht so intelligent wie der Mann im Islam und sie hat ihm komplett zu gehorchen. Ihr sagt, ihr könnt euch einfach nicht vernünftig unterhalten. Ehrlich, dass ich finde, dass im deutschsprachigen Raum so peinlich, ich bin doch so peinlich. Nidar, traust du dich? Ich kann es nicht antworten. Nidar, der Einzige, der hier auf nichts eingeht, bist du. Nein, ich stelle ihm eine Frage, er sagt was und ich muss ja auch dann natürlich die Gelegenheit haben, darauf zu achten. Nidar, er will doch nur dein Wissen prüfen. Du sagst doch, dass du so schlau bist. Dann warte doch die Frage von ihm ab, da kannst du doch antworten darauf. Ich habe dir noch eine Frage gestellt gerade. Daraufhin wurde gerade eben geantwortet. So, nun möchten wir wissen, warum hast du diese Frage gestellt? Weil ich das gerne wissen würde, deswegen. Ja, das ist toll. Die Antwort hast du gekriegt. Also ist es doch jetzt an Kian, dann auf die nächste Sache einzugehen. Dann ist es doch so, du wolltest doch unterschiedliche Punkte hören. Den ersten Punkt hast du beantwortet gekriegt. Also kann doch Kian jetzt mit den nächsten Punkten weitermachen. Du wolltest es doch so. Dann halte dich doch an deine eigene Gesprächskultur, die du doch da so verlangst. Weil du zu durstlich bist, dir zwei Sachen nacheinander zu merken. Hallo. Kian, was ist dein persönliches Problem außer das, was du gerade gesagt hast, was ich direkt ausgehebelt habe? Was noch? Was hast du ausgehebelt? Du hast gar nichts ausgehebelt. Du hast einfach nur Scheiße erzählt. Sag doch mal, sag doch mal den nächsten Punkt. Was hast du persönlich für ein Problem mit dem Islam? Sag mal, Kian. Er hat eben gerade versucht, dir zu antworten. Du musst nicht antworten. Bist du sein Vormontor oder was? Kann er nicht quatschen oder was? Nee, du kannst nicht quatschen, weil du dust nicht redet. Du sagst in ganz vielen Worten nichts. Du bist zu am Stören. Kian, antworten. Deswegen hört man dich nicht. Kian, antworten. Was ist dein persönliches Problem? Sag mal Punkt 2. Du bist keine Herausforderung für mich. Das merke ich sofort. Dann nenn doch einfach mal den Punkt 2, bevor du hier große Reden schwingst und große Ansagen machst. Sag doch mal den Punkt 2. Du hast keine Ahnung von... Das zeigt einfach ehrlich, dass man im deutschsprachigen Raum nur Vollidioten hat. Ehrlich. Überall international kann man sich normal unterhalten. Im deutschsprachigen Raum funktioniert das nicht. Ihr seid hinterwildladen. Das aktuelle Testament ist der Koran. Das aktuelle Testament ist der Koran. Das ist eine Anmaßung, Nidal. Wag es dich nicht zu sagen, der Koran ist das aktuelle Testament, wenn es mit dem Christentum rein gar nichts zu tun hat. Ich komme ja auch nicht und sage, ich bin jetzt euer neuer Prophet und ich ersetze jetzt den Koran. Ihr seid Hinterwildler. Der Koran ist das aktuelle Testament. Gott, aus deiner Hinterwildlersicht. Was soll ich dir dazu jetzt sagen? Mit dir rede ich überhaupt gar nicht. Ich rede mit Kian. Junge, sorry, aber wenn du schon so mit einer Gesprächskultur anfängst und einfach einen über den Mund drüber fährst und keine Ahnung davon hast, was du hier gerade redest. Sorry. Leute, im Chat alle mal für Nidal den Schweine-Emodi einmal reinmachen. Alle für Nidal bitte einmal den Schweine-Emodi für Nidal bitte. Damit habt ihr mich aber voll verletzt. Boah, jetzt bin ich aber voll verletzt, ehrlich. Wow. Darf ich jetzt fragen, Nidal, wurde die Welt durch den politischen Islam befreit, ja oder nein? Was ist das denn für eine Frage, ja oder nein? Bin ich hier beim Verhör oder was? Denkst du, du kannst mir so eine Frage stellen, ja oder nein? Ja, ist eine geschlossene Frage, ja oder nein? Wurde die Welt durch den politischen Islam befreit? Du bist doch Moslem. Was sagst du? Wurde die Welt durch den politischen Islam befreit, ja oder nein? Ja, was meinst du, befreit? Ja oder nein? Hör mal zu, hör mal auf, so rumzuschreien. Wem willst du einschüchtern, du Idiot? Ich will dich nicht einschüchtern. Du stellst mir extreme Fragen und Antworten nicht richtig. Deswegen muss ich dir klar sagen, hat der Islam die Welt befreit aus deiner Sicht, ja oder nein? Verdeutliche deine Frage. Was meinst du mit befreit? Das hast du doch letztes Mal gesagt. Du warst doch letztes Mal mit drin und hast gesagt, hier, der Islam hat der Welt vieles Gutes geschickt. Erfindungen kamen daraus und so. Guck mal, noch nicht mal eine Frage könnt ihr stellen. Ich habe dich gefragt, aus deiner Sicht hat der Islam der Welt insofern etwas Gutes gebracht. Was meinst du mit befreit? Schau mal, Mohammed hat sich von der arabischen Halbinsel bis kurz vor Europa durch seine Nachfolge auch mitgekämpft. War das etwas Positives für dich, ja oder nein? Das war positiv für alle Menschen, die zu der Zeit in den Ländern gelebt haben. Okay, keine weiteren Fragen, dann hast du das ganze Sklaventum, die ganze Unterdrückung, die Haarems, alles rum und dran, alles gerade einfach mal übergangen. Das glaubst auch nur du. Guck mal, so eine Schlussfolgerung kann auch nur von jemandem wie dich kommen, ehrlich. Vollkommen Quatsch, ich könnte noch nicht mal quatschen, Leute. Man, von dir, nicht von dich. Von dich ist halt, es heißt von dir. Hallo, 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 hallo lieber Nidal, hallo lieber Nidal, hör mal zu. Seit wann dürfen denn Frauen bei euch oder sagen wir mal in Saudi-Arabien Autofahren? Sag mir das mal, du hast ja eben gefragt nach dem Wahlrecht. Die erste Universität in Nordafrika hat eine arabische Frau gegründet. Achso, und wann? Seit wann dürfen sie Autofahren? Du antwortest nicht auf meine Frage. Da wurden hier noch was zu verbrannt. Da wurden hier noch... 1918 wurde das Wahlrecht in Deutschland eingeführt. Mach dich mal schlau. Habibi, Mo, Habibi. Ich glaub, du hast sie nicht mehr alle. Was willst du uns denn hier erzählen? Jeder weiß doch, dass die Frauen bei euch im Schleier hinterherrennen. Ich küsse dein Herz, Mo. Ich glaub, du hast eine Macke. Nee, äh, äh, definitiv nicht. Doch, die hast du. Da geh dahin, wo dein Glaube gelebt wird. Und verschone uns hier damit. Aber du hast... Du benutzt doch meine Zahlen. Du benutzt doch alle meine Wissenschaften. Was redest du? Deine Zahlen? Du kannst ja noch nicht meine Antwort geben. Seit wann ist der Führerschein erlaubt in Saudi-Arabien für Frauen? Sag mir das mal. Was denn? Seit wann dürfen Frauen in Saudi-Arabien den Führerschein machen? Sag mir das mal. Ich weiß nicht. Ich lebe gerade in Deutschland. Ich weiß nicht. Achso, das weißt du nicht. Wie wir uns in Saudi-Arabien leben. Das ist aber ein Land, wo dein Glaube gelebt wird. Und da solltest du auch hingehen. Wie geht es da, wo ich lebe? Nein, ist es nicht. Doch, ist es nicht. Du bist hier im... Nein, du bist... Das ist doof. Dumm wie drei Meter Feldweg. Roy, lass mal bitte Kian jetzt antworten. Also eine Sache ist die. Er wollte von mir... Er wollte wissen, welche Probleme ich habe. Ich wollte mehr als ein Problem auflisten, damit er eine Meinung davon bekommt, dass ich nicht einfach nur so mich gegen den Islam positioniere, sondern auch meine Gründe vorbringen kann. Hat er aber nicht akzeptiert. Er hat mich nach dem ersten Grund, hat er mich sofort unterbrochen. Also er verlangt von mir ein Statement und dann verwirft er dieses Statement, wenn ich einen Grund vorbringe. Ich wollte auf die Zweiklassengesellschaft der Frau eingehen, nachdem er diesen einen Grund, den ersten Grund, den ich genannt habe, aufgegriffen hat. Und da wollte ich zum Beispiel ihm Überlieferung in Zahe-Mukhari und in Zahe-Muslim bringen, dass der Prophet das Eicher überliefert, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, das Gebet wird von drei Dingen als ungültig erklärt. Bei einem Vorbeilauf, also bei einem Hund, bei einem Esel und bei einer Frau. Oh, nein. Also Kian, wenn... Ja, bitte. Ja, das heißt, ich wollte ihn fragen, ob das frauenfreundlich ist. Ich wollte ihn fragen, ob es okay ist, dass eine Frau überliefert, dass das Gebet aufgehoben ist, wenn ein Hund, ein Esel oder eine Frau vor dem Betenden läuft. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Muslim betet und ein Hund kreuzt seinen Weg von vorne, dann ist das Gebet ungültig. Wenn ein Esel seinen Weg kreuzt, dann ist das Gebet ungültig. Genauso, wenn eine Frau an ihm vorbeiläuft, dann ist das Gebet ungültig. Ja? Kian, ich hätte für dich noch einen Atomphysiker, der schon öfters hier drin war. Okay. Aber das ist... Bitteschön. Okay. Gut. Aber jetzt geht's rund. So, Mido, du kannst dich mit Kian unterhalten. Du hast zwar kein Wissen, aber du kannst uns unterhalten, bitte. Dann wäre Dank von dir. So, zunächst einmal will ich gerne ein Lob sprechen. Super gemacht, Nidal mit Fakten. Die anderen einfach stumm gemacht. Nidal hat keinen einzigen Fakten genannt, aber ich bin da weiter. Bester Mann, Nidal. Du kannst ja gerne hochkommen, wenn er mich mal eine Argumentation zu Ende führt. Naja, er wird nicht gelassen, weil der Erik leider... Nein, 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 der Nidal, nein, Mido, nein, Mido, der Nidal hat mich aufgehört. Du bist mein Quotenmacher, die Quote, du bist reingekommen, die Zahlen gehen runter. Also, Nidal, der war drin und hat nur Scheiße geredet und hat Kian nicht ausreden lassen. Hat irgendwas geredet mit Bibel und Frauen und irgendwas. Kein Mensch redet hier über die Bibel. Die Bibel ist überhaupt irrelevant in unserer heutigen Zeit und bestimmt keine Gesetze und gar nichts. Ich weiß nicht, was Nidal unbedingt wollte, dass die Leute immer auf die Bibel kommen, wenn sie selbst keine Argumente mehr haben, was in ihrem fürchterlichen Buch steht. Kann ich dir sagen, lieber Erik. Schau mal, hieß das Thema Hamas, hieß das Thema Israel, Hamas und bla bla bla. Aber komischerweise ist das so ein perfider Plan. Immer so ein Moritz wartet da mit seinem Zettel, mit seinen Notizen. Sobald es fittig wird, kommt da mit irgendwelchen Hadithen, mit Islam, mit Koran und bla 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 von tausenden und seit wie vielen Jahren. Ja, und dann landen die da. Die sind heute noch gültig, mein Lieber. Die sind heute noch gültig. Also kann ich die auch zur... Automatisch werden die dann auch beim Christentum landen oder Judentum. Ist ja normal, weil die können... Nochmal, du Flachzange. Ich habe gesagt, im Christentum gilt das neue Testament. Wenn du das nicht verstehst, dann ist das nicht mein Problem. Moritz, aber schau mal, wenn ein Christ nicht an das alte Testament glaubt, ist er kein Christ. Punkt. Schau mal, das alte Testament sind Geschichten. Das neue Testament ist Jesus. Als angewendetes Beispiel, als Porte, das gilt für Christen. Wenn du das nicht verstehen kannst, dass es bei Mohammed andersrum war, nämlich dass er im Endeffekt ein Warlord geworden ist, dann kann ich nichts dafür, dass du das nicht verstehst und deine Schriften nicht kennst. Also was willst du uns hier erzählen? Die Wahrheit. Das Licht und das Licht. Nido, ich habe eine Frage. Hey, Nido, ich habe eine Frage. Junge, ich habe eine Frage an dich. Erik, Erik, ich habe eine Frage an dich. Ja, frag. Erik, für dich, was steht über allem? Der Glaube oder das Grundgesetz? Ja, was ist das denn für eine Frage, Roy? Der Antwort ist super, Roy. Ja, Glaube schon mal nicht. Grundgesetz natürlich. So, jetzt Nido, die gleiche Frage an dich. Was steht für dich über allem? Glaube oder das Grundgesetz? Nido ist das nicht. Mido ist das. Mido. Mido, keine Ahnung, weiß ich doch. So, Mido, komm, sag mal. Glaube oder Grundgesetz? Na, Glaube, Glaube ist ja was ganz anderes als das Grundgesetz. So, Mido, wir kürzen das ab. Möchtest du die Scharia in Deutschland haben? Das ist der Glaube oder Grundgesetz? Hör mal zu. Mido, du widersprichst dir. Du hast gesagt, Deutschland wird ein islamisches Land und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Hast du in den letzten Tagen gesagt. Jetzt reichen wir langsam. Lass mich erst mal antworten, okay? Mido, einfach nur, das ist eine ganz einfache Frage. Guck mal, du hast eben gehört, wie schnell das eben bei Löwenherz ging. Du hast es gehört. Genau so eine schnelle Antwort erwarte ich jetzt von dir. Was steht für dich an erster Stelle? Glaube oder Grundgesetz? Das sind zwei verschiedene Sachen. Was steht für dich an erster Stelle? Wenn, aber schau mal, wenn, dann musst du trau dich scharier oder Grundgesetz. Komm, trau dich, antworte. Sag es doch einfach, wir kennen die Antwort. Deine Frage ist die. Sag es doch einfach. Du musst sagen, Scharier oder Grundgesetz, nicht Glaube. So, ich sage aber speziell dein Glaube. Was steht an erster Stelle? Glaube ist global, Glaube ist alles. Was steht an erster Stelle für dich? Dein Glaube oder das Grundgesetz? Jetzt Glaube, jetzt Glaube. Wenn du so fragst, fragst du Glaube. Die sagen, das andere Testament gilt nicht mehr. Es gilt nur das neue, wo man die LGBTQ-Flagge auf die Kirche hängt. Da merkt man, das ist nur scheiße. Und das ist es von der Weg. Das sind eure Religion. Das sind die Evangelisten. Du bist die LGBTQ-Mann. Guck mal, Jungs, die Frage war bezogen. Ich habe nicht, dass ein christlicher Präsident, ich habe gesagt, der jüdische Präsident hat eine Sache aus dem Alten Testament vorgetragen, dass man Frauen, Kinder töten sollte. Du springst gerade zum ganz anderen Thema. Ich habe diese Frage ganz einfach gestellt. Wisst ihr nämlich was? Weil wir hier in Deutschland, wir machen was ganz Lustiges. Ihr werdet es nicht glauben. Das ist total höchst interessant. Wir machen doch wirklich was total Sinnvolles. Dadurch sind wir überhaupt so gewachsen, wie wir gewachsen sind. Wir trennen den Glauben vom Grundgesetz, vom Staat. Wir trennen Staat und Glauben. Aber wir reden ja nicht über Deutschland. Ich werde jetzt alle rausschmeißen, außer Kian und Leute. Wir müssen jetzt tatsächlich, das was Roy gesagt hat, stimmt zu 100%. Ich stimme Roy zu. Erstens, wenn ich jetzt nicht langsam hier Feierabend mache, wird meine Frau mich töten, weil sie liegt schon im Bett und wartet. Und zweitens, wir haben aber jetzt noch ein bisschen, weil ich möchte Kian natürlich noch die Chance geben, weil ich brauche eigentlich, damit ich gut schlafen kann, Kian, bitte zerlegt noch einmal Nari, Nafri und dann Nafri. Das ist eine gute Bezeichnung. Alles Gute, meinst du. Wie gesagt, mir geht es darum, es geht ja nicht um Deutschland, es geht ja um Palästina und Israel. Und wenn der Israel-Präsident so ein Vers aus dem Alten Testament, ob die Bibel oder Tora zitiert, ist das schon richtig problematisch. Weil wenn er sagt, wir sollen Kinder, Frauen sollen getützt werden und Kinder getützt werden, ist das nicht heftig, wenn man das so sagen darf? Da können wir doch nicht sagen, wir sind pro Israel. Kian, bitte. Da hat man schon Fragen. Also, es ist eine gängige Bezeichnung, dass man zum Beispiel der Haritz-Artikel, der Netanjahu rezitiert als wilde Bieste, also wo er die Palästinenser oder die Bürger angeblich als wilde Bieste bezeichnet hat. Er hat mit wilde Bieste sicherlich die Hammers gemeint, die wirklich wie wilde, nackte Frauenkörper auf Pickups geworfen haben und sind damit durch Gaza gefahren. Oder auch das Video, das du, Löwenherz, mir kürzlich auf WhatsApp geschickt hast, wo seine Toten zerfetzten Israeli aus dem Auto ziehen und dann kommen diese ganzen Wilden da im Gazastreifen und trampeln auf ihn herum. Das ist kein zivilisiertes Verhalten. Das ist das Verhalten von wilde Bieste. Er hatte also erstmal inhaltlich komplett recht, wenn er sagt, das sind wilde Bieste. Zivilisierte Menschen benehmen sich nicht so. Zivilisierte Menschen hätten sich auch ausschließlich auf die israelische Armee konzentriert. Sie wären nicht in Städte gegangen und hätten dort 300 Menschen entführt und Bewohner abgeschlachtet, alte Leute, Männer, Frauen, Kinder, Mädchen vergewaltigt und so weiter und so fort. Sie hätten auch nicht auf einem Fest, wo Leute wirklich keiner bewaffnet war, wo alle gefeiert haben, wäre man auch nicht reingegangen. Das können nur wilde Bieste. Und diese wilden Bieste sind gesteuert vom Islam. Das ist das, was hier passiert ist. Der Islam war die Motivation für diesen zivilisatorischen Ausrutscher. Deswegen ist es interessant, dass sich alle entweder in einem Haritz-Artikel von 2019 klammern, wo Netanjahu sagt, dass er die Hamas stärken würde und unterstützen würde, damit ein Palästinenser-Staat oder beziehungsweise damit es keine starke PLO gibt. Völlig normal für einen politischen Stratege wie Netanjahu. Und ich mag Netanjahu und er ist eine korrupte Sau. Aber wenn ich sagen kann, Israel ist nun mal auch nicht ein ganz normaler Staat. Es ist umzingelt von religiösen Wilden aus dem islamischen Raum, die alle nur nach dürsten, dieses Land auszulöschen. Und wenn Israel auch nur einen einzigen Tag die Waffen niederlegen würde und würde nur einen einzigen Tag die arabischen Staaten gegen Israel operieren lassen, dann wäre Israel morgen weg. Die Tatsache, dass dieser Staat von religiösen und fanatischen Pan-Arabisten umzingelt ist, die nichts weiter wollen, als dass Israel von der Landkarte getilgt wird, macht leider Gottes diesen Staat zu einem besonderen Staat, zu einem Militärstaat, wo jeder zum Militär gehen muss, wo alle faktisch eine Waffe zu Hause haben, damit sie sich verteidigen können. Wenn die Nachbarn zivilisiert wären, was sie nicht sind, dann würde es so eine Konstellation nicht geben. Und deswegen unterstütze ich selbstverständlich, auch wenn ich Netanjahu wie die Pest hasse, weil er einfach innerhalb der israelischen Politik enorm korrupt ist. Das war im richtigen Kontext gesprochen. Bravo Netanjahu, dass du das gesagt hast. Es waren Biester, Feinde der Zivilisation, die Jugendliche erschossen haben, die Granaten in Bunker geworfen haben, wo sich junge Leute versteckt haben, die auf der Tanzparty waren. Also, was ist an diesem Zitat überhaupt auszusetzen? Was ist an diesem Zitat auszusetzen? Das da drin steht, nicht Biester, sondern Frauen und Kinder, ne? Wild Beasts steht im Wilde Gister. Guck mal, Vers von Samuel 15, 3. Ich weiß auch diese Verse. Es interessiert mich überhaupt nicht. Aber unsere Verse zieht sich doch. Was habe ich überhaupt mit der Bibel zu tun? Was habe ich damit zu tun? Wieso kommst du mit all diesem Bullshit zu mir? Ich habe damit nichts zu tun. Jetzt habe ich nichts damit zu tun. Ich bin mit dem Koran groß geworden. Ich bin nicht mit der Bibel und mit der Toren groß geworden. Aber du bist doch echt ein Moslem, du bist doch kein Moslem mehr. Und deswegen rede ich über den Islam, weil der Islam hat mich geprägt und nicht das Juden und der Christen. Okay, und ich erkläre mich gerade einmal. Also lass mal diese zwei Witzbücher beiseite und dann unterhalten wir uns über den Meister. Aber die Juden sind doch keine Muslime. Und dann unterhalten wir uns mal über die Spitze aller Witzbücher. Guck mal, die Juden folgen ja den Tora. Und ich habe dir gesagt, was du auf den Tora zitierst. Ich will den Scheiß nicht hören. Achso, das würdest du auch mal nicht hören. Aber du willst aber über Muslime, würdest du was sagen? Ich rede darüber, weil ich mit dem Islam groß geworden bin. Ich habe nichts damit zu tun. Lass den Scheiß beiseite. Achso, aber wie kannst du dann pro Israel dann sein? Lass mich mit diesem Scheiß beiseite. Ich klammere die religiösen Aspekte komplett aus bei dem Schutz für Israel. Achso, aber bei der Hamas... Willst du meine Gründe dafür hören, warum ich Israel unterstütze? Packst du doch dazu. Willst du meine Gründe überhaupt dafür hören? Ja, sag mal bitte. Ja. Erstens, der Islam ist eine anti-jüdische Religion. Der Koran ist voll mit anti-jüdischem Bullshit. Die Sunder ist voll mit anti-jüdischem Bullshit. Der Prophet Mohammed war ein klassischer Judeophob. Er hat die Juden gehasst. Und deswegen hat er sie so bitter bekämpft, dass innerhalb der 23 Jahre, wo er seine Prophetenschaft ausgeübt hat, er die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel entweder vertrieben, ermordet oder zwangsdekonvertiert hat. 1400 Jahre jagt der Islam die Juden von Jahrhundert zu Jahrhundert durch die Geschichte mit Vorwürfe, wie zum Beispiel, dass der Prophet Mohammed von einer Jüdin vergiftet worden ist und der Prophet Mohammed sieben Tage später an der Vergiftung durch das vergiftete Lamm gestorben ist. Die Tatsache, dass der christliche Antisemitismus den Juden vorwirft, sie hätten Jesus den Juden ans Kreuz gebracht, indem sie seine Botschaft nicht akzeptiert haben, hat die Fantasie von christlichen Antisemiten entfacht, die Juden von Jahrhundert zu Jahrhundert durch die Geschichte zu jagen und gegenüber ihnen Vorurteile zu bauen, die dann in fürchterlicher Verfolgung endete. Und die Tatsache... Die Tatsache... Moment. Jetzt, ne? Bitte? Also sagst du, die Christen tragen auch mit dazu, dass was den Juden passiert ist, richtig? Weltlich betrachtet haben die Christen, gab es den Christusmord, den Vorwurf des Christusmordes durch die Christen und das hat eine Kette von antisemitischen Reaktionen gegenüber den Juden ausgelöst. Die Christen, die später gesagt haben, Christus ist ermordet worden, weil die Juden ihn verraten und verkauft haben. Und deswegen gab es viel antisemitische Lektüre aus dem Christentum, von christlichen Schriftstellern und Apologeten, die geschrieben haben, dass die Juden an dem Christusmord verantwortlich waren und dann haben sie gesagt, die Juden sind verschwörerisch, die Juden töten ihre kleinen Kinder, die Juden machen Adalas, die trinken das Blut ihrer kleinen Kinder. Dann wurde die Fantasie angeregt von den Antisemiten und sie haben mehr und mehr Vorwürfe in den Raum geworfen. Die Juden sind das ärmste Volk dieser Welt, weil sie von Idioten aus dem Islam und von Idioten aus dem Christentum quer durch die Geschichte gejagt worden sind. Und ich verteidige das Recht dieses Volkes auf Existenz nicht, weil etwa das Alte Testament, die Tora sagt, geht ins gelobte Land, sondern weil die Juden neben ihrer Identifikation als Juden im Sinne von Religion auch ein Volk sind. Dann nochmal eine Frage. Wenn du ja beide Religionen ja sagst, dass sie ja schuldig sind, weißt du, was überhaupt in Tora über die anderen Ungläubigen gesagt wird? Wenn du ja das jetzt betitelst, also wenn du jetzt sagst... Ich habe mich nicht eben gerade gesagt, dass ich meine Argumentation fern von Tora... Aber das machst du doch gerade, indem du ja uns Christen, also uns Muslime und Christen... Ich sage, ich verteidige das Existenzrecht Israel nicht auf der Basis des Alten Testaments. Das habe ich eben gerade... Nein, nein, aber guck mal, du widersprichst dich doch gerade. Du hast vorhin gesagt, wegen uns Muslime und wegen den Christen, weil wir die so behandelt haben... Es ist ein historischer Fakt, dass der Antisemitismus... Okay, und dann hast du dich gerade gefragt, weißt du, was die Tora steht über... Es gibt einen religiösen Antisemitismus und es gibt einen weltlichen Antisemitismus und es gibt einen politischen Antisemitismus. Aber wie habe ich das gerade was anderes gefragt? Ich habe das gefragt. Der Antisemitismus speist sich aus dem Vorwurf, dass die Juden Christus ans Kreuz gebracht haben. Und der islamische Antisemitismus speist sich aus der Tatsache, dass die Muslime behaupten, dass eine Jüdin den Propheten Mohammed vergiftet hat und er ist an dieser Vergiftung gestorben. Okay, und warte jetzt, warte bitte. Und nicht nur das, der Koran ist voll mit antisemitischem Bullshit. Okay, das ist eine Frage. Kian, warte mal kurz, Kian, wir haben doch auch noch den Fall, dass Mohammed selber in der muslimischen Ideologie von einem Juden verflucht wurde und er deswegen besessen war von diesem Fluch. Das kommt noch dazu. Wenn ein Jude erwähnt wird in der muslimischen Mythologie, dann ist es durchweg eine negative Rolle. Genauso wie die ganzen Stämme. Kian, du kannst vielleicht was zu Raiba sagen, zu Safir. Dazu, wie er diese Stämme abgeschlachtet hat und was er mit den Frauen da gemacht hat. Ah, jetzt sind wieder die Muslime. Der Koran sagt über die Juden, ihr werdet gewiss unter denen, die gegen euch sind, die Juden am schlimmsten gegen euch finden. Dann habe ich gefragt, was steht denn in Tora über die andere Ungläubige? Und ich habe dir schon einmal gesagt, ich habe dir schon einmal gesagt, das ist eine Form von Antisemitismus. Kian? Kein Sinn, du sagst, guck mal, bitte. Kian, kann ich mal kurz stören? Kian, Sekunde mal bitte. Du sag mal, Kian, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Sag mal, ein richtig vernünftig gläubiger Moslem, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Von daher entschuldige die Frage. Aber ein richtiger Moslem, der darf sich nicht tätowieren. Tätowieren ist verboten. Tätowieren, wenn es tätowiert ist, dann ist es nicht erlaubt. Je nachdem, welcher islamischer Jurist gerade am Zug ist, ist wahrscheinlich die Tätowierung makroverpönt und für manche ist es haram. So war es mal, Löweherz, Erik, mach mich bitte mal groß. Mach mich mal groß, Erik. Ich wollte eigentlich schlafen. Ich mach dich jetzt groß, aber bitte auch, ich wollte eigentlich schlafen, jetzt nicht wieder alle. Nein, ich will nur ein Bild zeigen. Ich finde nie einen Abschluss. Das wird dir lustig. Weil ich hab mir eben zugehört und hatte nebenbei so ein bisschen Langeweile und hab gedacht, ach scheiß, guck ich mir einfach mal von diesem Gehirn-Akrobaten das Profil an. So, was ist das auf deiner Brust da? Ja, und erstens, das bin ich gar nicht. Aber egal, ich hab dir gesagt. Also dein ganzes Profil ist nur mit diesen Typen voll. Entweder ist das dein Boyfriend, entweder ist das dein Boyfriend oder das bist du. Eins von beiden muss Fax sein. Das bin ich nicht, das bin ich nicht. Also ist das dein Boyfriend? Nee, das ist ein Bekannte, den ich kenne, aber... Also dein Bekannte, den kennst du so gut, dass dein ganzes Profil aus dieser Person besteht. Das ist dein Profil, sehr schwach, sehr schwach, Nafre, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt seid ihr? Dass ihr jetzt auf Richtigkeit steht, diskutiert mit Erwachsenen und die sich auskennen. Nafre, wie alt bist du? Das ist sein Profil, du Eierbeerle. Das ist sein Profil. Rorik, 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 hör mal auf. Rorik, Rorik, du bist ein erwachsener Mann. Nafre, wie alt bist du? So dreckig, ne, wirklich, wirklich. Nafre, wie alt bist du? Ich bin nicht Nafri, also ich benutze nur sein Profil. Ich bin 27. Du bist 27, okay, alles klar. Aber Rorik, das ist echt dreckig, was ich gerade gemacht habe. Wer hat jetzt die Gegenfrage aufgestellt? Das kannst du finden, wie du willst. Du bist mit diesem Profil drin. Die Annahme, dass du das willst, ist doch da ziemlich groß. Richtig, wir müssen jetzt einen Abschluss finden. Kian, hier, das war der Gläubige. Der Gläubige hat gesagt, man soll nicht mit Kindern reden, weil er angeblich mehr Wissen hat. Dann bitte, Kian, hier hast du den Gläubigen, der super schlau ist. Ja, dann bitte schön, bitte schön, Gläubiger. Hallo, grüßt euch. Also erst mal finde ich es schade, dass man so spaltet zwischen den semitischen Religionen. Ihr habt Religion nie verstanden. Und ich verstehe auch nicht, warum ein Atheist über Religion redet. Ein Ungläubiger, der uns über Religion redet. Weil du dich auch hast, dass er ist Ex-Muslim und das über 30 Jahre. Ja, und ich bin Ex-Christ und war über 31 Jahre lang Christ. War erster. Al-Baltu in seinem Videokollektion. Also bist du Schiite, nehme ich mal an, oder? Der Gläubige? Ich bin nicht gebunden an irgendeiner Sekte. Naja, aber du hast Al-Baltu-Videos, das sind Hardcore-Scheiten. Nee, ich muss mal kurz was zu mir erzählen. Mein Opa ist jüdisch, meine Oma ist christlich und mein Vater ist Tunesier, also muslimisch. Ja, und warum hast du Al-Baltu-Videos? Für mich und für viele Menschen hat schon immer das Judentum, das Christentum und der Islam einen Stamm. Und es gibt halt Menschen, die das spalten wollen und das verstehe ich nicht. Das gehört zusammen. Und diese Fanatiker, diese Kranken da, die Hamas und so, die haben doch nichts mit Religion und mit Glaube an Gott zu tun. Relativierer, du bist auch keine Herausforderung. Nee, 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 nee. Du hast Al-Baltu-Videos in deiner Videokollektion und das bedeutet, dass du einen sehr fanatischen Schiiten, der in Deutschland lebt, diesen Abu Hamza unterstützt. Also nicht nur das, dieses Profil ist auch noch gekauft. Diese Kian, diese Videos, die er drin hat, guck mal bitte auf die Viewszahl und achte mal auf seine Likes. Er ist gekauft, das ist ein gekauftes Profil. Er ist eigentlich nicht. Mein Profil ist gekauft, ich kenne mich damit gar nicht aus, also sorry. Roy, Roy, wie alt bist du? Roy, ist doch egal, ob gekauft ist. Wie alt bist du? Leute, das geht in die völlig falsche Richtung. Ja, das ist respektlos, Löwenherz, komm schon, das ist ein Kindergarten. Ich verstehe das, aber es ging jetzt eigentlich darum, einen Abschluss zu finden. Und der Roy hat sich ganz schön geändert. Der Roy hat mal Respekt gehabt, der war mal ganz anders. Ich verstehe nicht, warum er so hetzerisch geworden ist. Ich verstehe jetzt nicht. Wieso ist es sehr rohisch, wenn ich die Wahrheit sage? Wieso ist das hetzerisch? In dem Moment, wo ich eben beispielsweise Zeit hatte, mich über jemanden zu informieren, mit seinem Profil, mit dem er reingegangen ist, da eine Sache, eine Ideologie nach vorne treibt, dann eigentlich der wirkliche Hetzer ist. Weil Kian redet mit Fakten, ich unterstütze die Sache einfach nur, nicht mehr, nicht weniger. Ist es zum Beispiel da, dass ich mir eine Frage gestellt habe, nachdem ich dieses Profil angeschaut habe? Erstmal besteht dieses Profil nur aus dieser Person, einzig und allein. Nicht eine andere Person ist zu sehen. Es sind alles Live-Videos. Wenn ich dann auf einmal sehe, dass eins von diesen Bildern da ein Brusttattoo zeigt, von nicht erheblicher Größe, und ich dann mir die Frage stelle, die dann da absolut berechtigt ist, wie sieht es eigentlich aus? Darf man sich dann als wirklich wahrer Muslim tätowieren? Weil mir wurde mal erzählt, das darf man nicht. So, dann kann man doch legitim diese Frage stellen. Und er ist... Rory, bitte kurz. Kian, Kian, bitte. Ja, okay. Also, ganz kurz nur auf die Tattoos, weil es nicht wirklich wichtig ist, jetzt Tattoo hin oder her. Tatsache ist, dass in Al-Bukhari steht, dass Abdullah ibn Masud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, möge Allah die Frauen verfluchen, die sich tätowieren lassen und diejenigen, die für Tätowierungen gemacht werden. Diejenigen, die ihre Augenbrauen zupfen und diejenigen, die ihre Zähne zu diesem Zweck feilen. Verschönerung und Veränderung der Schöpfung Allahs. Al-Bukhari, Hadith 5587. Selbst die ganzen Chic-Stars, die uns ja als Musliminnen immer zuhören, ihre Augen zupfen, das ist verboten. So, Bezug nehmend auf die Sunder. Aber der Gläubige hat ausschließlich schiitische Videos in seinem Profil. Ja, weil ich der unterdrückten Geschichte folge, aber ich nenne mich nicht Schier. Ja, okay, gut, okay. Ich folge der Familie von Abraham und da gehört halt Ali dazu und Fatima, du kennst dich da ein bisschen aus. Damit sind doch Schiite, ich kenne das Gesülze, ich war selber Schiite. Weil selber war aus der Familie der Götzendiener, also der kommt doch gar nicht in den Stamm mit ran. Mohammed selber kam aus dem Stamm der Götzendiener und war höchstwahrscheinlich von irgendwelchen Babyloniern und so. Du, ich kenne mich sehr gut aus mit dem Alten Testament, mit der Bibel. Geh mal 1. Mose 20, 21, Vers 17. Nein, nein, das ist nichts religiöses. Das wollt ihr nicht hören, das wollt ihr nicht hören. Löwenherz, Sperr, ja ganz genau, danke dir. Ja, also, ich werde, ich sage das jetzt ganz ehrlich, ich bedanke euch alle für den Stream, ich werde meine Beziehung jetzt nicht gefährden, weil ich die ganze Nacht hier streame. Genau. Weil ich tatsächlich die letzten Tage so viele Stunden, 14, 15 Stunden am Tag gemacht habe, es reicht jetzt auch. Richtig. Kian, du bist immer herzlich willkommen, egal wenn du da bist, kommst du hoch, weißt du. Danke. Moritz, einen allergroßen Dank, Roy, einen ganz großen Dank und ich werde jetzt schlafen gehen. Einen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Aber warte mal noch 30 Sekunden, bevor du, warte mal noch 30 Sekunden, bevor du ausmachst. Nein, das ist zu viel, warte mal weg, damit deine Frau ledig gestimmt ist, weil am Ende kriegen wir unsere Frauen alle gleich. Darf ich auch nochmal ausreden, Jesus, Himmel im Josef. Du hast gleich noch deine Roy-Show am Ende, ganz kurz, lass mich bitte einmal ganz kurz so. Kian, wie gesagt, allergroßen Dank, dass du da warst, dass ihr alle, die hier drin waren, dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr, wenn ihr Bock habt, macht weiter, wir machen das auf jeden Fall weiter. Ich weiß, ich bin auch süchtig nach dem Scheiß, nach der Aufklärung, deswegen machen wir morgen natürlich auch weiter. Nur ich muss tatsächlich jetzt langsam schlafen und jetzt, Roy, bitte, Abschluss, bitte. Ich wollte eigentlich einen Abschluss in deine Richtung, also erstmal danke für deine Lives, finde ich sehr, sehr produktiv, finde ich sehr gut. Kian sowieso, immer wie immer, super klasse, Aufklärung auf höchstem Niveau, finde ich sehr gut sowas, mag ich voll. Und Leute, ganz ehrlich, ich habe da so ein kleineres Anliegen selbst. Das mit den Likes, das haut recht gut hin hier. Teilung, naja, könnte ein bisschen besser laufen, aber was absolut nicht klappt, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe hier mitgekriegt, dass es hier zwei, drei Menschen gibt, die diese wirtschaftliche App unterstützen. Leider ist es an dem, dass TikTok nun mal eine wirtschaftliche App ist. Von daher, tut mir doch mal den Gefallen und haut mal noch irgendwas an Geschenken hier mit rein. Zeigt mal dem Host hier so ein bisschen Liebe. Ihr sollt das nicht mir schicken, sondern dem Host. Das ist sehr, sehr wichtig, damit er nämlich da diesen Content weiter betreiben kann. Weil dieser Content, das wissen wir alle ganz genau, ist hammerschwer und leider von TikTok auch nicht unbedingt unterstützt. Es ist einfach so, wie es ist. Von daher, gebt mal irgendwas, haut Teamherzen raus, das ist ein Cent, 0,3 Cent. Das ist eine Kacke Rose, Alter. Und wenn ihr noch andere Geschenke geben könnt, dann macht das bitte auch. Lasst noch kurz 30 Sekunden ein bisschen Liebe da, schmeißt mal ein bisschen rein. Nein, sorgt mal dafür, dass der Host hier auch wirklich das macht, was TikTok will, nämlich Umsatz. Es ist leider eine wirtschaftliche App. Und wir müssen die App dann da so nutzen, wie sie da so ist. Von daher, haut raus, gebt ein paar Cent aus. Das ist nicht dramatisch. Meine Fresse, 100 Coins kosten 1,80 Euro oder keine Ahnung was. Das ist doch drauf geschissen, mal ohne Mist. Ihr klebt hier die ganze Zeit drin, 1,80 Euro, das schmeißt ihr an der Tankstelle von der Wurst raus. Ohne Mist. Ich glaube, eine Bockwurst kostet mittlerweile schon bei 3 Euro rum. Da kann man doch mal hier 1,80 Euro springen lassen, damit der Host kein Ärger mit seiner Alten kriegt. Ihr wisst, wie das ist. Wir kriegen unsere Frauen nur beruhigt mit ein paar Geschenken. Die Geschenke kosten Geld, also macht mal ein bisschen was. Und TikTok hat auch was davon, das ist leider wichtig. Also gebt. Danke, Roy. Danke. Ja, das ist tatsächlich so. Also auch Moritz und Kian, also wir machen das natürlich auch alles sowieso freiwillig. Ihr wisst, wir würden es nie machen. Roy hat das jetzt gemacht. Danke, Roy, dass du das gemacht hast. Es ist eine Wahnsinnsenergie, die wir tatsächlich hier reinstecken. Es sind sehr, sehr viele Stunden am Tag, sehr viel Freizeit dafür. Aber natürlich nichtsdestotrotz von dem ganzen Danke, ihr Lieben, alles superlieb, ist es natürlich eine sehr wichtige Arbeit. Kian macht das viel, viel länger schon als ich. Ist auch viel, viel besser in dem Thema drin. Weiß viel, viel mehr. Deswegen ist er natürlich eine Bereicherung, wenn er hier ist. Und wir machen das so lange weiter. Und wenn wir irgendwann gesperrt werden, die Welt dreht sich auch weiter ohne TikTok. Ich danke euch und wir werden es trotzdem immer weitermachen. Wir haben es vorher gemacht, vor TikTok. Und wir werden es auch nach TikTok machen. Aber wir bedanken uns natürlich, wenn ihr uns auf unserem Weg unterstützt in TikTok. So, Kian, vielleicht Kian oder Moritz möchte ich noch was sagen. Und dann danke, ihr Lieben. Jörg, lasst Moritz zuerst sprechen. Ja, also wie gesagt, wir können den Rest, wenn dann noch was offenes, gerne beim nächsten Streamen. Wir sind ja regelmäßig live, dann können wir das auch gerne nochmal durchraspeln. Aber ich finde das teilweise echt anstrengend. Und da versucht man etwas zu erklären, geht genau drauf ein und immer und immer wieder fragen und ausweichen und nicht drauf eingehen. Werner, danke. Also, ich bin sehr ehrlich. Es wird immer wieder gesagt, dass Mira was sagen möchte. Dann soll Mira kurz nochmal hochkommen. Was denkst du, eine Sekunde? Ja, doch, doch, das geht doch. Wo ist Mira? Mira, ja bitte. Dann soll sie eine Anfrage stellen und dann kann man sie hochrollen. Das ist kein Problem. Dadurch, dass die Leute jetzt so lieb alle hier, dass sie alles hier reinhauen, machen wir noch eine kleine Bonusrunde. Das ist sehr lieb. Hallo, ich bin Mira. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Also, was habt ihr für ein Problem? Möcht ich gerne wissen. Eie, jetzt geht es aus Kälte. Also, ich kann mir das ganz genau sagen. Also, momentan fühle mich der Rücken weh. Also, ich habe richtig, richtig dolle Rückenschmerzen. Ich bräuchte eine Massage. Meine Frau liegt schon im Bett. Hast du Bock rumzukommen? Ja, ich komme gleich vorbei. Gib mir die Adresse, ich komme sofort. Oh, herrlich. Also, das ist gerade mein größtes Problem. Ich mache mir nicht von oben nach unten, wie du Bock hast. Mira, ich habe eine ganz kurze Frage. Ja, erzähl. Und das, dass du jetzt hier hochgekommen bist und das gefragt hast, dafür hast du jetzt ein paar Stunden gewartet. Ist das dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Was für ein Problem habt ihr? Geht es um Probleme? Kian, mach du das bitte, weil ich habe da keine Kraft mehr für. Kian, bitte. Ich möchte gerne von euch hören. Geht es um Religion? Geht es um den Krieg? Das Bild sagt alles, Mira. Mira, das Bild sagt alles. Pro-Israel gegen Hamas, für Frieden, aber auch für eine knallharte Position gegen die islamischen Terroristen im Gaza. Also ist Hamas eine terroristische Gruppe? Ja, Hamas ist nicht nur eine terroristische Gruppe, das ist auch eine Abfallgruppe. Die sind die schlimmsten Bestien, die augenblicklich aus dem Nahen Osten gegen einen Friedenstaat operieren. Und die Menschen, die jetzt sterben, was ist damit? Das sind Menschen, die sterben. Durch Hamas, weil die schuld sind. Durch Hamas, die schuld sind, genau. Denn am 7. Oktober ist ja Israel nicht in den Gaza einmarschiert und hat 1200 Ghazianer getötet, sondern aus dem Gaza-Streifen sind 1000 Dschihadis gekommen und haben ein Fest an der Grenze zum Gaza und mehrere kleine Kibbutzer, also Dörfer, überfallen und haben dort fast 1200 Menschen in einem Tag abgeschlachtet. Und das geht immer weiter jetzt, ne? Und das geht immer weiter, das ist natürlich, das ist jetzt der Teufelskreislauf, ganz genau. Also Mira, ich sag dir ehrlich, wenn ich dir das beantworten kann, die hetzen nur gegen den Islam. Wie gesagt, der Islam ist staatlich nicht einer Kante in Deutschland und es gibt keine islamische Partei in Deutschland. Es gibt keine islamische Lobby in Deutschland. Der Islam hetzt die sich selber nicht auf. Hüber auf, nicht die Dachsverbände. Du hast in der Politik, wie viele, also sag mal, wen willst du dir eigentlich verarschen? Du hast wie viele Dachsverbände hier in Deutschland? Du hast eindeutig schon DTIP. Also was redest du bitte? Mehr ist es nicht. Nur Hetzen gegen die Dschihadis. Nidal, hast du überhaupt noch Gehirnzellen vorhanden? Erik, Erik, hast du mir mal gefallen? Erik, hast du mir mal gefallen? Nidal, du bist ne Wurst. Wenn du vor mir stehst, würdest du die Schnauze halten. Du kennst mich nicht. Wenn du vor mir stehst, würdest du wegrennen. Ich schwör's dir, Nidal, du würdest nackig nach Hause gehen, wenn du vor mir stehst. Das schwör ich dir. Du würdest nackig nach Hause laufen, wenn du vor mir stehst. Das schwör ich dir. Erik, Erik, Sekunde mal bitte. Ich komm nicht vorbei, weil du ne Wurst bist. Erik, Erik. Nidal, du bist ne Wurst. Du läufst nackig nach Hause, wenn ich vor dir stehe. Auf Wiedersehen. Ciao, Nidal. Tschüsschen. So, Roy, was ist los? Erik, kannst du mir mal für 30 Sekunden Gefallen tun? Hier ist jemand, der ist mir wirklich sehr viel wert. Ein sehr, sehr guter Freund. Ab die 7. Ich wüsste, dass das noch bis 5 Uhr geht. Ja, mach. Nur ganz kurz, bitte. Mira, haben wir deine Frage beantwortet? Mira. Okay, aber bevor ich ab die reinhole, Kian, ich hole dann noch einen rein, weil tatsächlich wollte ich eigentlich gar nicht, aber der hat so einen lustigen Namen, den muss ich einfach reinholen. Der heißt nämlich Steinewerfer. Steinewerfer, alles klar. Wir wissen jetzt schon, was auf uns zukommt. Aber Leute, feiern wir das jetzt, weil die Menschen sterben? Mira, 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 du bist für die Diskussion jetzt irrelevant geworden. Auf Wiedersehen, Midera. Gute Nacht. So. Steinewerfer, Steinewerfer und Abdi, bitte. Bitte? So. Ich habe mal eine kurze Frage. Bin ich jetzt der Einzige, der pro-Palästina ist in dieser Gruppe? Nein, bist du nicht. Steinewerfer, ich brauche Steinewerfer tatsächlich. Steinewerfer, warte mal kurz. Steinewerfer, warte mal kurz. Du rettest mir den Tag. Du kannst mir, dass ich gut schlafen kann. Bitte sag nochmal irgendeinen Schwachsinn, damit ich gut schlafen kann. Bitte. Rede doch mal bitte irgendeinen Schwachsinn, damit ich heute gut schlafen kann. Bitte, Steinewerfer, du bist dran. Wenn du doch jetzt schon so anfängst, dass du das, was ich sagen werde, schon Schwachsinn bezeichnest. Komm, lass uns auch mal jetzt Spaß. Wenn du für die Hamas bist, wenn du für die Hamas bist, alleine dein Name ist für die Schwachsinn. Moment, Moment, leg mir keine Worte in den Mund. Es geht nicht um die Hamas. Warum heißt man Steinewerfer? Bitte sag mir, warum man sich Steinewerfer nennt. Warum schmeißt du Steine? Das war der Name, der mich jetzt nach oben gebracht hat, oder nicht? Hast du, ist das jetzt ein Hobby? Ohne diesen Namen hätte ich mich jetzt nicht drangen genommen, oder? Nein, erzähl mal, du bist sehr witzig. Also, bist du provokant? Nee, ich bin ja provokant, aber ihr sagt sofort Hamas. Oh, Palästina. Und ihr sagt sofort Hamas. Ja, Mohammed, ja, Sayyot. Jemand gibt auch wieder diese Parole, die die Leute geschrien haben nach Raiba, nachdem sie den ganzen jüdischen Stamm von Raiba ausgelöscht haben. Das sind die Kakerlaken, die in Deutschland bei uns zusammen leben. Guck mal, ich habe noch eine kurze Frage an euch. Okay, dieses Thema beschäftigt momentan die ganze Welt, Israel, Palästina und das wird auch eventuell zum dritten Weltkrieg führen, oder? Da sind wir doch eine Meinung, oder? Ja, dann war aber der islamische, dann war der Irrsinn des Islam dafür verantwortlich, diese barbarische Religion, die ihre Füße nicht gegenüber der Zivilisation stillhalten kann, ganz genau. Nicht der Islam. Der Islam besteht nicht nur aus Hamas, oder? Es gibt doch Millionen von Moslems, die damit nichts zu tun haben, mit diesem Angriff, oder? Ich bin doch auch ein Moslem. Habe ich jetzt irgendwelche Attentate gemacht? Nein, man sollte nicht immer alles auf die Religion machen. Hamas und IS ist gleiche Scheiße. Ja, man sollte nicht immer irgendwelche Taten auf die ganze Religion aufschieben. Also ich habe damit ja nichts zu tun mit dieser Hamas, oder? Ich bin pro-Palästina und nicht pro-Hamas. Aber was genau hat Kian eben gesagt, dass die Hamas mit dieser ekelhaften Religion, sprich so wie die Hamas die Religion lebt, dass die, wenn dann, dafür verantwortlich ist? Er hat in seiner Aussage noch nicht mal alle Moslime über einen Kamm geschert. Er hat sich spezifisch auf die Hamas bezogen. Wir machen jetzt tatsächlich keine große Diskussion mehr. Lass jetzt Abdi noch mal kurz quatschen, als Abschlussrunde hier. Ja, ja, er ist am Ende, am Ende ist Abdi dran. Ich möchte das ganz kurz, ich nehme jetzt noch ein paar Minuten tatsächlich, weil das macht mir auch zu viel Spaß, der Scheiß hier. Also, Steinewerfer, ich habe eine Frage, du hast ja gesagt, du bist Muslim. Ich stelle dir nur zwei Fragen. Bist du für die Scharia und bist du für die Hamas? Bitte antworten. Also, ich bin nicht für die Scharia in einem christlichen Land, so wie in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Das heißt nicht, dass wir hier die Scharia durchsetzen müssen. Und was ist, wenn Mehrheiten bestimmen? Was ist, wenn hier bestimmen? Das ist irrelevant. Wir sind in einem deutschen Land, das ist Deutschland und hier herrschen die deutschen Gesetze, da müssen wir uns dran halten. Fertig. Wieso ist das irrelevant? Ja, habe ich ja gerade gesagt, weil wir hier in Deutschland sind und hier herrschen die deutschen Gesetze. Ach, die du christlich in fünf Minuten, alles gut. Die Scharia, es steht nicht über das deutsche Gesetz. So, folgendermaßen geht es aus. Es gibt jetzt schon Hochrechnungen, die man nach den Geburtenzahlen auch hier in Deutschland ausrechnen kann. Es ist an dem, dass die Deutschen jetzt momentan eine Geburtenrate von 1,2 Kindern haben. Die muslimische Bevölkerung hat eine Geburtenrate, und pass mal auf, jetzt wird es richtig lustig, zwischen 5 und 7, weil man es nicht genau betiteln kann. Sprich, es ist jetzt schon auszurechnen, auch dazu gibt es Studien, dass 2050 es wahrscheinlich soweit ist, wenn die Deutschen nicht langsam anfangen, mehr Poppi Poppi zu machen, dass 2050 es soweit ist, dass die muslimische Bevölkerung in diesem Land die Mehrheit stellt. Was passiert, wenn die muslimische Bevölkerung in einem Land die Mehrheit stellt? Das werden wir herausfinden, wenn es soweit ist. Ich weiß es nicht. Okay, wunderbar. Roy, wir wissen ja, wo es hinführt. Es geht ja gerade um Israel gerade, oder? Genau, okay, haben wir geklärt. Okay, alles gut. Scharia mal dahingestellt. Wie ihr in echt denkt, wissen wir ja, aber was ist denn mit... Nein, 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 nicht wie ihr, du verallgemein hast. Stopp, stopp, nein, Steine werfen, nein, ich allgemein, verallgemein, ich sage dir, warum ich das sage. Ich sage dir, warum ich das sage, weil du gerade gesagt hast, wir sind hier in einem deutschen Land, deswegen nicht. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wärst du nicht in einem anderen Land oder in einem islamischen Land, möchtest du auf jeden Fall die Scharia. Du hast es jetzt nur auf Deutschland bezogen. Du hast es gesagt, dass du auf der ganzen Welt die Scharia... In Saudi-Arabien zählt die Scharia zum Beispiel. Da ist die Religion das Gesetz. Das ist ja auch ein muslimisches Land. Es kommt ja immer darauf an, wo man lebt. Also ich bin ganz ehrlich zu Recht, ich bin selber Muslim, ja, ich bin selber Muslim, aber ich bin in meinem Leben... Abdi, du bist zu leise. Steinewerfer, dann sag mir nochmal ganz kurz, ob du zu Hamas stehst, ja oder nein, um wie du zu Hamas stehst, bitte. Die Hamas ist für mich völlig irrelevant. Die Hamas ist für mich, also es geht mir nicht um Hamas, es geht mir um dieses Gaza und das Palästina an sich. Hamas ist nur eine Organisation, also nicht Palästina ist nicht direkt alles Hamas. Es gibt Hamas und es gibt Palästina, so wie Deutschland. Deutschland ist ja nicht nur AfD. Westbank und Gaza ist Hamas. Die Hamas hat dort die Regierung inne. Die Führung ist seit 2006 in der Hand von Hamas. Also ist der Konflikt direkt mit der Hamas verbunden. Du kannst gar nicht den Konflikt beschreiben, ohne die Hamas nicht mit einzubauen. Die Hamas lebt dort, richtig, weil die kommen ja nicht weg, die sind ja eigentlich... Die Hamas ist die offizielle Regierung des Westbank und der Gaza. Und Gaza. Die Hamas wurde mal vor 16 Jahren oder so gewählt und seitdem gab es auch keine Neuwahlen mehr. Also die dominiert das alles. Die Hamas ist der politische Ansprechpartner. 2006 wurde sie gewählt, 77 Prozent der Palästinenser haben sie gewählt. Damit hat die Mehrheit der Menschen diese mörderische Organisation gewählt. Nein, Rö, ich mach dich jetzt nicht wieder groß. Gaza ist Hamas. Ja, komm, einmal noch. Gaza ist Hamas. Hamas ist Hamas. Kann man nicht voneinander sagen. Doch, das kann man sagen. Es geht nämlich ganz einfach darum, um das ganze System zu verstehen, muss man überhaupt wissen, wie die Regierung im Gazastreifen funktioniert. Der Gazastreifen hat eine Autonomie-Regierung. Das bedeutet, das Staatsorgan selbst, was da von dem Typen, ich hab jetzt den Namen vergessen, dargestellt wird, was den Präsidenten von Gaza darstellt, das ist nur eine, sagen wir mal, Gallionsfigur. Das müsst ihr euch vorstellen wie unseren Bundespräsidenten. Er ist das Oberhaupt eines Landes, aber er hat nichts zu regieren. Die regierende Form ist die Hamas, weil es eine Autonomie ist. Und das ist eben eine Autonomie-Regierung. Das ist der springende Punkt. Von daher ist alleine nur der Fakt ausreichend dafür, dass all das, was du eben gesagt hast, für einen Arsch war. Also, ich würde sagen, dass die ganzen zwei Millionen Bürger in Gaza alle Hamas zugehören. 77 Prozent, um genau zu sein. 77 Prozent? Ja. Du weißt, dass 50 Prozent von denen alles Minderjährige und Frauen sind, das weißt du, oder? 77 Prozent haben von den Wahlberechtigten da die Hamas gewählt. Nein, du hast mich nicht verstanden. Das war 2006. Warte ganz kurz, Roy, wir machen das jetzt so. Steine werfer, warte kurz, weiter kurz. Roy, wir machen das jetzt so. Roy und Moritz, ihr hattet ja tatsächlich schon abschließende Worte. Dass alle die, die jetzt schon was gesagt haben, ich finde, ihr wisst, wie das ist. Man findet schwer ein Ende, die gehen jetzt bitte einfach runter. Dass Abdi quasi der Letzte ist mit Kian und dass wir dann das quasi beenden können. Wir machen das jetzt noch oft genug, aber sonst finden wir kein Ende. Nein, ich lasse jetzt keinen mehr hoch. Keiner komplett mehr hoch. Also, ich sage mal so, ich selber als Muslim, ich bin selber Muslim, der Roy kennt mich. Ich sage so, ich werde nie meine Lehre, also ich selber, ich bin selber Muslim, also ich werde nicht irgendwo leben, wo es Schahira gibt. Warum? Weil es ist einfach radikal. Ich brauche so einen. Und so radikal brauche ich nicht. Genau wie Hamas. Und ihr ist gleiche Scheiße, das ist das. Verstehst du, das ist eine gleiche Scheiße, wo es gibt. Die machen nur die Regulierung kaputt, sonst gar nichts. Was interessiert mich, was sind Gesetze und Islam oder Religion muss man trennen. Fertig. So, das ist meine Meinung. Ich danke dir, Abdi. Sehr gute Sache, gut gesprochen. Nee, ist so, ist so. Nein, du hast recht. Was bringt mir, Schahira, wenn ich da nichts machen kann? Ich kann nicht stoßen, ich kann gar nichts machen. Ich danke dir. Das war sehr gut gesprochen. Roy, was sagst du dazu? Abdi, ich küss deinen Dickdarm, du weißt doch Bescheid. Ja, ich küssen deine Blinden, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Wunderbar, Abdi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich bin dir gefolgt, Abdi. Ich wünsche dir was lustig, ja. Ja, es war lustig. Abdi ist genial, Alter. Kennst du Abdi nicht? Erik, das ist jemand, den man auf TikTok kennen muss. Roy, wir müssen das jetzt von oben nach unten machen. Roy und Moritz, wollt ihr noch was sagen? Sonst bitte gute Nacht. Ja, ich sag tschüss und gute Nacht. Ich bin weg. Jo, ich danke dir für deinen Einsatz. Und an den netten Herren, der mich da anzeigen möchte und seinen Anwalt beauftragen möchte. Ich freue mich schon dermaßen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Und ich freue mich so sehr darauf, weil ich dann auf jeden Fall deine Adresse bekomme. Ich freue mich. Wunderbar. Nicht vergessen, bitte anzeigen, ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen. Roy, bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao. Hau rein, bis dann. Ja, ciao. So, Moritz? Ja, also ich möchte mit einem abschließenden Zitat aus den Kommentaren schließen, wo direkt schon nach Raiba gerufen wird, wo Kian eben schon drüber geredet hat. Also ganz klar, Auslöschung der Juden wurde gerade in den Kommentaren mehrfach wieder gefordert. Also was soll meiner Große dazu sagen? Ja, habe ich gesehen. Das ist einfach barbarisch. Das sind einfach Menschen, die komplett ihre Menschlichkeit abgelegt haben. Wer für sowas ist, der hat einfach nicht mehr alle Latten am Zaun. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Das ist so. Und schlaft gut. Jo, Moritz, gute Nacht. So, Steinewerfer. Ja, also ich denke, wenn ich mir jetzt mal den Steinewerfers-Profil ansehe, dann ist Palästina tatsächlich seine Thematik. Er hält sich, er hängt sich Palästina-Kettchen um den Hals. Er lässt sich ja mit diesen klassischen Apps da eine Maske vor das Gesicht projizieren. Und er ist richtig im Palästina-Modus. Ja, und ich bin mir nicht so sicher, ob er nicht Steinewerfer, mal ehrlich, hast du dich nicht ein bisschen gefreut, als die Hamas über die Grenze gegangen ist? Nein, ich habe mich nicht gefreut. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie konnten die das denn machen? Bei dem besten Geheimdienst der Welt, wo alte Soldaten von Israel gesagt haben, wenn eine Taube auf dem Dach da ankommt, auf dieser Mauer, dann kommen direkt die ganzen Alarmglocken. Sogar die israelischen Soldaten glauben, dass Israel schon Bescheid wusste von diesem Angriff. Ja, aber selbst wenn das alles so ist, legitimiert das es ja nicht. Damit die den Grund haben, jetzt komplett Koblenz niederzumachen. Ja, genau. Aber selbst wenn das alles so ist, legitimiert das den Terror ja nicht, den die Hamas gemacht hat. Nein, nein, nein. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt. Dass ich das gut finde, dass da 1400 oder 1300 Israelis getötet wurden. Das habe ich niemals behauptet. Ich sage nur, dass die Antwort von Israel viel zu krass ist, um jetzt zu sagen, wir möchten die Hamas vernichten. Also das ist nicht falsch. So, okay, Kian, möchtest du noch einen Abschluss machen? Ja, ich kann nur sagen, den ganzen Leuten, die da heute zugehört haben, immerhin sind es noch 314, bleibt weg vom Islam, steht auf, öffnet den Mund. Wir haben es mit einer gefährlichen Ideologie zu tun, die uns alle bedroht. Leute, Herzen in den Chat für Kian, Kian, Rede, bitte. Ja, bitte, ganz viele Herzen, bitte. Wir haben es mit einer Religion zu tun, die gegen die Zivilisation kämpft. Nicht nur gegen die westliche Zivilisation, auch gegen die östliche Zivilisation. Sie bedroht uns alle. Und deswegen informiert euch über diese Religion und dann macht euren Mund auf. Setzt euch für die Remigration ein, damit weniger Muslime nach Deutschland kommen, nicht noch mehr. Und dass die, die hier schon da sind, wieder nach Hause gehen. Zum Beispiel die Syrer, Iraker und Afghanen, die jetzt kürzlich gekommen sind, die muss man alle wieder zu Hause schicken. Und Macht stellt sicher, dass der Feind der Zivilisation nicht gewinnt. Denn wir haben es hier mit einer barbarischen Religion zu tun, die schlimmste aller Religionen auf diesem Planeten. Das war mein Abschlusswort. Und damit sage ich... Kian, mein Lieber, wir werden uns bestimmt noch öfters sehen. Und danke für deine Unterstützung und du bist immer herzlich willkommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Gute Nacht. Und auch an die ganzen Leute, die mir Gifts geschickt haben, recht herzlichen Dank. Ciao, ciao.